Ja, willkommen zusammen. Wir spielen heute Dialekt in der Indie-Schwarze-Auge-Reihe beim Gondit Community Open Gaming Wochenende. Das soll übrigens jetzt monatlich stattfinden, das Gondit Community Open Gaming. Da hat sich Lowell Francis was in den Kopf gesetzt. Aber ich finde es ziemlich cool. Weil ich hatte gestern schon eine hervorragende Zeit und ich freue mich total auf Dialekt. Weil Dialekt ist eines meiner Lieblingsspiele. Das ist von Forney Gaines, Catherine Himes und Hakan Serluhulu. Und die beiden haben schon das fantastische Sign designt, wo es um die Entwicklung der nicaraguanischen Zeichensprache geht. Und im Dialekt haben sie sich wieder ein Sprachlinguistisches Thema vorgenommen. Diesmal geht es um eine Community, die sich in Isolation begibt oder geworfen wird. Es gibt ganz verschiedene Szenarien und Settings und ungefähr 200 Leute, die nach vielen Jahren der Isolation anfangen, dass sich die Sprache automatisch verändert. Dass neue Wörter in die Sprache hineinkommen, aus dieser Isolation heraus wächst. Also es gibt keine äußeren Einflüsse, was dazu kommt, sondern das sind Sachen, die sich durch die Umgebung, durch den Kontext, in dem man lebt, sich in der Sprache verändern. Und wir begleiten diese Isolation, wir kreieren die erst. Und dann begleiten wir die, wie sich die Sprache verändert, durch drei Zeitalter. Spiel ist ganz stark strukturiert. Es gibt für jeden Spieler, jede Spielerin pro Zeitalter genau eine Szene. Jeder führt eine Figur, aber wir spielen, es gibt keine Spielleitung oder sowas, wir spielen diese Siedlung als ganze Zeit. Und man hat eine Szene aber pro Zeitalter, in dem die eigene Figur im Spotlight steht. Und nach jedem Zeitalter gibt es einen Story-Prompt, der ist vorgegeben, wie sich die Isolation verändert. Und es ist jetzt schon klar, die Isolation wird es nicht schaffen. Sie wird kaputt gehen, übernommen werden. Also es gibt ein trauriges, herzschmerzendes Ende, sozusagen garantiert. Aber wie das immer so ist, man kann dem da trotzdem ganz unterschiedliche Twists noch geben. Und für die eigene Figur ist es sowieso, gibt es am Ende eine Legacy-Card, wie das Schicksal am Ende bestimmt, was aus der eigenen Figur wird. Und wir haben die Chance, auf entsprechende Epiloge, die in jede Richtung abziehen. Wir spielen Dialekt in der Welt des schwarzen Auges, Deutschlands bekanntestes Rollenspiel. Aber jegliches Wissen ist unnütz, weil wir uns ja in Isolation begeben. Also man muss nichts wissen über die Welt des schwarzen Auges grundsätzlich, sondern es ist einfach der Ansatz zu sagen, schwarze Auge ist nicht nur was für Dread-Gamer. Schwarze Auge kann man auch mit Indie-Systemen spielen. Und in dieser Reihe, da lege ich es drauf an, möglichst verrückte Indie-Systeme in dieser Welt loszulassen. Und zu gucken, wie man seine Leidenschaft für einen Kosmos verbinden kann mit ganz, ganz anders gedachten Regelsystemen, wie man die übertragen kann. Wer sich für sowas interessiert und zum Beispiel sich im Star Wars-Universum gut ausdehnt, dem kann ich ja sehr Rich Rogers Star Wars Saturday empfehlen. Das ist zu deutscher Zeit, Samstag nachmittags im Gauntlet, bietet ja immer die verrückten Kombinationen an, dem Star Wars-Universum in die Rollenspiele zu spielen. Das ist ein ganz ähnliches Endeavor, kann man sagen. Wir haben schon, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, haben wir uns schon Linien und Schleier zusammen überlegt. Das haben wir aber aus Intimitätsgründen für uns gemacht und diskutiert. Die stehen fest und da haben wir eine ganze Menge Sachen drauf, für die wir entweder vorher fragen, bevor wir sie einführen, die wir nicht explizit erzählen oder die wir gar nicht im Spiel haben wollen oder die wir sogar gerne im Spiel haben wollen. Da ist eine ganz gute Liste zusammengekommen, auf die wir zurückgreifen können. Wenn jemand da was ergänzen will, schreibt er einfach in den Chat, dass da was Neues reingekommen ist, denn man weiß ja nie, was da aufkommt. Außerdem ist selbstverständlich die X-Karte im Spiel, die machen wir einfach verbal. Also man sagt einfach im Spiel, wenn ein Inhalt, der kreiert wurde, nicht passt, aus welchem Grund auch immer, sagt man, das können wir das X-Karten, bitte danke. Und dann wird nicht weiter diskutiert, niemand muss sich erklären. Man kann sich erklären, wenn man will. Aber niemand muss das. Und dann drehen wir einfach zurück und lassen, was auch immer eingeführt wurde, weg. Zum Beispiel momentan gibt es sehr unterschiedliche Stimmungen, was so Corona-Virus-Krise angeht. Da gibt es Leute, die haben genau Bock, irgendwas mit Viren und Seuchen oder sowas in ihr Spiel reinzuholen. Es gibt Leute, die sagen, ey Leute, ich habe da den ganzen Tag mit zu tun. Das muss ich jetzt echt nicht noch im Spiel haben. Dementsprechend, wenn jetzt plötzlich eine Seuche aufkommt, wir haben eine Seuche in unserer Siedlung oder sowas, dann wäre das dann perfekt, um zu sagen, komm, jetzt X-Karten, wie wäre es mit wild gewordenen Tieren, die wir dann abschlachten können. Weil es da ja vorlieben wird. Ja, also sowas bitte unbedingt machen, aber es ist ja sowieso ein kollaboratives Story-Game. Das heißt, dass die X-Karte ist in diesem Sinne auch ganz weit zu verstehen. Das sind die Sicherheitstechniken. Und natürlich gibt es auch hier die Open-Door-Policy. Die Tür ist immer offen. Menschen sind wichtiger als das Spiel. Wenn irgendwas bei euch passiert, wo ihr sagt, ich bin nicht mehr im Spiel, das passt mir gerade nicht mehr, ich komme nicht mehr klar hier. Es interessiert mich nicht, was hier passiert. Mitspieler nerven mich so, dass ich hier nicht mehr bei sein muss. Und dann geht man einfach, sagt man nicht. Für mich war es das heute. Wir sehen uns ein andermal. Niemand ist euch böse. Und wir gehen einfach alles gut. Wir spielen das nächste Mal wieder friedlich zusammen. Menschen sind wichtiger als das Spiel. Ja, so viel zur Vorrede. Und ich glaube, jetzt kann ich schon in das Prozedere gehen, in unser Spiel. Ich hatte ja schon gesagt, wir machen irgendwann eine längere Pause. Kurz bevor wir mit den Ages losgehen, machen wir auch eine kurze Pause. Also bevor das eigentliche Spiel beginnt, in Anführungszeichen, nach Setting Creation. Das sind die beiden anvisierten Pausen. Aber ihr könnt selbstverständlich jederzeit mittendrin nach Pausen fragen. Und dann machen wir sofort eine. Gut. Dieses Spiel handelt von einer isolierten Gemeinschaft und wie sie ihre eigene Sprache entwickelt. Dadurch haben wir die Möglichkeit, spielerisch zu erleben, wie eine Gesellschaft Sprache beeinflusst. Und umgekehrt, vielleicht noch wichtiger, wie Sprache eine Gesellschaft beeinflusst. Ich als Facilitator in diesem Spiel, ich habe mich mit den Regeln beschäftigt. Ehrlicherweise gesagt, habe ich mich nicht so ausführlich mit den Regeln beschäftigt, weil ich gestern früher eingeschlafen bin, als gedacht, nämlich als ich meinen Sohn ins Bett gebracht habe, bin ich mit eingeschlafen. Und erst so Mitternacht wieder aufgewacht, in sehr unbequemer Haltung. Aber ich kenne die Regeln und die Step-by-Step schon ganz gut. Und ich habe zum Glück dieses Dokument vorbereitet, auf das ich gerade gucke, auf das ihr auch Zugriff habt, in diesem Ordner, den ich geschickt habe. Daher muss ich eigentlich nur dem Prozedere folgen. Das Spiel ist auch gar nicht kompliziert. Als Facilitator gucke ich zu, dass das Ganze des Online-Zeugs, was ich vorbereitet habe, funktioniert. Wir haben ja solche Drawings, zwischen denen man kopieren muss. Und ich habe es ein bisschen ausprobiert, dass das auch hoffentlich klappt. Und wenn nicht, dann helfe ich euch. Und ich als Facilitator, das könnt ihr aber genauso machen, können wir gucken, dass wir unser Spotlight einigermaßen gut verteilen, dass wir das Gefühl haben, dass alle ins Spiel gut eingeschlafen sind. Das Ziel von diesem Spiel ist, dass wir uns mit dieser Entwicklung der Sprache beschäftigen. und es ist dafür wichtig, dass wir alle mit dem, was wir vorhaben, sehr offensichtlich umgehen. Dass wir offen und klar sagen, was unser Ziel ist in irgendeiner Szene, mit irgendeinem Wort, was wir erschaffen, damit nicht das Gefühl am Ende rüberkommt, dass man immer in den Mund gefahren wird. Das kann schnell passieren bei diesem Spiel, weil den Leuten werden die Ideen raussprudeln. Man muss halt irgendwie ein neues Wort kreieren und das machen wir gemeinsam, aber es sollte immer derjenige, dessen Wort das ist, der das gerade einführen darf, sollte das Gefühl haben, dass es am Ende seine oder ihre Entscheidung war. Das ist gar nicht so einfach. Also klar sein, zuhören und vergeben, wenn doch mal jemand zu euphorisch wird. Das ist auch ganz normal mit jedem von uns passiert. Das Spiel also als Stimmung, als Tone, ist eher dramatisch, emotional sehr intensiv und eher ernsthaft. Es ist nicht over the top, aber wir sind ja in der Welt des schwarzen Auges. Das heißt, es gibt sowas wie Magie schon. Aber Magie bei das schwarze Auge ist auch eher low level. Man beschwört keine Drachen, die alles in Schutt und Asche legen, sondern man macht eher wasserwarm. Oder einen magischen Regenbogen oder sowas. Ganz schön. Für manche sind Regenbogen vielleicht over the top, aber ihr wisst, was ich meine. Das Dokument war vorbereitet für eine Community, die in den 80er Jahren ihr zu Hause verlässt. 80er Jahre haben den Vorteil, dass gewisse Kommunikationsmöglichkeiten noch nicht existieren und daher ist es deutlich leichter, sich in Isolation zu begeben. In der Welt des schwarzen Auges gibt es vielleicht auch Fernkommunikation auf magische oder göttliche Art und Weise. Die steht uns selbstverständlich auch nicht zur Verfügung. Das ist das, was dazu zu sagen ist. Okay. Wenn von jemandem das Internet verschwindet, dann würde ich vorschlagen, dass wir eher gemütlich weiterspielen, statt das Spiel zu unterbrechen. Weil meistens kommt die Person relativ schnell wieder rein und es ist auch ganz normal, dass man zwischendurch nicht so ganz so aufmerksam ist. Und offline zu sein, ist das ähnlich wie nicht ganz so aufmerksam zu sein. Und natürlich machen wir aber dann Check-in und gucken, ob die Person noch irgendwie wegkommt. Zum Beispiel von Philipp und Nina habe ich die Telefonnummer, die können dich einfach anrufen, wenn ich rausfliege. Können die Bescheid sagen, was los ist. So, wir haben drei Dokumente und das ist das Dialect-Board und ich mache eigentlich mal und dann lege die mal in einzelne Fenster, bevor ich den Screenshot mache, weil sonst offenbare ich wieder meine ganze Pop-Mark-Leiste und da stehe ich nicht so drauf. Daher. Und da kriegt man einen Moment so in Zeiten von aller Arbeiten von zu Hause und Spielen von zu Hause eben manchmal Dinge zu sehen, die man gar nicht sehen möchte von anderen Leuten Computern. So was von, ja, das ist echt. Es ist kein Einzelfenster-Share-Button in Zoom. Genau, man kann also entweder den ganzen Bildschirm teilen oder halt sich einfach nur ein Fenster raussuchen. Ich teile jetzt mit euch mal ein, als allererstes mal das Template, wie es aussieht. Da soll ich jetzt auch mal den Fullscreen anmachen. Das ist unser Spielbrett. Da werden wir unsere Charaktere machen und da werden wir unsere Aspekte, die wir in unserem Setting beschreiben haben und wie die sich dann im Spiel verändern. Das ist das. So sieht das aus zu Beginn des Spiels. Und jetzt zeige ich euch noch, wie das am Ende eines Spiels aussehen könnte von einer anderen Session. Damit man schon mal ein ganz kleines Gefühl dafür kriegt, was das ergeben könnte. Das ist das am Ende des Spiels. Ihr seht, da haben Leute, die zwischendurch nicht in irgendwelchen Szenen waren, noch rumgefuscht und irgendwelche Bilder zu Sachen hinzugefügt. Wir werden jetzt also zwischen diesen Ages, das sind diese Kreise, werden wir uns auf so ein Zentrum bewegen und die Aspekte entwickeln sich dabei und unsere Figuren entwickeln sich dabei und es entstehen halt neue Wörter. Hier ist zum Beispiel ein Wort entstanden, das hieß, it's wrapped. Es waren Studierende, die sich in Mexiko irgendwie in den Urwald zurückgezogen haben und die Representatives, die hatten es damals versaut und it's wrapped war halt dann so ein Schimpfwort. Das war ganz links unten, kann man das sehen. So ist dann so ein neues Wort entstanden. Da habe ich eine Frage. Ja, ja. Werden wir unsere neuen Worte Deutsch oder Englisch erfinden? Wir machen alles Deutsch. Genau, also wir sprechen von diesem Spiel Deutsch. Wir müssen halt mit den englischen Spielregeln ist das manchmal nicht so einfach, dass man da nicht stolpert, weil man die zwischen diesen beiden Sprachen schon gelingen muss. So und wir ziehen unsere Karten von dem anderen Dokument von diesem hier. Im Original-Dialect ist es so, dass man die Karten blind zieht. Ich bin sowieso nicht so ein Fan von so extremem Zufall und finde, der Zufall kommt sowieso durch das kollaborative gemeinsame Erzählen dabei. Daher habt ihr hier den Vorteil, dass ihr einfach euch Karten aussuchen könnt zu einem gewissen Grad. Aber man kann sich nicht zu jeder Zeit Karten aussuchen, sodass immer noch ein gewisser Zufallaspekt drin ist und man vielleicht irgendwas geplant hat mit einer Karte und dann kommt was ganz anderes am Ende dabei raus. Das macht gar nicht so einen großen Unterschied. Also hier dieses Dokument ist das, mit dem wir immer wieder neue Karten, die dann als Story Prompts, als Word Generator generieren. Da gibt es drei Arten von Karten. Auf der linken Seite sind erst unsere Rollen für unsere Figuren. Dann kommen die mit den Zahlen. Unten steht der 1, 2 und irgendwann kommt 3. Das sind die Zeitalter, die Ages. Und ganz rechts sind die Legacy-Karten, die das Schicksal für unseren Epilog erzählen. Das sind die Karten. Und wenn wir jetzt sagen, zu Beginn des Spiels bekommt jeder eine Voice-Karte, die er sich auszieht. Das ist die Stimme, die er in unserer Siedlung hat. Dann können wir die alle löschen und haben Platz für die Karten, die er zieht. Und dann zieht jeder drei Karten von Zeitalter 1. Und immer, wenn er eine ausgibt, zieht er eine Karte nach vom nächsten Zeitalter. Und so mischt sich immer, was man gerade auf der Hand hat. Das werden wir dann noch mal sehen. Gut, gehen wir zurück zu, das kann ich jetzt zumachen. Und das zu dem Procedure zurück. Genau. So, so sind wir jetzt schon so weit, dass wir anfangen können, gemeinsam Dinge zu tun. Wir erschaffen unsere Siedlung. Und dafür gibt es eine Festsetzung, eine Sache, die festgegeben ist. Und die lese ich jetzt vor. Wir haben gesehen, was aus der Welt geworden ist. Wir haben keinen Bedarf daran, länger teilzuhaben. Wir sind 200 Köpfe stark. Das Jahr war gekommen, dass wir uns eine neue Heimat suchten. In Windeseile bauten wir unser neues Zuhause. Bis vor kurzem mussten wir immer wieder mal in die Welt da draußen, in geheimer Mission, um seltene Vorräte aufzustocken. Gnädigerweise sind diese Tage vorbei. Seit 20 Jahren leben wir nur für uns. Ohne Kontakt mit der Welt, die wir hinter uns gelassen haben. Wir können uns schützen. Wir können genug Essen für alle herstellen und für unsere bescheidenen Belange können wir selber sorgen. Wir brauchen die Welt da draußen nicht mehr. Das ist gegeben. Und jetzt haben wir die Aufgabe, uns zu überlegen, in was für einem Setting wir spielen. Also was für eine Gruppe von Menschen sind wir? Und warum haben sie sich in die Isolation gezogen? Was auch impliziert, was vielleicht in welchem Zustand sich die Welt befindet? Und ich habe in dem Dokument, in dem Prozedur-Dokument, habe ich so ein paar Ideen, die mir für in die schwarze Auge gekommen sind, aufgeschrieben, über die wir nachdenken könnten. Dafür sind mir drei, vier Sachen eingefallen, was der Grund sein könnte, warum wir uns zurückziehen. Wer wir sind, dass wir uns zurückziehen. Und dann ein paar Orte, an denen wir uns befinden könnten. Und die könnten wir mal gemeinsam diskutieren, was für eine Art von Setting uns vorschrieben. Danach kommt das viel Entscheidendere. Danach müssen wir uns drei Aspekte, und wer schon mal Fate gespielt hat, kennt Aspekte. Aspekte sind sehr griffige, klare Trasen in ihrer kurzen und prägnanten Form beschreiben, wer wir sind. Und die sind ganz wichtig, weil die werden sich im Spiel auch verändern. Dafür müssen wir drei Aspekte nachher ausmachen. Aber erst einmal meine Vorschläge, für was für ein Setting wir haben könnten. Wir könnten aus religiösen Gründen uns in die Isolation zurückgezogen haben. Ein Kult sein, eine Sekte oder rechtschaffender Leute, die einfach von der Dekadenz der Welt entsetzt sind und sich zurückziehen. Also solche, vielleicht ist das die Eigenbeschreibung jeder Sekte, aber vielleicht ist es ja auch mal objektiv der Fall. Wir könnten Asketen sein, die auch eine Art von Sekte, ja, okay, die sich zurückziehen oder die vielleicht entdecken wir auch einen heiligen Ort und glauben, dieser Ort sollte auf gar keinen Fall mit der Außenwelt Kontakt haben. Das ist der Grund, dass wir uns dorthin zurückziehen. Also sind wir eine Art Entdecker gewesen, die dort rausziehen, stellen dann fest, wir müssen hier bleiben und diesen Ort besiedeln. Da fiel mir die, eine uralte drachische Festung in einem höchsten Gebirge des Kontinents ein oder sowas, die dort sich, wo man denkt, okay, das sind so viele dunkle Geheimnisse, da sollte die Außenwelt einfach nicht ran. Das könnte auch der Grund sein. Wir könnten auch Aussätzige sein, die Lebra krank sozusagen ins Abseits geschoben wurden, Angst vor Ansteckung, Angst vor moralischen, also dass wir uns als obszön oder verwerflich gesehen werden und also ausgeschlossen wurden. Oder wir könnten einfach die Ärmsten der Armen sein, leibeigener Sklaven, die geflohen sind und deswegen uns zurückgezogen haben, wissend, dass in dieser Welt für uns nur der Platz ganz, ganz unten vorgesehen ist, den wir nicht mehr bereit sind, einzunehmen. Gibt es davon etwas, was euch anspricht oder nicht anspricht? Ich fand die letzten beiden cool, sowohl das mit den Aussätzigen als auch das mit den geflohenen, leibeigenen. Ja. Dann geben wir da mal. Das finde ich auch beides schön. Wir haben Cholera. Ja. Ich habe noch ein Mikrofonproblem, Gerrit. Ja. Du sprichst vergleichsweise unglaublich leise. Ja, ich mache das jetzt mal so mit dem Mikro von meiner Nase. Ah ja, das ist aber... Sorry. Jetzt kann ich auch alle hören. Ach ja, ich habe dieses Mikro, schließe das an und ich sehe, oh cool, das leuchtet jetzt, es funktioniert, sehr gut und dann stelle ich es in die Ecke. Ich danke dir, ja. Das war hilfreich. Ich danke dir. Gut, dann fange ich nochmal von vorne an. Nein. Das war anstrengend, I'm sorry. Gut, dann... Den Religionsaspekt mag ich auch sehr gerne, muss ich sagen, wobei sich das ja auch problemlos kombinieren lässt. Ja. Mir gefallen auch die Aussätzigen sehr gut. Vielleicht nicht Lepra, dann überleben wir alle das Ende des Spiels nicht. Wir sind ja auch schon 20 Jahre in Isolation, also sind wir vielleicht sogar... Magische Lepra. Genau. Und eine seltsame magische... Es ist ja eine mittelalterlich, fendelalterlich geprägte Welt. Da können ja auch Krankheiten sein, die gar nicht ansteckend sind oder sowas oder die gar nicht tödlich sind oder verändernd sind oder so. Ich würde was gut finden, wo man irgendwie krass deformiert wird, aber halt nicht stirbt, sondern einfach nur komisch dann aussieht und man deshalb dann als verflucht oder irgendwas angesehen wird oder als ansteckend aussetzt sich irgendwie sowas. Also das kann man sogar, wenn man möchte, in der christlichen Bibel nachlesen. Da wurde man, wenn man am Hinterkopf einen Fleck hatte, wo keine Haare wuchsen und die Haut unten drunter rot war, wurde man als aussätzig bezeichnet. Und wenn man jemanden, der so aussah, auf der Straße sah, musste man den Finger heben und schreien, unrein, unrein. Geil. Ja. So was. Ja, perfekt. Ja, ja. Das ist so förmig. Da sind wir uns ziemlich sicher, dass wir Aussätzige sind, oder? Dann ist noch die Frage, in welcher Gegend spielen wir? Wo ist es uns nach gerade? Sind wir im wilden und im wilden, mitteleuropäisch-urwaldigen Orkland? Also wir werden kein Orks begegnen dort, aber das heißt so, weil es so wild dort ist und bergig und zerklüftet. Oder sind wir auf Südsee-paradiesischen Inseln und haben uns dorthin zurückgezogen? Haben wir uns in eine in eine Zeit- oder Raum-Zeitanomalie in mittelalterlichen Welten als Feenglobule zurückgezogen? Mit milchigen Außenwänden, wo dann die Welt auch zu Ende ist oder so? Oder sind wir im eisigen Norden, in einem vulkanisch erwärmten Tal? Also, was davon spricht euch an? Gibt es noch andere Ideen? In den Bergen? Irgendwie im Gebirge? Ich kendiere gerade sehr stark zur Südsee. Das hat aber was damit zu tun, dass das Wetter so fantastisch ist und wir nicht an den See dürfen. Südsee finde ich also ist auch voll gut. Und eine Insel ist ja auch geil, weil eine Insel ist halt eh schon abgeschottet und da kann man sich leicht drauf isolieren, auf jeden Fall. Und gerade in so einer Fendelalter-Welt wie Aventurien, da ist das auch noch gut vorzustellen, dass es da wirklich irgendwo so eine Dschungelinsel gibt, wo nicht einfach zufällig ständig jemand vorbeigeschippert kommt. Um Tourismus zu betreiben. Vulkane und andere Berge sind da auch nicht ausgeschlossen. Oh, dann möchte eine Insel mit einem Vulkan, so wie bei Urmel. Oh yeah. Ja, eine Vulkaninsel. Perfekt, besser wird es nicht. Eine Vulkaninsel. Ich würde gerne ergänzen, dass es nicht so nicht so dschungelartig ist, also nicht so ganz so ein wilder, wilder Dschungel, sondern dass es tatsächlich paradiesisch ist. Eher Kukosbäume. Aber es gibt die Vulkaninsel mit einem Vulkan und ich würde sagen, der ist auch noch aktiv. Oder? Spricht was dagegen. Also nicht im Sinne von, dass wir dem Untergang geweiht sind, sondern im Sinne von, dass dort heiße... Dass der so ein bisschen blubbert. ...hauser Dampf rauskommt und sowas, genau. Hawaii-mäßig. Ja, genau. Sehr schön. Ja, wenn die anderen, die Nicht-Aussätzigen ahnen würden, wie gut wir es haben. Okay, dann gibt es drei Aspekte, die wir kreieren müssen. Der erste. Wichtig für die Aspekte ist, make them big, make them clear, make them bite. Der letzte Teil ist manchmal der schwierigste. Aber auch die anderen sind gar nicht so einfach. Wir müssen aber so ein bisschen dran schleifen und können uns ein bisschen Zeit lassen dafür, die wirklich so zu dem zu kriegen, weil die werden uns das ganze Spiel begleiten. Also, make them big im Sinne von, die sollen ständig und immer wieder eine Relevanz haben im Spiel. Das ist also nicht irgendwie der kleine süße Fluss oder sowas, sondern das ist eben der Lavastrom, der uns begleitet. Und clear, keine Missverständnisse, nichts irgendwie, was zu abstrakt ist oder sowas. Das Vibrieren in, das Vibrieren der Menschen oder sowas. Das, wo jeder sich von uns was anderes untervorstellt. Für den einen ist es eine Krankheit und für den anderen eine Inspiration. Oder nee, das ist nicht gut. Und beid, genau, dass es irgendwie, dass man, dass es griffig ist. Der erste Aspekt ist, the wayward flock, what about who we are made the compound a necessity. Da müssen wir nochmal genauer wahrscheinlich ausführen, was uns aussätzlich macht. Warum konnten wir nicht mehr in der Außenwelt leben? The compound ist also unsere Siedlung hier. Der zweite ist dann what special property about the compound keeps us secure. Da haben wir halt die Insel schon, aber das kann halt einfach noch griffiger werden und bigger vor Schuhe. Das ist nicht einfach nur eine Insel. Und das dritte ist, was, das ist eigentlich frei sozusagen, also irgendwas, wo wir sagen, da möchten wir gerne mehr erforschen. Das sind die drei. Versuchen wir mal mit eins anzufangen. Was ist das, was uns, und ich mache das jetzt in dem Dokument hier und dann kopieren wir das nachher rüber in unseren, in unser Drawing. Was macht den, unsere Siedlung absolut notwendig, dass wir hier sind? Was ist es denn jetzt eigentlich? Na, weil wir so uns verfolgt und schlecht behandelt behandelt werden, wenn wir da geblieben werden, wo wir herkommen. Gibt es vergleichbare Religionen in Aventurien mit unserer Welt? Ja, es gibt, es gibt zwar zwölf Götter, also das, die Aventurien tut so, als wenn es einen Pantheon hätte wie griechischen oder römischen Ursprung, aber in Wirklichkeit ist, sind diese Religionen nur zwölf Christentum nebeneinander. Also es gibt böse Stimmen, die das behaupten, dass es nicht so, dass es nicht im Anspruch eines Pantheons genügt, weil, weil man dann doch zu viel gerne, zu gerne Mittelalter Aspekte drin hätte. Es gibt die Inquisition zum Beispiel. Also zwölf verschiedene Weißlicht Religionen. Ja, genau. Ein bisschen schon, ja, das stimmt. Wobei, es gibt ja auch doch bestimmt die ein oder andere dabei, die jemanden verfolgt, weil er eine schiefe Nase hat oder so. Absolut, genau. Da ist der Prajus, der Gott des Gesetzes und des Rechts und der Obrigkeit. Das ist immer die kanonische Religion, wenn man irgendwie einen übertrieben religiösen Bad Guy braucht in Aventurien, dann ist das oft die Inquisition. Oft zumindest. Ich kenne ja nur den Nandus. verfolgt der einen Auflegen irgendwann. Weil dann bin ich dafür, wir machen das. Ja, also die, es gibt, den Nandus selber ist, der hat ja eine Mutter und die heißt Hesinde und das ist die Göttin der Weisheit und die Göttin der Weisheit hat aber strenge Regeln, wem diese Weisheit geteilt werden sollte und es gibt einfach verbotenes Wissen und die verfolgt Leute, die sich nicht daran halten, bestimmte Weisheiten, dass die bei einem bleiben. also wenn man visionäre Kraft hat oder sowas, könnte man auch dafür verfolgt werden. Das klingt doch tatsächlich nach einem guten Grundstein für so eine Gruppe, die verschwinden will. Ja. Also Hesindeobigkeit hält uns für eretisch in unserer Existenz. Wir sind ja die Aussätzigen, weil wir weil wir irgendwas verbotenes Wissen verbotenes Wissen verbotenes Wissen oder Weisheit oder Wissen genau sowas. Ja, ich meine, man kann das natürlich auf so eine mystische Richtung ausrichten, dass irgendwie unsere Krankheit vielleicht nicht nur dafür sorgt, dass wir körperlich einfach anders aussehen auf eine Weise, die wir noch irgendwie festigen sollten, sondern vielleicht macht es auch tatsächlich Dinge mit unserem Kopf und man hat manchmal irgendwelche Visionen oder ähnliches und das wurde von der Obrigkeit als ketzerisch angesehen und vielleicht sehen wir das eigentlich ganz anders. Vielleicht ist das gar nicht ein Fluch, sondern ein Segen. Und dass das irgendwie Visionen über irgendein Event ist und so eine Art Weltuntergang oder irgendwas Schlimmes, was passiert, was wir als Gruppe vorhersehen, weil wir irgendwie alle die gleiche Vision oder eine ähnliche Vision haben und dann versucht haben, keine Ahnung, die Community, wo wir vorher waren, zu warnen, dass das passiert und dann haben die uns halt verstoßen. Und das, genau, weil wenn wir auch noch hervorsehen, dass auch nur die Regierenden Götter schuld daran sind, dann ist auch klar, warum die Regierenden sind. Wie wäre es denn mit sowas wie einem dritten Auge auf der Stirn, wo wir gerade über Kopf reden? Ja. Sind wir auf der Flucht oder wurden wir verstoßen? Ich würde sagen, wir wurden verstoßen. Also ich würde es cool finden, wenn wir irgendein körperliches Merkmal haben, was super offensichtlich ist und das war dann der Grund, warum die anderen Leute uns erkennen, dass wir das haben und warum die uns auch verstoßen haben. Beziehungsweise uns gejagt haben und uns alle umbringen wollten und deshalb sind wir halt geflohen oder so. Ja. Also ich glaube, Flucht beziehungsweise also verstoßen im Sinne von ihr seid sofort hier weg, sonst bringen wir euch alle um. Das ist ja so eine Mischung, oder? Zwischen Flucht und Verstoßen. Nein, eigentlich nicht. Das ist aber ein Fall. Also man kriegt ein Ultimatum. Wäre das für dich Flucht oder für dich verstoßen? Wenn man sagt, Das ist schon verstoßen. Das ist schon verstoßen. Flucht heißt, du flüchtest, weil dir auch Leute hinterherkommen könnten. Ja, ja. Das Ziel ist, dich tatsächlich zu bereiten, also umzubringen. Ja. Verstoßen sind wir also. Okay, jetzt müssen wir das auf einen Aspekt runterbrechen. Der eben... Das kann doch auch so ein Satz sein, der das zusammenfasst, oder? Ja. So was wie, sie halten unser drittes Auge für einen Fluch, aber es hat uns es hat uns es hat uns offenbart, dass die Welt untergehen wird. Oder ist das schon zu ist das schon zu breit? Das ist ein bisschen zu lang. Wir müssen das nur ein bisschen kürzen, aber die die Aussage fände ich schon dann soll es ja auch noch clear sein. Das wäre ja auch noch die Schwierigkeit. So viel Infos dann wiederum nicht zu stark zu kürzen. Wenn jemand einen Vorschlag hat, ich überlege noch. Das Wissen über das Ende was in die Richtung nicht so richtig clear. Ich verstehe das mit dem Aspekt nicht. ist das ein Wort oder ein Satz oder ein Das soll so eine Catchphrase sein. Ich kann mal das ist ja, es ist ich mache mal das Originalspiel auf und gucke mal, was die dort als Beispiele haben. Beispiele sind immer gut. Und da sind wir auf Seite 17. Soll ich blättern? Zum Beispiel gibt es hier als Beispiel die Erde ist durch Krieg zerstört. Die Umwelt ist kollabiert. die UN wir sind die UN Expedition oder das sind genau, das sind glaube ich schon so Aspekte Was sollte der erste noch mal umfassen? Der erste Aspekt? Warum wir in die Isolation What about who we are made the compound and necessity? Was von dem was wir sind machte es notwendig die Siedlung zu gründen? Genau Ich bin ja hier in diesem Doc wo ich die Notizen aufgeschrieben habe Ja Genau Sowas wie wir wurden wegen der Wahrheit verstoßen oder so oder irgendwas mit der Ignoranz von den anderen oder dass die Wahrheit nicht sehen wollten oder irgendwie sowas in der Art Ja Wahrscheinlich am besten so richtig auf uns bezogen also ich hatte jetzt gerade geschrieben das Wissen über das Ende will niemand hören was mit der Ignoranz ist aber wahrscheinlich ist wir wissen über das Ende oder sowas Ja Wir wissen über das Ende der Welt und sie wollten uns dafür töten und die anderen meine ich damit wollten uns dafür töten Ja Wie geht es euch damit? Jo Wir wissen vom Ende Ist das groß? Ja 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 Ich glaube Ich denke schon Ja Definitiv Ist das klar? Ja Ist das griffig? Bissig? Jo Schon Sehr viel besser geschärft als das was wir vorher hatten Ja Dann werde ich Wir wissen vom Ende in den Aspekt 1 kopieren auf unserem Sheet Also wir haben jetzt ein drittes Auge oder? Und wir haben ein drittes Auge Ja Ich würde sagen Aber kann das irgendwie im Nacken sein oder so weil wenn ich mir vorstelle, dass das auf der Stirn ist und wir haben das jetzt alle nicht dann finde ich das verwirrend Okay Ja Das kann gerne im Nacken sein Ein drittes Auge im Nacken Passt das allen? Alles klar Ein drittes Auge im Nacken Okay Muss ich doch noch mal sagen Verfolgt oder oder verstoßen Ich frage deshalb weil man ja also weil ich wissen ob wir theoretisch die Möglichkeit haben zurückzukehren für kurz oder lang oder wie auch immer Ich würde sagen verfolgt Okay Also wir können auch wenn wir wenn wir noch so sehr wollen wir können nicht zurück Also nur versteckend wer wir eigentlich sind könnten wir versuchen wieder zurück zu gehen Ja Ich meine es sind ja schon 20 Jahre vergangen Also Die haben das vielleicht schon längst wieder vergessen Genau Genau Also Freude das irgendwo gelesen zu haben dass es irgendwann wieder zurück Ja genau also das wird Teil des Spiels wird sicherlich sein dass also dass die Außenwelt in uns eindringt wieder dass wir wieder dass es wieder alles diffundiert und dass wir dadurch untergehen unsere Isolation Also wir sollten schon unsere Siedlung ist eine Notwendigkeit heraus zum Schutz von uns selber aber es sind eben jetzt 20 Jahre vergangen also es ist einfach die Welt hat sich auch gedreht Ich mag auch diesen Aspekt aus dem Einleitungstext dass es ursprünglich so war dass wir mal immer wieder in die Welt da draußen mussten um geheim irgendwelche Vorräte zu holen oder so und dass das jetzt nicht mehr nötig ist Genau und wir hier bleiben können Ja genau also es ist jetzt wir sind happy wo wir wo wir sind also die Leute der Zustand zu Beginn des Spiels ist es wir wollen gar nicht mehr zurück wir sind hier eigentlich haben wir unser neues zufriedenes Zuhause gefunden sind einfach sehr froh das hinter uns gelassen zu haben aber der zweite Aspekt der hat ja damit zu tun also was welche besondere Eigenschaft der Siedlung hält uns sicher also es ist oder so mehr als nur Mauern was sorgt dafür dass wir hier sicher sind Es könnte natürlich der Vulkan sein das der der sieht vielleicht sehr aktiv und gefährlich aus weswegen sich niemand in die Nähe traut außer uns wenn man da draußen denkt dass der dass der jeden Moment ausbrechen kann oder es da vielleicht auch irgendeinen wütenden Vulkangott oder ähnliches gibt Ja Das würde ich cool finden auf jeden Fall Ich hatte auch überlegt ob es irgendeine irgendeine Gottheit gibt die zu dem Vulkan dazu gehört Dann nehmen wir doch Ingrim dem 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 alle Vulkane heilig sind Wo alle alle Leute die wissen dass wir da wohnen aber denken wenn sie auf die Insel drauf treten dass der Vulkan dann ausbricht weil sie den Gott irgendwie erzürnt haben oder so Also es ist so eine Tabugegend in der wir sind Ja Finde ich gut Nina Stimmt dir das ist das auch für dich gut Ja das klingt doch nett Und jetzt müssen wir das wieder zusammenbringen in einer knackige der wütende Vulkangott Ja Dann Ist das gestrandete Besucher in den Vulkan Opfern Ja Gewalt gegen Tiere Ja Wir müssen noch drei Dinge opfern Ja du hast recht Genau Der dritte Aspekt Der dritte Aspekt ist komplett frei Da können wir jetzt irgendwas hinzunehmen und sagen Ah ja das sollten wir unbedingt auch noch haben Und vielleicht finde ich ist unser drittes Auge außergewöhnlich genug dass wir da einen eigenen Aspekt für machen oder wollen wir lieber etwas über die Landschaft oder die Art des Zusammenlebens machen Wir hatten auch noch was Ich schaue vielleicht sogar tatsächlich in die Lions and Wales Liste und was für Enthusiastik Konsent wir da noch haben Sind wir denn so ein Weltuntergangskult eigentlich Wenn wir eine Vision hatten dass die Welt untergehen wird dann ist das ja immer noch so also dann wissen wir ja dass keine Ahnung in x Jahren alles zu Ende ist Denken wir denn wir sind irgendwie keine Ahnung geschützt dadurch dass wir auf der Insel sind und unsere Community sind dass wir die einzigen sind die das überleben werden oder sowas in der Art Oder dass wir sogar eine Möglichkeit hätten das zu stoppen wenn die uns zuhören würden aber die haben uns ja verstoßen deshalb sagen wir denen das jetzt nicht mehr und benutzen das nur für uns oder sowas in der Art Oder wird die einfach untergehen und es gibt nichts was man da drüber machen kann und wären wir irgendwie mehr so resignierte Leute die da im Dschungel drauf warten dass die Welt dann endlich untergeht Also ich muss sagen ich fände es fast reizvoll wenn wir nicht das Standard-Sekten-Ding machen wo wir die Außerwählten sind die durch das Auge gezeichnet sind und deswegen und deswegen werden wir überleben ich fände es tatsächlich ganz reizvoll wenn uns völlig klar ist dass die Welt untergeht und wir dann auch alle sterben werden und wir eigentlich nur bis dahin friedlich unsere Ruhe haben wollen ohne schon vorher umgebracht zu werden oder? Ja finde ich cool zu profan Ich finde es auch schön wenn der dritte Aspekt nochmal so kommt also nochmal wirklich unabhängig ist von dem wir wissen vom Ende von den anderen beiden so dass es wirklich eine dritte neue Dimension ist ja also dass wir davon also auch nichts vom Auge oder sowas weil das das können wir glaube ich alles mit dem Wissen vom Ende noch machen aber wir haben zum Beispiel noch Drogensbrauch was wir gerne hätten im Spiel und Sexualität wächst einfach irgendwas hat Psychedelisches auf der Insel Genau also Romanzen Religion haben wir schon drin Polizeigewalt haben wir auch noch drin aber das machen wir über die Figuren denke ich mal wenn wir das wirklich wollen und genau also ich wir könnten genau wir könnten was mit Drogen machen mit mit euphorisch machenden Drogen ist das was was euch interessiert? Interessiert euch? Internet jetzt nicht ja zu sagen Nein das ist ganz schlimm das würde ich niemals tun ähm ja könnte das vielleicht irgendwie sowas sein wie das dass wir irgendwas regelmäßig konsumieren was uns schon abhängig gemacht hat wenn die Ernte davon bedroht ist dass das dann halt schlimm wäre wenn wir das nicht regelmäßig konsumieren können weil wir dann alle Entzugsentscheidungen hätten oder sowas so eine Art ja es kann ja auch sein dass die Visionen super schrecklich sind weil das irgendwie schlimme Bilder sind und dass man die normalerweise öfter hätte und wenn wir diese Drogen nehmen haben wir die nicht so oft zum Beispiel oder sowas ja aber die macht uns halt auch abhängig und deshalb müssen wir die halt regelmäßig müssen wir die anpflanzen dafür sorgen dass wir immer genug davon haben und die halt regelmäßig auch benutzen und wenn die Erde kaputt geht oder so dann wäre das halt scheiße ja ja sollen wir eine die Rauschgurke dass die auf der Insel angebaut wird von uns dass weniger bescheuert heißen das muss ich immer lachen ja wie wär's mit die DSA Drogen heißen alle so bescheuert ne schwarzer Lotus schwarzer Lotus das ist cool das ist cool ne ne duf ich kenne jetzt eher die Rauschgurke als ich werde so oder so lachen die Rauschbohnen Rauschbohnen das wächst denn an einem Hang von einem Vulkan wie wär's denn mit so einer Art mit so Trauben oder sowas die auf so Vulkangestein ganz gut wachsen ja Rauschtrauben klingt auch gut aber wir können auch Gewalt gegen Tiere reintun und Raupen essen die guten Feuertrauben ja Rauschrauben Rauschrauben ja sollen wir sollen wir Raupen essen ja ich bin voll dafür dann essen wir die Feuerrauben essen oder lecken lecken ja die wachsen irgendwie so relativ oben beim Vulkan da wo es noch warm ist oder so oder vielleicht muss man sogar ein bisschen reinklettern um die einzusammeln aus den Hängen oder so vom Vulkan da wo es warm ist ja leckende Feuerrauben die Kröten oh yes das sind das klingt gut und das sind die die berauschenden Feuerrauben ist dann der Aspekt oder damit wir uns das merken können hervorragend ja lol sehr schön und das ist wieder der Moment wo man weiß dass man das nicht hätte wissen können bevor wir angefangen haben ja sehr schön dann gibt es Community Questions und da würde ich sagen lass uns die einfach der Reihe nach jeder von uns eine nochmal durchgehen ob wir ein gemeinsames Verständnis haben wo kamen wir her wie kam es dass wir uns aneinander kannten sind wir uns da einig wo wir herkamen ist eben aus Aventurien wir müssen das nicht näher klären es ist doch schön wenn wir nicht alle aus der gleichen Gegend kommen sondern tatsächlich dass es an verschiedenen Stellen auf dem Kontinent passiert ist und wir durch die Visionen zusammengefunden haben ja oder ja aber wir müssen halt vorsichtig sein dass wir nicht schon zu viel unterschiedliche Sprache mitbringen das stimmt das ist ein guter Punkt das sollten wir nicht aber aus dem gleichen Bundesland oder Land oder so aber aus verschiedenen Ecken vielleicht ja das ist ein guter Kompromiss ja gibt es eine Handelssprache in Aventurien ja die sprechen wir dann einfach das ist Kareti das ist zufällig Deutsch schon praktisch jetzt ja was hätten wir sonst gemacht ja genau dann kamen wir schon alle irgendwo aus Mittelaventurien aber ja ich mag irgendwie haben wir trotzdem diese Vorstellung dass wir uns nicht vorher irgendwie schon kann und das gleichzeitig irgendwo passiert ist sondern auf einmal da vielleicht in verschiedensten Nachbarstädten auf einmal diese Leute auftauchten genau ich meine wir sind ja schon 20 Jahre jetzt weiter insofern sind das sowieso nur die alten Leute die davon erzählen dass sie sich mal kennengelernt haben dass es überhaupt da draußen Städte gibt und so ja wie sieht wie sieht unsere Siedlung aus also jetzt vom Setup so was macht es schwierig die aufrecht zu erhalten ich finde diese Holzhütten die auf so ganz großen Holzstählen stehen und dann kommt immer die Flut und dann ist die am Wasser und wenn die wieder weg geht dann hat man sozusagen diesen Platz zum Strand die finde ich total cool weil die voll hübsch sind also praktisch so eine Holzhütten-Siedlung mit verschiedenen Stegen dazwischen wo halt manchmal das Wasser dann bis ran reicht und manchmal nicht sowas in der Art vielleicht und Baumhäuser hast du euch das allen oder es gibt ja fantastisch ich will da jetzt gerne wir träumen uns schon wir träumen uns schon weg ja genau will das sein jetzt naja und ich kann mir dann vorstellen dass das schon so Salzwasser und so dass das was dass dieses Holz immer marode wird und dass man das ständig wieder neu machen muss und dass die Natur sich wieder zurückholt immer auf dem Vormarsch ist ja das ganze Land ist irgendwie sehr sehr rau also auch da auf den wir müssen ja regelmäßig den Balkan hoch da bauen wir wahrscheinlich ja auch Sachen an weil es einfach sehr fruchtbarer Boden ist und auch da wenn dann doch wieder irgendwo irgendwelche Schwefeldämpfe rauskommen oder vielleicht sogar ein bisschen Lava dann rafft es wieder irgendwelche Felder dahin und so ich stelle mir das schon vor dass es so eine so ein rough environment irgendwie ist gut und wo verbringen wir denn unsere private Zeit gibt es Orte wo man als Gemeinschaft zusammenkommt ein Wasserfall vielleicht mit einer Höhle dahinter Wasserfälle haben immer eine Höhle dahinter wo irgendwie leuchtendes Moos drin ist oder eine Lichtung oder genau ein ganz großer Baum mit einer Lichtung oder so also die Wasserfall mit Höhle ist dann sicherlich ein romantischer Ort oder ja auf jeden Fall was haben wir noch für einen Ort können ja jeder einen machen dann haben wir ein bisschen Auswahl hätte gerne einen Zeremonienort der ist natürlich auf dem Vulkan oder das dritte Auge auch genannt und das ist ein ein Nebenschlot des Vulkans wenn dann noch ein was des Vulkans so ein Schlot also auch so ein Ausgang aus dem Vulkan wo früher mal Lava rausgenommen aber ist jetzt so ein tiefes Loch da machen wir Zeremonien möchte noch jemand einen Ort beisteuern und private Zeit verbringen kann oder auch als Gemeinschaft ich glaube es gibt im Meer ein Stückchen raus sodass man schwimmen muss eine 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 Felsgruppe die aus dem Meer auslagt und die sich hervorragend zu meditieren eigentlich sehr schön Ja das ist doch gut und vielleicht ein Ort wo so Recht gesprochen wird oder sowas oder ist das der Zeremonienort Ich finde das auf dem Vulkan oder auf diesem Nebenschlot oben eigentlich sehr schön muss ich sagen Ja das ist einfach direkt der Vulkan Ja genau 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 Ja Ach der Vulkan hat doch bestimmt genau so drei so drei Spitzen sozusagen Ja deswegen auch das dritte Auge So wer hat Der kann nicht so hoch sein so oft wie wir da hochlaufen Wer hat denn hier das Sagen also gibt es irgendwie eine Gruppe von den 200 Leuten die irgendwie die bestimmt oder machen alle alles gemeinsam muss man ein gewisses Alter haben um mitzubestimmen muss man das dritte Auge haben also haben vielleicht Kinder das gar nicht unbedingt Das finde ich cool Das finde ich auch gut ja Es kann natürlich so eine Priesterschaft auf jeden Fall auch geben wenn wir das wollen die so quasi aber man muss nicht okay muss auch gar nicht alles gut aber das dass nicht alle das dritte Auge haben finde ich gut Ja Vielleicht sind ja auch Angehörige mitgeflohen und Ich würde also ich würde sagen dass nur Leute irgendwie regieren können und dass dann sozusagen jetzt halt die Leute die das Auge nicht haben so ein bisschen ausgegrenzt werden Ja Ich finde immer so ein Rat eigentlich ganz cool ich weiß nicht ob das einfach die Ältesten sind oder ob der irgendwie gemeinschaftlich ich weiß nicht ob ihr irgendwas Demokratisches haben wollt oder irgendwas nicht Demokratisches Ja also bei 200 Leuten ist das ja eigentlich können ja auch einfach alle zusammenkommen Ja Das ist einfach so ein riesiges Plenum und einer ist halt einfach nur der Wortführer und dann stimmen immer alle ab oder Ja vielleicht also wir werden wir können noch bei der bei der Charaktererschaffung kann man ja auch einfach den Anführer spielen und dann haben wir einen Anführer Die letzte Frage ist für wen ist das Leben am härtesten in der Siedlung und warum also wer hat am meisten Für die Leute die kein Auge haben kein drittes Auge Die Arbeit die haben wahrscheinlich auch die härtesten Jobs das sind wahrscheinlich die die irgendwie zum Beispiel die Feuerraupen ernten müssen und das ist halt da ist man irgendwie sehr in der Nähe von irgendwelchen irgendwelchen Schloten wo Gase rauskommen und so die wäre das ist ein sehr sehr gefährlicher Beruf und deswegen machen wir nur die oder ist euch das schon zu Ne ist super also die Feuerraupenernte die finde ich sehr cool so wie die die Perlentaucher sind die Feuerraupenernte ja ja jetzt stehen wir vor der großen und schwierigsten Frage überhaupt wie heißt unsere Community also die Inseln von Maraskan heißen ja alle so mit Etlaskan und Yilaskan und so mit Kahn hinten dran ja genau vielleicht das wahrscheinlich ist uns das ist uns das Okulistan schon zu cheesy oder Okulistan nein ist doch super eigentlich und weil wir brauchen nämlich noch das ist jetzt nur der offizielle Name und entscheidender und viel wichtiger und das was wir aufschreiben ist nämlich der Name den wie wir unsere Siedlung nennen sozusagen der Spitzname das wie wir auf unsere Gemeinschaft uns beziehen auf als Ganzes also wie wir unsere Insel nennen oder wie wir uns als Volk oder Menschengruppe nennen als Menschengruppe also unsere Siedlung so der Spitzname unserer Siedlung also das kann auch was Cheesiges sein das kann was Herabsetzendes sein weil wie sich das so entwickelt das kann mit einem der Aspekte zu tun haben mit allen dreien das kann sich auf das Ende der Welt beziehen die letzte Zuflucht sowas in der Art und dann die letzte Zuflucht wird dann Zuflucht und aus Zuflucht wird dann zu und dann hat man den Namen sowas da fängt man schon an mit Sprache zu spielen weil keiner hat Bock immer die letzte Zuflucht zu sagen ist ja viel zu lang man kann natürlich sagen dass man dass am Anfang irgendwie immer von der Vulkaninsel geredet wurde und irgendwann wurde da nur noch Kahn draus ich weiß ich bin wieder irgendwie bei den bei den Inselnamen Vulkan wird Kahn ja ja ich finde es kann noch mehr die die Leidenschaft der Gründung widerspiegeln ja da muss noch irgendwie muss noch was die Flucht die damals als wir da angekommen sind das ist ja irgendwie so wenn wir da hingehen mit der Gewissheit dass die Welt sowieso untergeht es ja mehr so wie der Ort zum Ausharren oder der Ort wo man den Frieden die letzten Jahre verbringen kann oder sowas in der Art ja gerade sehe ich auch diese 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 Pfähle und dass wir da auf dem Wasser im Grunde genommen leben vor uns kann mir auch vorstellen dass am Anfang das für viele sehr ungewohnt war so auf dem Wasser zu leben und auf überwackelige Brücken zu gehen in Häuser zu klettern also auch so sowas kann sehr prägend sein dass man immer sagt hier die die Bretter Landschaft oder sowas zum Anfang und daraus wird dann einfach in den Brettern Wallstadt äh äh der Hochsitz das stimmt ich bin auch ich glaube ich finde es auch fast schöner wenn wir da irgendwas mit den mit den maroden Pfahlbauten machen der Vulkan ist schon so präsent hey Katze ist hier die Katze ist hier sage ich achso ja ich ja auch was Herabse sowas immer nach was Marodes nach was stinkendem Holz riecht oder sowas nach verrottendem Holz die Holzburg oder die letzte Festung oder irgendwie sowas in der Art weil es ist ja keine Festung aber es ist irgendwie so der letzte sichere Ort den wir gefunden haben äh ja die Holzfeste oder so oder die Feste also ich finde die Festung finde ich insofern ganz charmant weil es so dass die Bauweise das Gegenteil ist und auch das ist ja oft so dass die Leute dann sagen ja das ist unsere Feste guck dir das Ding an das ist jetzt unsere alle haben von der Feste geredet und jetzt guckt euch das an das wir hier gebaut haben ja genau und dann hört man irgendwie so wenn man noch auf dem Festland ist ja du musst zur Feste da hast du es voll sicher und man stellt sich wie so eine massive Burg vor und kommt dann da an was ist das denn so kann man ohne Feinworten ja die Feste finde ich auch tatsächlich schön muss ich sagen ja gefällt mir auch Nina wie geht es dir damit ja so gut die Feste ha die Feste sehr schön gut dann dann haben wir den Punkt erreicht dass wir uns Figuren erschaffen dürfen und dazu gehen wir mal gemeinsam auf das andere Dokument das Cards Template Dokument ich kann eben mal drauf zeigen wenn ihr wissen wollt was ich meine das das hier meine ich und da gibt es in den ersten beiden Spalten sind die Figuren die man spielen kann dann Celebrity Mediator und der wichtige Punkt ist bei den Figuren ihr seid eine wichtige Stimme wir spielen jeder eine Persönlichkeit jemand dessen Stimme gehört wird auf ganz unterschiedliche Weise das kann die Kräuterhexe sein die ihren Patienten Sachen zuflüstert da hat man auch was zu sagen auch wenn man nie öffentlich die Stimme erhebt das kann aber auch die Bürgermeisterin sein oder die der Künstler der auf der Straße auftritt und die Mächtigen aufs Korn nimmt also das sind ganz verschiedene Möglichkeiten wie man Stimme sein kann aber daher stimmt das hat jemand schon eine Präferenz nehmt euch einfach was ihr wollt es ist ja eigentlich genügend Auswahl da was heißt Silot ja das sind so Dinge die ich auch nochmal nachschlagen muss Fanatiker sowas sowas so religiöse Fanatiker oder so ja ich glaube auch ja genau ich guck's mal nach ist auch lustig dass es Leader und Ruler gibt's das nicht das gleiche ja der Ruler ist eher so der oberste Richter also der Leader ist mehr so der Wortführer aber also sind wir denn jetzt so dass wir immer über alles abstimmen und der Leader wäre einfach nur die Person die am meisten über Sachen redet und halt diese typische Person die irgendwie immer die Initiative ergreift und zu allem eine Meinung hat aber nicht per se irgendwie mehr Stimmrecht hat oder so also wenn du oder wie derjenige der Leader nimmt der entscheidet das wie wir das haben in unserer Siedlung weil das scheint ja das Feld zu sein für das du dich interessierst also ach so nee hä nee wie wir haben wir haben das noch nicht festgelegt und es würde einfach der Spieler festlegen wenn der den Leader spielt wenn einer den Leader spielt ah ok ok alles klar also Siele sind Eiferer so Fanatiker Eiferer und Scrounger sind ja glaube ich so Leute die so aus allem alles machen können Schnorrer genau Schnorrer ja sehr schön voll gut das ist schon auch reizvoll ja genau also ich glaube ich nehme mir den Magician und dann gehe ich hier drauf und drücke auf Copy und dann wechsle ich das in das andere Sheet und kopiere mir den rüber und dann sehe ich auch was da drauf steht und wenn ich feststelle das passt mir doch nicht was da drauf steht dann lösche ich das wieder und wähle eine andere Sache aus bei dem Magician steht jetzt zum Beispiel no one understands how you accomplish what you do you have your secrets people talk to you when they have exhausted all rational options Moment wie kannst du sehen was auf der Karte drauf steht du kopierst die du klickst die an machst rechtsklick drückst du auf kopieren und dann in das andere Dokument in die feste kopierst du das rein ich kann auch nochmal mein Screen über den ganzen Bildschirm teilen dann sieht man was da passiert ist wo ist welches andere Dokument das Dialect Board ich habe es jetzt gerade geteilt in den genau also wir haben das mit den Karten und dann haben wir noch das wo wir jetzt unsere Aspekte aufgeschrieben haben irgendjemand ist der Scrounger ja ich liebe Eugle sehr mit dem Scrounger muss ich sagen sehr schön aber wenn das hä ich kopiere das jetzt einfach hier rein und gucke mir das an genau ich glaube der Scrounger könnte nämlich tatsächlich so jemand sein der Feuerraupen erntet da bin ich ja total überzeugt von ja genau aber ich kann mich auch mit vielen anderen Sachen anfreunden wenn jemand den Scrounger gerne haben möchte ich gucke mir erst mal ein paar an genau ist gut dann haben wir ein paar Minuten drauf das ist das was unten steht in so einer serifenfreien Schrift das hat nichts mit meiner Farbenblindheit zu tun dass ich das nicht erkennen kann aber ich gucke das auf einem uralten Monitor wo man das wirklich nie sehen kann ja genau der Magier hat nicht nur dass er sich mit diesem Aspekt identifiziert sondern er hat auch noch ein ein Geheimnis was mit diesem Aspekt verbunden ist wir sind aber wir spielen ganz transparent also ich sage euch selbstverständlich das Geheimnis und dann schreibt man auf wie man sich zu den Aspekten verhält den Aspekten kann ich ja mal rauschende Feuer Augen haben wir wir haben rückender Vulkangott und das andere war das Ende der Welt das Wissen um das Ende oder wir wissen vom Ende der Welt ja das kann ich nämlich dann mal reinkopieren bei euch dann macht das oh ja dankeschön also einfacher das passiert Feuerraupen solltet das sein ich frage mich auch gerade was die Feueraugen sind ich habe mich vertippt ja Raupen ich habe zu viel geleckt glaube ich ja viel an den Raupen geleckt können wir das einfach da reinschreiben unser Relationship dazu genau gehen wir es reihum sprechen wir es irgendwie durch und gucken ob alles zusammenpasst und alle alles mögen und so oder wie ist das ganz genau so machen wir es gut ich schaue nochmal genau was zu tun ist also genau wichtig ist ihr habt alle eine wichtige Rolle ihr seid alle eine Stimme auf die gehört wird aber eben wie gesagt auf ganz verschiedene Art und Weise Mund-zu-Mund-Propaganda im Hintergrund oder eben ganz öffentlich auf dem Dorfplatz und dann ergeben sich die zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie automatisch das ist ganz eigentlich ganz spannend ich mache nochmal den Bildschirm frei dem Board und kann jetzt alle anderen hier löschen genau jeder hat eine Rolle gefunden oder okay okay Also, berauschende Feuer, beraupen. Was, warte, ich habe es nicht, was tue ich jetzt bei Description rein? Eine kleine Beschreibung deiner Figur. Also, kann wahrscheinlich sowas wie eben Vorarbeiterin der Feuerraupenerntenden. Genau. Wahrscheinlich die Boxen so ein bisschen verschieben und größer machen, oder? Oder die Schrift ganz winzig klein. Ich schreibe jetzt schon viel zu viel, merke ich. Ja. Ich brauche schon der Feueraugen. Ich muss mir auch noch einen Aspekt aussuchen. Und ich sehe... Lina ist das Sage. Hallo. Wollen wir die Boxen da vielleicht oben nebeneinander arrangieren und dann größer machen nach unten? Na, wir müssen noch ein bisschen Platz für die Karten brauchen. Oder wir brauchen noch Platz für die Karten. Okay, nee, dann nicht. Hast du recht. Ich muss noch ein bisschen Platz machen. Ach, wie nehme ich denn jetzt Identity as Secret? Gucken, was habt ihr denn da? Was müsst ihr denn machen? Ah, wie vorreist du jetzt? Lieder. Okay. Also bei euch stehen wahrscheinlich auch so Sachen, was die Aspekte noch weiter ausgestaltet. Also bei mir ist zum Beispiel das Ding, dass einer der Aspekte nur knapp, also halt Scars ist. Und da hätte ich jetzt die Feuerraupen genommen, von denen es vielleicht nicht genug gibt. Ja. Aber das können wir vielleicht gleich einfach nochmal bequatschen. Dann nehme ich... Genau. Ich habe die... Als Magier hole ich mir den Feuer, den Vulkan-Gott. Und dann gibt es diesen wichtigen Punkt, people talk to you, dot, dot, dot. Und das ist ganz gut, wenn man den auch noch irgendwie aufschreibt kurz. So ein Ding? In der Charakterbeschreibung steht dieses people talk to you when. Das ist people talk to you when they have exhausted rational options. Und das ist manchmal ganz hilfreich. Yes, yes, yes. Das ist sehr hilfreich, wenn man jemanden anspielen will oder sich selber überlegt, warum könnte jemand zu mir kommen wollen. Ich könnte schlau sein und dachte, ich kann das copy-pasten. Ja, leider alles Screenshots. Habe ich jetzt aufgelacht. Genau. Weiß jemand, wie das Zoom das arrangiert bei der Aufnahme mit Screensharing? Also will sagen, muss ich irgendwie die Leiste mit den Videobildern irgendwo hinschieben, dass man alles lesen kann und so, damit es die Leute, die es nachher angucken, sehen können? Ich glaube, das macht es von selber irgendwie, ne? Ja. Okay. Wir brauchen Platz. Alt weiß alles kann nichts, das ist eine großartige Description. Danke schön. Wie sagt man denn, abused auf Deutsch? Missbraucht? Missbraucht? Hast du noch Missbraucht? Ja. Meine ganzen Lab-Wörter sind alle auf Englisch. Ja, so ist man geformt. Weil ich fast nicht auf Deutsch will. Ja, genau. Wollen wir die Charakter-Namen irgendwie alle so ein bisschen ähnlich machen? Ja. Also nicht ähnlich, aber so, dass die so klingen, als ob die aus dem gleichen Land kommen würden. Was sind da eventurische Namen? Wenn die so ein bisschen mittelalterlich, aber exotisch klingen. Also, so eher Herr der Ringe-Style. Okay. Das ist typisch, typisch Aventurien. Gerade die Mittelreich-Sachen sind auch so ganz Fendel-Alter-mäßig mit irgendwie, weiß ich nicht, ne? Die Sieglinde oder sowas. Keine Ahnung. Ich heiße jetzt mal Forum-Teil. Ich lege damit mal ein bisschen vor. Ich würde da jetzt üblicherweise einfach in irgendeine meiner Spickzettel-Aventurischen Namenslisten reingucken. Das ist hier vielleicht gar nicht unbedingt nötig. Rudale mag ich. Wenn die, wenn wir schon sozusagen Zweit- oder Drittgeneration sind, dann können sich ja unsere Eltern ja auch schon irgendwie inselspezifische Namen oder so ausgedacht haben. Ja. Ich bin nicht böse, aber die Narben sind alle total doof. Aus der Liste? Tauf mich gerne um. Ich habe da kein Problem. Was? Nein, nicht eure. Ich google gerade nach Fantasy-Namen aller Herr der Ringe. Ja, furchtbar. Okay. Also der Vulkangott ist schon Ingrim, oder? Er heißt Ingrim, ja. Okay, ist klar. Ich hoffe, er hat einen, der ist ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie wäre es denn mit Thistle? Das ist ein Pixie-Name und für Männer ist mir aber egal. Ich finde das klingt gut. Sehr gut. Das ist noch krass. Vielen Dank. Philipp? Philipp? Über was reden die Menschen mit dir? Die kommen zu mir, wenn sie Stoff brauchen, habe ich mal so gedacht. Weil die Feuerrauben sind ja knapp. Und wenn man dann gerade irgendwie mehr Stoff braucht, dann kann ich besorgen. Mit dir redet niemand, du besorgst Sachen. Die reden ja dafür mit mir. Die kommen dann zu mir und sagen, dass sie das ganz dringend brauchen und bieten mir irgendwelche Dinge an. Ich habe Schriftgröße 11 gemacht. Also ich kann es noch lesen auf meinem Rechten, aber... Ich auch. Bei mir geht es auch. Bei mir geht es auch gerade so noch... Bei mir geht es nicht, aber ich kann ja na dran. Wenn ich nach oben schiebe, dann seht ihr mich immer nur so beim Lesen. Ist das zu bescheuert, wenn ich meinen Charakter einfach Lava nenne? Nee, das klingt gut. Das klingt gut, ja. Das ist ein großartiger Name. Dann nenne ich meinen Charakter Lava. Cool. Mein Vater hat ja auch die Siedlung gegründet. Er hat mir dann einfach einen super fancy epischen Namen gegeben. So, hier Kind, das ist jetzt deine Insel. Du heißt jetzt Lava. Sei wie die Lava. Liese. Da mache ich den Hang hinunter. So, genau. Also macht eure Figuren. Facettenreich, aber realistisch. Und sie sind also verschiedene im Konflikt miteinander stehende Ansichten über die Feste. Gut, das sind alle soweit. Nein, ich ändere meinen Namen nochmal. Ich habe gerade Common Old Lady Names gegoogelt. Und habe was gefunden, das vielleicht auch zu euch passt. Das macht mich nicht völlig an. Wer ist mit Eleonora? Schön. Guter Name. Naja. Die Leader Card kann ich auch löschen. So, dann stellen wir doch unsere Charaktere vor als nächsten Schritt. Ich fange mal an. Ich bin Vorontal. Ich bin ein junger, schöner Mann mit dem dritten Auge. Versteht sich. Trotz zweiter Generation. Die Leute kommen zu mir, wenn rationale Lösungen nicht mehr helfen. Die Feuerrauben sind für mich Lustgewinn. Für uns junge Leute, wir lieben das. Unsere geheimen Orgien in der Höhle beim Wasserfall, wenn wir an dem Sekret der Feuerraupen lecken, lutschen. Hoffentlich kommen wir immer an unseren Stoff. Der Vulkangott, der wütende Ingrid, mit dem kann ich sprechen. Und er beherrscht uns. Und ich kann ihn beeinflussen für euch. Und mein Geheimnis ist, dass ich ihm am Ende gehorchen werde. Und tun werde, was er verlangt. Auch wenn ich ihn vielleicht in Kleinigkeiten tatsächlich beeinflussen kann. Immerhin bin ich ja der Magier. Ach, das Wissen vom Ende. Das ist doch eine Legende von den Alten. Das ist doch schon alles schon lange her. Dem Aspekt stehe ich. Also konträr gegenüber. Dagegen ist für mich der einzige, mit dem ich mich wirklich identifiziere, das ist der wütende Vulkangott. Philipp, wer ist denn unser Scrounger? Genau, ich bin Rudane. Ich bin die Vorarbeiterin von den Leuten, die diese Feuerraupen ernten. Auch jung, zweite Generation, tatsächlich auch kein drittes Auge. Sehr anpackende und pragmatische Persönlichkeit. Und ja, da ich natürlich halt diejenige bin, die diese ganzen Feuerraupen-Ernte-Arbeiten so ein bisschen koordiniert, komme ich natürlich auch immer an Feuerraupen ran. Feuerraupen sind knapp. Alle wollen Feuerraupen. Die jungen Leute, aber die alten natürlich auch. Und deswegen kommen auch häufiger mal Leute zu mir, ein bisschen unter der Hand, wenn sie mal wieder neuen Stoff brauchen. Denn ich kann natürlich immer was besorgen. Gegen eine Gegenleistung, versteht sich. Genau, insofern ist der Aspekt, dem ich am nächsten stehe, sind natürlich die Feuerraupen. Die sind meiner Meinung nach auch das, was überhaupt unser Leben hier erst lebenswert macht. Und mir ist auch klar, wer die Feuerraupenversorgung kontrolliert, der kontrolliert letztendlich die Feste. Ingrim gegenüber, ich bin sicherlich nicht die religiöseste Person, die es hier so gibt, aber mit Ingrim stehe ich natürlich gut, denn Ingrim ist selbstverständlich der Gott, der die Feuerraupen erschaffen hat. Insofern sollten wir ihm dafür auch dankbar sein. Dass Leute da irgendwie jetzt meinen, mit ihm reden zu können oder was auch immer, da halte ich jetzt vielleicht weniger von. Klar sollte man den nicht verärgern, aber der macht eh, was er will. Und das Beste, was er für uns tun konnte, hat er auch schon getan. Mit dem Wissen vom Ende habe ich tatsächlich nichts am Hut. Das sind alles so Geschichten von früher. Ich habe kein drittes Auge. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was die Leute irgendwie meinen, wenn sie da von irgendwelchen Visionen und dem Ende der Welt sprechen. Das ist alles doch irgendwie Blödsinn. Wir sollten unsere Zeit hier genießen. Die Feuerraupen sind das, was dazu hilft. Was vorher in der Welt war, ist mir eigentlich total egal. Da haben wir nichts mehr mit zu tun. Ja, ich glaube, wir können uns verstehen. Ja, und wer ist unser Sage? Nina? Ja, die Ilonora ist unglaublich alt. Sie kann sich also noch an die Anfangszeiten erinnern. Also als Kind ist sie wegen ihrem Auge noch nicht aufgefallen, aber das liegt auch mittlerweile so weit zu, wie ich da noch einmal erkannt. Woran sie sich dagegen erinnert, sind die Anfangszeiten, als die Politiker anfingen, Warnungen, die nicht nur von Mitgliedern des Dritten Augenblick hatten, sondern auch von anderen, weiß ich nicht, Wissenschaftlern oder Explorern, in den Wind schlugen und sich stattdessen politisch ihre Machtstellung sichern wollen und damit das Ende der Welt eingeleitet haben. Wie auch immer, das gehört zu ihrem Geheimnis. Feuerraupen mag sie sehr gerne. Sie ist jetzt mittlerweile alt genug, dass sie es satt hat, sich zusammenreißen zu müssen und einem gut. Wenn man eh nicht viel machen kann, also wie sie sieht, dann kann man Feuerraupen rutschen. An den wütenden Vulkangott glaubt sie nicht. Das ist absoluter Humbug und entwert jeder wissenschaftlicher Grundlage. So, das hält sie zu albern. Und das Wissen, wie gesagt, kommt vom Ende der Welt. Das hat sie und das teilt sie auch immer gerne mit allen. Sie kann verdammt gut Geschichten erzählen und zeichnen kann sie auch. Also wenn kleine Kinder kommen und sich Geschichten von ihr anhören wollen, dann kann sie das nicht nur wunderbar in Jugendersprache rüberbringen, sondern auch die Zeichnung dazu anbieten. Wissen vom Ende. Er wird nicht an den Vulkangott glauben. Na, das ist ja was. Die Feuerraupen heilen uns. Und wer ist unser Lieder? Das ist Lava. Das ist die Tochter vom Gründer von der Feste, die sich verantwortlich fühlt für das Wohl der Siedler und das Fortbestehen der Siedlung. People talk to her about what to do next. Die berauschenden Feuerraupen toleriert sie, weil sie weiß, dass die Leute das halt brauchen, um mit den Visionen klarzukommen. Aber sie findet das nicht gut, weil die halt die Sinne benebeln und schon öfter mal Leute in den Vulkan gefallen sind oder wie von der Flut mitgenommen wurden, wenn die voll durch waren. Und das finden sie natürlich nicht so gut. zum wütenden Vulkangott. Ihm muss gehuldigt werden und geopfert werden, um den Schutz der Insel zu garantieren. Sie verehrt den Gott auf jeden Fall, aber sie fürchtet sich auch vor ihm und davor, was passieren könnte, wenn man ihn verärgert. Das Wissen vom Ende ist eine absolute Wahrheit. Es ist so, es wird so sein und wir können nichts daran ändern. Wir müssen die verbleibende Zeit nutzen, um zu leben und glücklich zu sein. Einer hält den Laden hier zusammen. Sehr schön. Ich laber. Genau. Pronomen haben wir noch nicht aufgestellt. Könnt ihr die Namen zu euren Charakternamen ändern? Sonst merke ich mir das, glaube ich, nicht so. Das wäre einfacher, wenn ich die hier lesen kann. Im Zoom. Bei diesen drei Punkten oben in der Ecke. Ja, aber gerne doch. Ja, das ist eine gute Idee. Cooli, cooli, cooli. Und da. Da bin ich. So, jetzt sind wir transformiert. Wunderbar. Jetzt gucken wir noch mal, was haben wir für Beziehungen jeweils zu den anderen. So ganz grob, damit wir ein Gefühl haben. Und das ergibt sich ja eigentlich durch die Aspekte. Also ich sage mal, wenn ich mir einfach zu jedem anderen einfach mal einen kleinen Satz sage, wenn ich also Rodane sehe, dann ist die ja natürlich meine Dealerin, aber für die schönen Orgien, die wir machen. Und mit Rodane habe ich einfach ein gutes Verhältnis. Wir sind ja ziemlich einer Meinung. Nur eben, Rodane lässt sich auch gut manipulieren, was den Feuergott angeht. Da kann ich sie um den Finger wickeln. Das ist doch hervorragend. Und eben Einflüsterungen geben. Das ist ganz gut. Und vor Elia Nora muss man Angst haben, finde ich, weil die widerspricht mir in allem, was nur geht. Und nur wenn die so berauscht ist wie ich an den großen Feiertagen, da kann man es mit der aushalten. Da haben wir auch schon schöne Sachen erlebt zusammen. Und dieses Wissen vom Ende, das ist halt doch etwas, was dann doch manchmal mir Angst macht, wenn ich wieder davon höre, wenn die so Sachen erzählt. Vielleicht ist es doch keine Legende der Alten. Jedenfalls, wenn man Leonora zu lange zuhört, dann kann einem Zweifel kommen. Ja, und Lava ist die, die hier bestimmt. Also, die sagt, wo es lang geht. Und dementsprechend sollte man gucken, dass man nicht eher in die Quere kommt. Aber es nimmt die alles viel zu ernst. Ja, das ist meine. Wie geht es denn, Rodane, mit den anderen? Ja, also mit Vorwanteil komme ich sicherlich irgendwie ganz gut klar. Das ist doch einer von den wenigen, die vielleicht nicht so immer darauf abzielen, ob man jetzt dieses alberne, nutzlose dritte Auge hat oder nicht. Wir sind uns in vielen Sachen eigentlich sehr einig. Der versteht, wie die Sachen laufen. Außerdem auch irgendwie guter Kunde. Das ist vielleicht auch ganz praktisch. Denn, ja, wenn ich mal irgendwie was brauche von ihm oder so, dann habe ich sicherlich eine gute Idee, wie ich das vielleicht bekommen kann. Denn der ist wahrscheinlich auch einer von denen, die das gar nicht gut finden, wenn man ihm den Supply an Feuerraupen abdrehen würde. Genau. Ja, Elia Nora ist, ich meine, natürlich ist die auch gute Kundin. Also deswegen halte ich die, glaube ich, im Wesentlichen irgendwie für relativ harmlos. Also die ist halt, wir stimmen sicherlich nicht in allem irgendwie überein. Die erzählt immer Sachen von früher und über das Ende der Welt und so, die ich irgendwie für völlig, also ich für völlig, völlig belanglos halte für unser Dasein. Aber zumindest richtet sie damit ja irgendwie keinen Schaden an. Genau. Ich glaube, mit Lava habe ich ein relativ kompliziertes Verhältnis. Das wird sich sicherlich noch irgendwie auch in irgendeine Richtung so entwickeln. Denn, also natürlich, also Lava ist hier sehr wichtig, denn irgendwie hören alle auf sie und machen auch das, was sie empfiehlt, auch wenn wir ja eigentlich sehr, sehr demokratisch unterwegs sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass da schon mal so ein bisschen Konfliktpotenzial ist, weil sie natürlich auch irgendwie merkt, was ich so mache. Nämlich dadurch, dass ich halt auch so ein bisschen, also dass ich halt versuche irgendwie zu kontrollieren, wer hier an Feuerrauben kommt und wer nicht, ziehe ich ja auch so ein bisschen Macht an mich. Auf eine ganz andere Weise als sie, die sich ja ihr auch gar nicht so, also stelle ich mir so vor, dass ihr das vielleicht nicht so gut in den Kram passt und wir deswegen manchmal so ein bisschen durchaus irgendwie Konkurrentinnen sind auf irgendeine Weise. Trotzdem haben wir wahrscheinlich auch häufig genug mal auf offiziellem Wege irgendwie miteinander zu tun, zum Beispiel, wenn es dann im Rat der Feste mal wieder um die Rechte der Feuerraupenernte geht, wo wir vielleicht dann auch mal irgendwie zusammenarbeiten müssen, weil ich da tatsächlich halt eine Stimme mitbringe, auf die sie dann auch hören muss. Und genauso muss ich auch auf das hören, was sie macht, denn sagt, denn dadurch, dass sie halt so eine gute Stellung hier hat, kann man sie nicht im Gegensatz zu Eleonora einfach wegignorieren. Ja, und Eleonora, wie siehst du die anderen? Ja, also mit... Hab ich, mag ich Humbug? Ja, so kann man euch das... Make them clear, make them fight. Sehr schön zusammengefasst, ja. Also mit Vorontal stehe ich natürlich in hektigen Diskussionen. Wir können sehr gut miteinander streiten, haben aber keinerlei Verständnis für unsere gegenseitigen Meinungen. Einen Kompromiss finden ist absolut nicht möglich, weil es geht unter Wissenschaftsprecher als Röderweg. Und ich glaube, das gilt auch für weise, alte Frauen und Magier. Rudane, auf sie, ist es ein sie oder er? Es ist eine sie. Es ist eine sie. Auf sie bin ich natürlich angewiesen, weil sie mich regelmäßig mit meinen Raupen versorgt, die ich sonst nicht bekommen könnte. Und im Austausch dafür erzähle ich ihr selbst ausgedachte und meinen Eltern übertragene Märchen von früher, die sie nach einem harten Tag der Arbeit vielleicht zu schätzen weiß. Was sie nicht mag, ist, wenn ich anfange, über das Ende der Welt und über alte Zeiten zu sprechen, aber meine Märchen, die ich vermisse immer selbst. Und Lava, ja, ich glaube, sie hört ab und zu auf meinen Rat und kommt auch zu mir, wenn sie irgendwas wissen muss von früher. Ich glaube, dass ich, ich meine, ich bin uralt, ich habe als junger Mann schon geholfen, die Riedlung aufzubauen. Also ich kann heute nicht mehr viel machen, weil ich alt und zerbrechlich bin, aber ich weiß noch, wie es geht. Und bei so praktischen Sachen kommt sie auch und holt meinen Rat an. Wir müssen da nur aufpassen, dass ich mich wieder umschwenke und versuche, ihre Politik zu beeinflussen und sie damit gegen mich aufbringe und hüttend machen. Und zuletzt Lava. Ja, also ich würde mal mit Rudana anfangen. Die passt mir überhaupt nicht in den Kram, weil ich sie super unverantwortlich finde, wenn sie jungen Leuten, die sich nicht kontrollieren können, zu viele Feuerraupen verkauft. Und ich mache sie auch direkt dafür verantwortlich, wenn irgendwer stirbt oder sich wehtut, wenn er das Zeug benutzt. Oh. Oha. Oh. Und? Oh nein. Lava. Komm wieder. Lava ist in den Vulkan gestolpert. Typisch Politiker bringen keinen Satz zu Ende. Philipp? Ja. Ich habe da was geschrieben. Antworte doch bitte mal. Ja, ich bin gerade dabei. Mikrotechnik, sorry. Lava. Lava, wo bist du? Genau. Ihr könnt schon mal gucken, wenn ihr wollt, dass ihr euch Karten aussucht auf der Kartentafel. Nimmt sich jeder nämlich drei Karten. Ich habe einfach schon mal drei genommen. Du hast... Ah, nee, ich bin da unten. Okay. Aus der... Story 1. Story 1, genau, ja. Genau, also die ersten beiden. Und egal, was für welche, also auch irgendwie nicht Kartentyp oder so, ist irgendwie egal. Okay. Genau, ja, irgendwelche. Ja. Die zieht man eigentlich zufällig. Man muss damit leben, was man zieht. Insofern könnt ihr auch relativ zufällig die nehmen, aber man kann natürlich gucken, dass man irgendwas nimmt, was vielleicht cool ist, weil man Lust hat, das mit dem eigenen Charakter zu erzählen. Hey. Was denn? Du hast nur meine Karte weggenommen. Habe ich nicht gesehen? Nehmen Sie mir gerne wieder weg. Ich nehme andere. Nein, Entschuldigung. Nein, alles gut. Ich habe eine andere. Das war eine viel cooler. Die ist weg. Ich bin übrigens total beeindruckt von diesem Template mit den Karten. Das ist ja irgendwie super aufwendig mit den ganzen Layern, dass die alle genau richtig aufeinander gestapelt sind und alles passt und so. Ja, das war ein bisschen aufwendig. Man kann halt irgendwie auch 8 Euro in die Hand nehmen und das Roll20-Template kaufen oder so. Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist, was es für das Spiel gibt. Aber das gab es noch nicht, als ich das vorbereitet habe. Ah, da kommt eine Lava wieder. Ich muss sie aus dem Mötigen holen. Die Lava ist wieder da. Fließt wieder. Lava fließt wieder? Ja, vielleicht. Oh Gott, jetzt bin ich genau dann rausgeflogen, als ich geredet habe. Ja, genau. Und auch theatralisch, als du gerade uns sagtest und zack, warst du weg. Genau. Genau, Rudane. Also, finde ich unverantwortlich, leichtsinnig, geht doof mit dem Leben und dem Wohlergehen von unseren Bürgern um. Aber ich versuche, eine gute Beziehung zu ihr aufzubauen, weil ich mir auch hoffe, dass ich ihr da ein bisschen Vernunft damit einreden kann. Lava benutzt auch Feuerraub, aber halt nicht so viele. Aber sie braucht die schon auch. Könntest du jederzeit damit aufhören, ne? Vorontal finde ich einen jungen Menschen, der vom Leben und von der Realität nichts weiß, nicht weiß, wie scheiße es früher war. Das habe ich zwar auch nicht mehr miterlebt, aber das haben mir halt meine Eltern immer erzählt, als sie noch in der richtigen Welt gelebt haben. Und natürlich wird das Ende der Welt kommen. Also daran zu zweifeln ist es halt, so wie daran zu zweifeln, dass die Sonne existiert. Das ist halt vollkommen absurd. Aber sie hat halt auch, sie hat Angst vor ihm, weil sie findet, dass er unberechenbar ist. Und sie weiß, dass er eine gute Beziehung zum Vulkangott hat und hat halt, genau, also er ist so ein bisschen so eine Wildcard für sie und so ein bisschen, genau. Sie fühlt sich unwohl damit, wie unberechenbar er ist, weil sie denkt, dass er viele Sachen beeinflussen könnte und das auch einfach mal so aus dem Bauch raus entscheidet und das findet sie nicht gut. Elia Nora schätzt sie auf jeden Fall sehr und hält sie auch für sehr weise und wenn Elia Nora ihr einen Rat gibt, nimmt sie den auch sehr ernst und denkt darüber sehr nach und ist natürlich auf jeden Fall eine Quelle für Wissen von früher und für sozusagen Reliable Information und ist auch so, halt so, so wie so eine, auch wie so eine Großmutter für sie auf jeden Fall. Also es ist ja auch, hat auf jeden Fall eine gute Beziehung zu ihr. Außer das mit dem Vulkangott, aber naja, die alten Leute sind da ja manchmal so ein bisschen eigensinnig und dann muss man sie auch so lassen, aber das kann ja nicht jeder perfekt sein. Sehr cool. Hervorragend. Da ist ja einiges angelegt an Potenzial, würde ich behaupten. Sehr schön, ja. Was ihr jetzt macht ist, ihr geht auf die Kartenseite und nehmt euch jeder drei Karten und, boah, das haben wir einfach schon mal gemacht, weil, während du unterwegs warst im Limbus, du nimmst dir einfach auch drei von den Karten und ziehst die einfach rüber unter deinen Namen. Die werden eigentlich im Originalspiel zufällig gezogen, also ich finde das eigentlich aber schöner, wenn man ein bisschen steuern kann, was man da aus der, von dem Story 1 Stapel drei Karten, also von diesen beiden Zeilen oder wie? Ja, genau. Die ersten beiden Spalten sind, aus denen kannst du nehmen. Okay. Und die sind, genau, da kannst du ja gucken, was du auch Lust hast, weil dein Charakter wird im Spotlight stehen, wenn du die Karte spielst. Also etwas zu nehmen, was vielleicht auch für deine Figur sich gut anbietet. Und wo soll ich die hinziehen? So wie bei uns, so unter deinen Namen. Also links daneben. Ah, okay. Alles klar, alles klar. Genau, das ist deine Kartenhand, sozusagen. Okay. Ich verstehe. Kann ich noch wechseln? Ich habe gerade festgestellt, dass ich vielleicht noch eine Karte tauschen will. Mach das. Und mach es schnell, sonst kommt wie Bohrer die Karte. Ja, alles gut. Auch das ist in Ordnung. Das ist so mini klein, ich kann das nicht lesen. Na, du brauchst ja nur die Überschrift lesen, also den Text darunter musst du nicht lesen. Ach so, okay. Den Text darunter, den lesen wir dann, wenn wir die Karte ziehen und dann vergrößern wir die so, dass wir die nutzen können. Also erstmal nur entscheidend, dass erstmal nur die, genau, die Überschrift. Wie gesagt, die werden eigentlich zufällig gezogen und so kann man mal gucken, ob man lieber was mit Sadness haben will oder lieber was mit Money. Ich sehe schon, ist schon so ein bisschen fassend weit. Ich kann die auch so sortieren, dass ihr die später lesen könnt. Die werden dann rüber kopiert in das andere Dokument, wenn ihr die Karte ausspielt. Genau, weil eine Runde ist dann so, dass, wenn man selber dran ist und wir gehen einmal im Kreis rum, ist dann so, dass man sich eine Karte nimmt und die spielt man aus und dann wird ein neues Wort in unsere Gesellschaft eingeführt. Das ist nicht immer ein Wort, das können auch andere Sachen sein. Es gibt auch so Actionkarten, bei denen auch noch andere Sachen passieren und dann wird das befolgt, wie das dort steht, was auf der Karte ist und eine Szene gespielt und dafür gibt es immer so ein Story Prompt. Wir haben auch noch gelieft, was für eine Szene man designen soll, passend dazu. Genau, und das Wort, das machen wir kollaborativ. Und das ist auch schon alles an Vorbereitung. Gucken nochmal in unsere Liste. Genau, und das ist alles, was wir hier vorbereiten mussten. Genau, wir haben die Charaktere gemacht, wir haben unser Setting gemacht, wir haben die Feste, wir haben Namen für unsere Figuren und die so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie die zusammenhängen, wer welche Rolle spielen könnte in dieser Gemeinschaft. Und das heißt, wir können nach einer kleinen Pause von fünf Minuten in das eigentliche Spiel gehen. Wobei, ja, das sagt sich immer so blöd, wir haben ja die ganze Zeit schon gespielt. Ihr wisst, was ich meine. Sollen wir uns um acht nachtreffen oder machen wir es rund und sagen um zehn nach? Sagen wir zehn nach, oder? Zehn nach, dann machen wir sieben Minuten. Genau, dann kann man sich auch vielleicht sogar schon was zu essen machen oder so oder einen Snack holen. Ja. Dann sage ich bis gleich. Bis gleich. Kaum bin ich da, geht auch wieder aufgezeichnet. Genau. Ich habe jetzt nur pausiert. Wenn du getrennte Videos willst, kann ich auch stoppen. Dann bei der nächsten Pause sag Bescheid. Pausieren ist bestens. Gut. Ja. Sehr schön. Ich freue mich sehr auf dieses Setting. Beziehungsweise. Ich bin schon. Ja, das ist großartig, ja. Ich bin auch sehr verwirrt, weil ich merke, dass ich meinen Charakter als männlich denke, wenn ich an seine Vergangenheit denke und als weiblich, wenn ich in der Zukunft bin. Ah. Also, es ist ja auch immer gut, mit gutem Beispiel voranzugehen und nicht gendereindeutige Figuren zu spielen, oder? Ja. Das ist keine Absicht. Und auch in Abiturien gibt es da mehr Optionen als zwei und Wechsel und so weiter, ja. Kommt auch von welche Edition? Okay, ja gut. Das war in den 80ern noch nicht sicherlich, ja. Männlich und, genau, bitte ankreuzen. Ja, genau. Und hier im Spiel übrigens macht man das so, wenn ihr das sehen könnt, wo wir gerade noch nicht vollständig sind. Genau, wir haben das, in der Mitte sieht man dieses Konzept und New Word, das kopiert man sich einfach mit Copy-Paste und schiebt das dann zu dem Aspekt hin, zu dem man das anfügen will. Und Konzept ist dann eben sowas, was auf der Karte draufsteht, sowas wie Special Occasion, das können wir dann gerne übersetzen ins Deutsche und das neue Wort ist dann das, was wir uns ausdenken. So geht das dann. Aber ich fange gleich mal an mit einer ersten Szene und dann müsste das so funktionieren. Und das Spannende ist, die Wörter werden immer an eine dieser drei Aspekte geknüpft und wenn ein Zeitalter dann wechselt, dann vergeht auch richtig viel Zeit. Das können dann Jahre vergangen sein, müssen aber nicht, das werden wir dann sehen. Dann Hallo? Jetzt sind wir wieder da. Ich nehme noch mal einen Happen. Selbstgebackenes Brot. ist so gut. Cool. Wegen Corona oder sonst auch schon? Sonst auch schon. Wir haben tatsächlich in Guatemala damit sogar uns was dazu verdient, indem wir so typisch deutsches Sauerteigbrot gebacken und verkauft haben. Voll gut. Typisch deutsches Sauerteigbrot. Niemand hier macht das mehr. Ja, genau. Leider. Genau. Das wissen die ja nicht. Momentan wieder ganz viele Leute, wenn ich das richtig sehe. Wenn mein Instagram nicht lügt, lügt es? Vielleicht. Genau, also nochmal, was jetzt passieren wird ist, wir machen, wir gehen Reihe um und jeder ist genau einmal dran pro Zeitalter. Es gibt drei Zeitalter, das heißt, jede Figur hat nur genau drei Szenen, wo man im Spotlight ist. Und man denkt sich, die Szene, man framet die komplett selber, wenn man dran ist und man überlegt sich, wer soll da drin sein, wo in der Szene, wo spielt die Szene und um was soll es gehen? Das will ich da erreichen. Aber ganz wichtig, im Gegensatz zu anderen Spielen, das neue Wort muss da drin vorkommen. Also das, was man gerade kreiert hat, wird dort auch im Einsatz zu sehen sein. Irgendwo bildet man das ein. Und Wörter, die schon etabliert sind, die sollen selbstverständlich auch immer wieder auftauchen können. Also wir werden dann sehen, welche Wörter sich dann auch vielleicht durchsetzen, welche sich sogar, während wir spielen, wiederum verändern gegenüber dem, wie wir sie definiert haben. Also das kann, das kann ganz interessante Folgen nach sich ziehen. Jeder hat ja drei Karten. Und wenn man dran ist, das ist so die Kartenhand, wählt man sich eben eine aus und ich mache das als erstes. Ich nehme jetzt also eine Karte von mir. Ich möchte gerne etwas über Traurigkeit oder ein Fillerword oder ein schlechtes Zeichen. Und ich nehme mal das schlechte Zeichen, ein Bad Omen. Ich nehme die Karte und kopiere die in unser Dokument. Dann ist die dort auch schon ein bisschen größer. Ich kann das aber auch gerne der Lesbarkeit wegen noch was größer ziehen. Die wird ja dann nachher wieder gelöscht. Gemacht alles. Jetzt nehme ich das Konzept hier in der Mitte und kopiere das, diesen Kasten hier in der Mitte. Und da schreibe ich als Konzept das, was ich da genommen habe. Schlechtes Zeichen oder böses Zeichen vielleicht. Böses Omen ist vielleicht das Typ ist die beste Übersetzung. Und was jetzt passiert ist, dass wir gemeinsam diskutieren. Ich habe die endgültige Entscheidung und ich moderiere das auch vielleicht so ein bisschen und hole mir sozusagen mehr Meinungen ein in die Richtung, die ich denken möchte. Das ist dann, wenn ihr dran seid, wiederum dann eure Rolle. Ihr habt das dann in der Hand und ich gucke nochmal, was steht da? Ein Symbol für irgendwie Dread. Ein etwas, was uns schon immer besorgt hat über die Zukunft. Aber hier ist etwas, was wirklich in unserer jetzigen Zeit, in unserer Realität verankert ist. This thing anchors it to reality. When we say this word, we feel how fragile the isolation really is. In rot darunter steht a bad omen only some acknowledge und das ist der Story Prompt für die Szene, die wir gleich spielen können. Also, wir suchen ein Wort für Dread. Wie sagt man Dread auf Deutsch? Das ist so Befürchtung. Befürchtung? Befürchtung? Genau. Etwas, we've always had worries about the future, but this thing anchors it to reality. Und ich muss einen Aspekt aussuchen, in dem das Ganze hängt. Also, ich könnte jetzt sagen, die beräuschenden Feuerraupen, das ist doch das perfekte, böse Omen. Werde ich natürlich nicht machen. Ich finde, da passt ja eigentlich der wütende Feuergott oder das Wissen vom Ende der Welt eigentlich hervorragend zu und ein böses Zeichen. Ich glaube, ich möchte das zum Wissen vom Ende hinzufügen und etwas, was daran verknüpft ist. Und ich gehe so in die Richtung, dass ich so denke, wir werden schon immer Zeichen gesehen haben, die das Ende der Welt vorantreiben. Und wir sind auf einer Insel da können Sachen angeschwemmt werden. Da können Sachen drüber hinwegfliegen. Und das Wort, was wir suchen, ist etwas, was wir nachher einflechten können in unsere Alltagskommunikation. Daher denke ich so in die Richtung Treibgut. Und das muss aber mehr noch mit dem Aspekt verknüpft werden, das Wissen vom Ende. Wir wissen vom Ende. Treibgut hat ja oft etwas Zerstörendes, etwas Beendendes. Man kann das vielleicht auch mit den Visionen, die einige von uns wegen ihres dritten Auges haben, irgendwie verknüpfen. Vielleicht wird manchmal irgendwie Zeugs angeschwemmt. Und die Leute, die das dritte Auge haben, wenn die das damit angucken, dann sehen die vielleicht irgendwas, wie das, also was angeschwemmt wird, ist ja meistens irgendwie kaputt oder marode oder so. Dann sehen die vielleicht irgendwie so Visionen davon, wie das kaputt gegangen ist, wo das herkommt oder schlimmer noch, wie es damit weitergeht oder so. Sodass es ein bisschen vielleicht auf diese metaphysische Ebene mit dem Weltende so ein bisschen groben wird. Das ist einfach kein Ist ja das too much. Ja, nee, das klingt gut, ja. Das ist kein Treibgut, sondern treibschlecht. Treibschlecht. Ah. Treibschlecht. Ja. Und vielleicht ist es mit dem Treibgut vielleicht auch nur so ein erster Anker gewesen. Und ich glaube, mit dieser Vision, mit dem Auge, hat das vielleicht eher noch was mit den mit dem Angetrieben zu tun, mit dem Treib. Vielleicht gefällt mir treibschlecht auch gar nicht so schlecht. Genau, ich denke auch, dass treibschlecht, also treibgut ist das eine, was uns immer wieder Zeichen geliefert hat, wo wir durch die, ja genau, das ist perfekt, genau. Treibgut ist das, was uns mit der äußeren Welt noch verbindet. Und immer in diesem Treibgut waren Visionen und immer, das war immer irgendwas Schlechtes. Das ist treibschlecht. Wenn etwas in unserer Welt ein schlechtes Zeichen ist, dann sagen wir treibschlecht. Dazu, weil es ist treibgut, was einfach schlecht ist. Treibschlecht ist unser erstes Wort. und wir können darunter noch so ein bisschen was zu der Historie schreiben. Visionen, also Augevisionen durch Treibgut. Das ist der Ursprung des Wortes. Das mache ich dann ein bisschen kleiner, damit es nicht zu viel Platz verbraucht. Das ist unser erstes Wort. Treibschlecht. Das kann man als Nomen oder als Adjektiv verwenden vielleicht sogar? Ja. Als Adjektiv bestimmt auch, ja. Als Nomen aber auch, ja. Wenn wir dieses Wort sagen, dann fühlen wir, wie fragil die Isolation wirklich ist. Und wir sehen böse Omen für die Zukunft. jetzt geht es um ein böses Omen, dass nur einige von uns bereit sind zu akzeptieren. Und da möchte ich selbstverständlich eine Szene mit Ilianora haben, weil ich bin vielleicht derjenige, der das alles nur für eine Legende hält, was auch immer für Zeichen sind. Und ich möchte gerne, wo haben wir denn schöne, wir haben noch eine Liste von schönen Orten. Und ich glaube, ich glaube, das ist die Felsen draußen auf dem Meer, wo wir uns sehen, wo wir meditieren. Und es ist schon, der Sonnenuntergang ist schon nahe. Also die Sonne berührt schon den Ozean und da sind nur noch zwei Menschen übrig auf den Felsen und Ilianora und Forontal sind das. Und es soll ein böses Omen geben, was nur einige bereit sind anzuerkennen. Ein Zeichen für die Zukunft, ein schlechtes. Ilianora, hast du eine Idee, was das sein könnte? Warnst du uns für etwas? Ja, wie wäre es denn mit einer Veränderung des Himmels? Klaren Sonnenstrahlen kommen jetzt durch eine rauchig aussehende Schicht, nicht so was wie Wolken, sondern eher so was wie Smog. Aber also beides nicht so ganz. Ja. Macht uns jedenfalls den schönen Sonnenuntergang kaputt. Ja. Und wer weiß was noch? Aber ich glaube nicht. Nein. Ilianora, du glaubst doch nicht wirklich, dass das bisschen schlechte Sicht irgendetwas bedeuten würde. und du glaubst nicht allen Ernstes, dass die Anzeichen, die wir wirklich sehen können, die Veränderungen in der Natur, die wir jeden Tag beobachten können, nicht eine Bedeutung haben. Für dich ist alles irgendein Treib schlecht. Und für dich ist alles irgendein Hokus, Hokus für irgendeinen Gott. Nun, Ingrim spricht zu uns. Er blubbert und wummert. Wir spüren ihn. Aber deine Treib schlechts, die sind ein bisschen Dunst am Himmel. Damit willst du uns davon überzeugen, dass wir irgendetwas falsch machen? Dass wir irgendetwas anders machen müssen? Nein, natürlich nicht. Natürlich ist das alles nur in irgendeiner Weise von deinem Göttergott gekommen. Und die Rauchschwaden am Himmel sind ein leichter Frust deines Vulkanen-Gottes. Hey, hey, hey. Oh, was denn? Du hast angefangen. Ich weiß, du hast viel mehr gesehen. Du warst auch da draußen schon. Aber hier zählen andere Dinge. Wir sind hier in Sicherheit. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Es gibt kein Ende der Welt. Ja, das ist deine Meinung. Wenn es nicht so wäre, dass du selbst unseren Kindern schon diese schwachsinnigen Ideen von deinen Göttern in den Kopf setzen würdest, hätte ich ja kein Problem mit dir. Das Geschwapel eines alten Magiers. So alt bin ich auch wieder nicht. Mit 20 ist man doch noch auf jeden Fall jünger als du. Jünger als ich ist es nicht sonderlich schwer. Ich bin die Älteste hier. Ja, genau. Deswegen ist es kein Grund, alles treibschlecht zu reden. Cut. Ja, so haben wir das Wort im Einsatz gesehen und ein bisschen was von uns erlebt und haben ein bisschen ab jetzt, wenn wir über böse oben und schlechte Zeichen reden, dass wir treibschlecht sagen. Vielen Dank. Eins habe ich nicht verstanden, wenn ein neues Wort benutzt wird, bemerke ich das eben, also ich war gerade eben gar nicht sicher, ob ich jetzt reagiere und sage, du mit deinem treibschlecht oder was soll das denn heißen? Es ist schon etabliert in dem, wo wir es dann benutzen. Also es ist schon, während wir die Szene spielen, ist das Wort schon Usus. Genau. Also so wie wir es gemacht haben, ist es sozusagen richtig. Genau, es ist so ein Beispiel davon, wie man sieht, wie das Wort im Einsatz ist. Bereits. Ich lösche jetzt das Bad Omen aus meiner Liste hier und nehme jetzt als Karte etwas aus dem Zeitalter 2 und ich nehme mir ein neues Ritual. Genau, und als nächstes ist Vibora dran. Mein Internetverkündung muss irgendwie ein bisschen am meckern. Also ich würde Worry nehmen als Karte. Soll ich die rüberziehen? Was mache ich jetzt? Copy Paste in das andere Dokument. Okay. Jetzt sehe ich vor, ne? Genau. Und jetzt muss ich mir ein Wort ausdenken, was dazu passt. Genau, wir können das gemeinsam, wir diskutieren das gemeinsam, aber du machst die finale Entscheidung. Okay, alles klar. Und alles, was etabliert ist aus der letzten Szene, wie die diffusen Wolken am Himmel, können jetzt wieder eine Rolle spielen, aber wir können auch wieder ein halbes Jahr in der Zukunft sein oder so. Und dieser Ausbruch des Nachbar-Vulkans hat sich schon wieder verzogen, wer weiß. Alles klar. Sorge ist ja immer, dass die wieder vom Festland wiederkommen und uns verfolgen oder dass die einfach da ankommen und uns alle umbringen. Sorge ist, dass der Vulkan ausbricht und die Insel zerstört. Ja, oder dass wieder eine Flut kommt und die ganze Feste mitnimmt oder praktisch die Natur irgendwie sich so ein bisschen gegen uns wendet. Und natürlich, keine Ahnung, die große Sorge ist ja eigentlich auch irgendwie so das Ende, weil man weiß ja eigentlich, dass das kommt, aber man ist sich nicht so ganz sicher, wann. Und auch wenn man da vielleicht schon resigniert hat und das so akzeptiert hat, ist es ja trotzdem besorgniserregend, darüber nachzudenken. Ja, also es könnte zu ziemlich vielen verschiedenen, also zu blütender Vulkangott oder zu wir wissen vom Ende passen. Ja, genau. Ich würde es eher zum Wüten und Vulkangott nehmen, weil das besser zu meinem Charakter passt, weil die ja eher Angst hat vor den eminenten Drohungen, die aus der Umwelt so kommen, weil sie das mit dem Ende ja schon akzeptiert hat. wie wäre es denn mit einem Sorg, also ein Sorgensog, so eine Art Sorgenstrudel, der einen irgendwie immer weiter reinzieht oder so. Ja. Also diese Meeresströmungen, die da eine Rolle spielen. Genau. Genau. Ja. Genau, weil wenn man irgendwas aus der Siedlung fallen lässt, dann nimmt das Meer das mit oder wenn irgendjemand runterfällt, dann wird der auch vom Meer mitgenommen. Die Lava macht ja bestimmt auch so Strudel oder so, wenn man in den Vulkan tief unten reinguckt. Ich finde direkt Sog dann vielleicht sogar noch besser als so ein Wortspiel. Aber Sog ist ja schon ein Wort. Ja, aber es wird ja dann eine neue Bedeutung in unserer Community annehmen. Also das geht ja auch. Habt ihr sonst noch eine Idee? Ja, ich finde den Sog sehr, sehr, sehr schön. Wenn es halt mit dem wütenden Vulkan-Gott zu tun haben sollte. Genau, vielleicht könnte man das, dachte ich auch gerade, vielleicht könnte man das tatsächlich, also vielleicht bringt man ihn einfach mit solchen Dingen in Verbindung. Das heißt, selbst wenn das irgendwie, wenn das jetzt, wenn das Wort eigentlich ja so mehr aus der, aus der Wasser, aus dem Wasserbereich kommt, dann kann man trotzdem natürlich denken, dass das im letzten Endes von Ingerim kommt, der da unter Wasser irgendwie den Sog macht, weil alles, was irgendwie Bewegungen der Erde sind, kommt irgendwie von Ingerim und genauso sind ja das jetzt quasi Bewegungen, die wir halt irgendwie im Kopf haben, wenn wir uns eben irgendwie Sorgen machen oder wenn wir so einen inneren Sog spüren, wie auch immer wir das Wort dann verwenden, dass das automatisch dann mit Ingerim assoziiert wird, finde ich, kann man sich irgendwie so, ja, so metaphorisch irgendwie schön ausmalen. Die Frage ist, wie man das Wort tatsächlich verwendet, ob man irgendwie, ob das wirklich ein Synonym sein soll für Sorge, also, dass man sowas sagt, boah, ich fühle mich heute wirklich Sog oder ach, ich, ich, ich habe da Sog, dass dieses Jahr die Ernte ausbleibt oder so, ich, das weiß ich noch gar nicht gerade irgendwie, aber das muss man ja vielleicht auch nicht wissen, das kann in der Szene entstehen, oder? Ich hatte das mehr so wie so eine Art Lebenssorge oder so, dass man sich halt dauernd immer zu wegen der ganzen Gesamtsituation Sorgen macht, irgendwie sowas in der Art, sowas wie so eine Übersorge oder so. Ich mag es sehr gerne, die Idee, dass sozusagen Sog viel präsenter ist als in unserer Sprache, also, dass an allen Stellen Sprichwörter auftauchen, die sowas verinhalten, dass man sich aufgesogt fühlt, dass der Sog etwas mitnimmt, dass also, dass an allen Stellen, wo wir andere, wo der Wind etwas mit sich trägt, das ist halt bei uns der Sog. Also, all diese Sachen. Das finde ich gut, ja. Sollen wir probieren, wie das funktioniert, in einer Szene, in der die So Sorgen überkochen? Ja. Ich würde gerne eine Szene mit Rudane machen und die Feuerraupenernte wurde von einem Vulkanausbruch komplett vernichtet. Und jetzt habe ich sie zu einem Gespräch unter vier Augen gebeten, am Strand irgendwo so ein bisschen abgelegen, weil ich ja auch nicht unbedingt will, dass so öffentlich gesehen wird, dass ich mich so eins zu eins mit ihr unterhalte, genau, um mich mit ihr darüber zu unterhalten, wie wir die Situation jetzt lösen können, ohne dass die ganze Bevölkerung halt alle zusammen in einen kalten Entzug gehen, weil sie plötzlich keine Raupen mehr haben. Und es wurde wirklich alles zerstört, Rudane? Ist nichts mehr übrig? Ja, also ich, Rudane, ich sehe total fertig aus, weil natürlich haben wir alle versucht, irgendwie noch zu retten, was zu retten war und bin irgendwie völlig russbedeckt und so. Ja, jetzt interessiert euch das auf einmal, was wir da oben, was wir da oben so schuften, den ganzen lieben langen Tag lang. Naja, also, es sieht schon finster aus. Also die, also alles, was wir, alles, was wir neu, also alle Felder, wo die Raupen sind, die wir neu letztes Jahr da ausgesetzt haben und dieses Jahr einfallen wollten, ist alles, alles hinüber. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, wenn unsere, wenn unsere große Anführerin sich denn mit so was irgendwie, irgendwie abgeben würde. ich habe mit einigen, mit einigen Leuten schon länger so ein bisschen was gebunkert. Man, das, man kann diese Raupen, wenn man weiß, wie es geht und das wissen die wenigsten, kann man die haltbar machen. Also so ein paar, so ein paar volle Krüge mit Raupen vom letzten Jahr haben wir noch. Ist natürlich die Frage, wer das verteilt und wie. das Treibschlecht hatte ja schon vorausgesagt, dass der Sog dieses Jahr besonders schlecht werden würde. Aber so ein, so einen Schicksalsschlag hatte ich mir dann doch nicht vorgestellt. Ja, Schicksalsschlag, was passiert halt. Wir haben anscheinend doch zu wenig nicht geopfert. Wir müssen den Gott irgendwie erzürnt haben. Nun, ich weiß, dass ihr da oben schwere Arbeit verrichtet. Ich schätze das wert. Ich denke nicht, dass ihr, weil ihr kein Auge habt, weniger wert seid als die anderen Mitglieder der Feste. Das ist nicht, es gibt Menschen, die diese Meinung haben, aber das ist nicht meine Meinung. Du weißt ganz genau, dass mein Problem nicht mit deiner Arbeit liegt, sondern damit, wie du mit den Früchten deiner Arbeit umgehst. Aber dir geht es ja schon schlecht. Guck dich mal an, wie viel musstest du jetzt das, was du normalerweise zu dir nimmst, reduzieren. Jetzt stell dir mal vor, das passiert jetzt gerade allen, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass das nicht, alle Leute auf der Insel komplett ihren Kopf verlieren. Das ist dir natürlich wieder wichtig, dass die Leute merken, dass du irgendwas tust, damit es den Leuten besser geht. Aber weißt du, was das Ding ist? Alles, was du da machst, das sind alles Worte im Sog. Du sagst sie und der Sog nimmt sie weg und dann sind sie weggesogen worden. und das ist alles, was es ist. Das ist alles, alles Augenwischerei. Was im Moment hilft, konkret, sind die fünf Krüge mit Raupen, die ich noch habe. Und die Frage ist, was machen wir damit? Also nicht drum herum reden. Die Frage ist tatsächlich, wer verteilt und wie? Du. Und was kriege ich überhaupt dafür? Du wirst sie verteilen an die Mitglieder der Feste. Ja. Okay. Und du wirst das Gleiche dafür bekommen, was du immer bekommst, wenn du arbeitest. Das, was wir alle bekommen. Aber das ist anständig von dir. Ich hatte gedacht, sobald ich das erwähne, schickst du mir da Leute vorbei, die die Dinger konfiszieren und dann wird es verteilt von euch. Aber das ist echt anständig von dir. Also, würde ich sagen, schlagen wir, schlagen wir drauf ein und ich stecke die Hand aus. Dass wir, damit das hier nicht nur, damit das hier nicht nur, nicht nur Worte im Sog waren, sondern tatsächlich, tatsächlich etwas, was vielleicht der Feste auch dauerhaft nützt. Ich verteile, gerecht an alle und ich hoffe, die Leute werden auch wissen, wo es herkommt. Ich hoffe, dass dir diese Situation trotzdem zeigt, dass du, wenn die Ernte wieder größer wird, den Leuten nicht so viele Raupen verkaufen kannst. Die Toleranz ist doch jetzt schon viel zu hoch. Wenn wir uns alle auf einen minimalen Konsum gehalten hätten, dann würden deine fünf Krüge viel länger reichen, als sie es jetzt reichen werden. Guck dir doch die jungen Leute an, die immer zu diesen Festen da beim Wasserfall gehen. Die brauchen doch teilweise fünf, sechs Stück am Tag. Das ist doch nicht normal. eine, manchmal sogar eine halbe, reicht vollkommen aus. Aber ihr übertreibt es einfach. Und dann passiert wieder sowas, dann passiert wieder ein Unglück und dann stehen wir so da. Hätten wir das besser geplant. Hättest du mal irgendwann mit mir zusammengearbeitet, dann wäre das niemals so weit gekommen. Ach, mach dir da mal nicht so viel Sog. Einer von uns hat ja offensichtlich geplant. Ja, ich bin aber auch immer die Einzige. Je anderen tut immer so, als ob der Sog euch nie erreichen würde, als ob, ne, als ob euch das alles nicht interessiert. Als ob es keinen Morgen gibt. Es gibt noch ein paar, durchaus noch ein paar Jahre, wo es einen Morgen geben wird und wir sollten sie nicht so verschwinden. Ja, aber das ist alles noch Zukunftszug. Ich habe jetzt erstmal, glaube ich, was zu tun. Lass uns doch jetzt die Krüge holen gehen und dann kannst du sie verteilen. Das machen wir so. Okay. Dankeschön. Dann, wenn wir im Uhrzeigersinn rumgehen, würde Philipp sich jetzt eine Karte nehmen. Okay. Und Rebora holt sich eine Karte aus Zeitalter 2. Das sind drei Spalten, stehen da zur Verfügung. Aber was ist denn Create a Word? Wir machen doch immer Create a Word, oder? Das steht dort in der Beschreibung dann, was das genau bedeutet. Ich habe mir auch eben schon eine genommen, ohne zu wissen, was es ist und bin mal gespannt. Genau, ich würde aber jetzt tatsächlich, ich habe irgendwie Lust auf eine Szene, in der wir alle sind, deswegen würde ich vielleicht meine Special Occasion-Karte spielen, auch wenn sich Money fast schon angeboten hätte. Genau, Special Occasion, a celebrated event. It's either particular to the isolation or we have a unique way or we have a unique way of recognizing it. Und der Story-Prompt dazu ist The time has come. Genau. Ein Feuer. Und ich stelle mir vor, genau, das ist natürlich ein Fest, wie könnte es anders sein, wenn das Rudanes-Szene ist. Das ist natürlich ein Fest, was an den Feuerrauben hängt. It's party time. Genau. Und zwar... Ja, aber ich fühle mich so sehr den Sog, die... Genau, wir brauchen mal, wir brauchen mal, wir brauchen mal wieder eine fröhliche, ein fröhliches Wort. Nicht nur treib schlecht und Sog und Sog und Sog. Ja, also es gibt, ich stelle mir vor, dass es irgendwie so eine Art Ernte festgibt, denn auch wenn das Raupen sind und mit irgendwie Tiere, die man jetzt nicht so gut irgendwie halten kann, stelle ich mir schon so vor, dass irgendwie auf diesen Hängen von dem Vulkan gewissermaßen die Raupen so angesiedelt werden und wirklich da dann Leute rumlaufen und die Raupen irgendwie aussteuern und dann graben die sich irgendwie ein und durchlaufen irgendeine Metamorphose und erst wenn sie rauskommen, sind sie diese großen roten Feuerraupen, die man tatsächlich lecken kann. Und dann gibt es nämlich dieses große Feuerraupenfest, wo alle zusammen dann quasi dann den, also wirklich die gesamte, die gesamte Feste den Vulkan hochziehen und dann an dem, wie heißt dieser Schlot, an dem dritten Auge halt dann die erste, die erste Ernte stattfindet. Das ist, da gibt es dann so eine feuerliche Prozession und die erste Ernte wird natürlich danach auch ja direkt konsumiert und zwar natürlich am Strand. Wie könnte es anders sein? Oder? Ich stelle mir tatsächlich vor, bitte? Mit Techno? Es wird natürlich auf irgendwelchen komischen Go, Strandparty! rumgetrommelt, genau. Ich stelle mir aber tatsächlich vor, man könnte tatsächlich als Wort nicht etwa diese Prozession nehmen, sondern vielleicht, ich sehe gerade irgendwie, dass wir natürlich hier unseren Romantic-Story-Prompt irgendwie haben. Vielleicht gibt es irgendwie ein Wort dafür, also an dem Abend berauschen sich wirklich alle, also alle dröhnen sich total zu, das ist auch der eine Abend im Jahr, wo es irgendwie Raupen im Überfluss gibt, weil halt einfach alle sich eingesammelt haben. Und vielleicht gibt es irgendwie ein Wort dafür, dass man irgendwie an diesem Abend Sachen macht, die man sonst nicht machen würde, also weiß ich nicht, so mit Leuten irgendwie abstürzen, mit denen man sonst irgendwie nicht so viel zu tun hätte. Ich will jetzt nicht sagen, irgendwie sowas wie Orgien oder so, aber vielleicht gibt es in die Richtung irgendwie ein Wort. So, weiß ich nicht. Unverboten? Bitte? Unverboten? Ach so, bin ich zu leise? Nee, nee, ist gut. Unverboten. Unverboten ist schön. Ja. Es sollte ja schon die Festlichkeit an sich vor allem auch. Also, so dass man irgendwie den Zustand, in dem man sich versetzt durch die Raupen, den Raupenkoller. Vielleicht Raufen, sowas wie, es war mal Raupenfest, heißt das Ding und es gab mal irgendwie diesen Begriff, wir gehen Raupenfesten oder Raupen feiern, wie auch immer, im Sinne von, wir machen mal richtig einen drauf und daraus wurde dann irgendwie Raufen. Das heißt, man sagt dann wirklich sowas wie, man hat mit jemandem gerauft oder alle sind zusammen raufen gegangen und meint damit diese rauschende Feier am Strand. Raufkopf. Genau, da kann man natürlich, da hängt ja natürlich eine ganze schöne Wortfamilie dran, die dann auch unterschiedlich konnotiert sein kann, je nachdem, von wem es wie gesagt wird. Wie würden wir uns auf dieses Fest beziehen, wenn wir sagen, ich freue mich schon auf das, wenn das Fest wieder stattfindet oder wenn wir mal wieder ein... Ich stelle mir halt vor, dass das Raufen, dass das tatsächlich das Synonym für dieses ausgelassene Feiern geworden ist, das halt ursprünglich von diesem Fest kommt. Raufen. Ja. Oder ist das, also wenn es nicht, wenn es zu vage ist oder zu unklar, können wir das gerne irgendwie überwalschmeißen, zwar nur das Erste, was mir jetzt gerade irgendwie einfällt. Also ich gucke auch manchmal immer in diese Liste, wie man, was es für Tipps gibt, wie man ein Wort bauen kann. Wir haben jetzt halt ein Wort wieder benutzt mit dem So. Wir haben ein Wort gedreht, also gedreht oder screw words up haben wir zum Beispiel mal gemacht. Ich weiß nicht, das ist hier in dem, in der 332, build a word, gibt es ein paar Tipps, was man so machen kann. Aber hier, genau, raufen. Ja. Ich habe reingeguckt. Wo ist das? 332, sagst du? Mhm. Ah, da, genau. Ja, das ist so ein bisschen sowas, ne? Also ich, mit den vielen Klammern und so, und wir hatten da unten jetzt auch schon eine Klammer. Genau, nee, 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 genau. Also ich würde, wie wir das, wie ich das benutzen kann. Genau, also ich würde es tatsächlich raufen nennen, einfach nur. Es war nur, also ich finde es nämlich eigentlich ganz schön, dass man diese Etymologie gar nicht mehr, gar nicht mehr weiß. Dass es am Anfang mal irgendwie hieß, komm, wir, es ist Zeit zum Raupenfesten und das wurde dann irgendwann zusammengezogen und alle reden jetzt nur noch von Raufen und Raufen hieß ja eigentlich ursprünglich was anderes und irgendwie ist keinem mehr so richtig klar, warum Raufen jetzt irgendwie diese, aber Raufen hat jetzt halt eine ganz andere Bedeutung als es für uns. Ja. Das war irgendwie meine Idee, aber ich hatte, Raufen ist dieses wilde Feiern am Strand und es kommt halt irgendwie an dem, dass man das ursprünglich eigentlich an diesem Raupenerst. Ah, super schön, ja. So dachte ich mir das. Ich hatte das nur so mit den Klammern irgendwie noch hingeschrieben, damit wir die Etymologie so ein bisschen sehen. Sehr schön. Aber ich mag irgendwie diese Idee, dass das halt wie, wie beim Sogler auch, jetzt irgendwie was ganz anderes heißt und keiner mehr, also man sich gar nicht mehr darum kümmert, warum. Also wir würden das sagen, heute ist, nächste Woche ist das Raufen. Genau. Sehr schön. All klar, dann habe ich verstanden. Gut. Schön. Das Raufen. Aber benutzt man das wirklich nur an dem Tag für diese eine Festlichkeit einmal im Jahr oder immer, wenn man irgendwie feiern geht. Ich würde mir schon vorstellen, ehrlich gesagt, dass man das auch zu anderen Tagen irgendwie sagen kann, aber das ist halt wirklich ein Wort, was nur bemüht wird, wenn man halt eine wirklich rauschende Feier meint. Das ist jetzt nicht so jedes Jahr, dass man sagt, ich raufe meinen Geburtstag, aber durchaus kann, so wenn jemand Geburtstag hat, kann das durchaus in richtiges Raufen ausarten, je nachdem. Okay. Alles klar. So versuche ich mir das, wenn das okay ist. Ja. Wunderbar. Ja, okay, alles klar, cool. Dann verstehe ich auch das Konzept von dem Wort auf jeden Fall. Dann sind wir alle zusammen am Raufen. Gut, genau. Ja! The time has come. Ich würde tatsächlich sagen, wir machen das irgendwie doch, ist die Szene doch wahrscheinlich wirklich bei der, bei einer Party beim Raupenfest, dann tatsächlich Raupenerntefest tatsächlich, oder? Mhm. Das heißt, ja, ich stelle mir vor, dass da tatsächlich die gesamte Feste am Strand versammelt ist. Vielleicht liegen auch schon einige reichlich zugedröhnt, weil sie auf dem Rückweg vom dritten Auge schon irgendwie sich ein bisschen zu viel Raupensekret genehmigt haben. Liegen vielleicht schon einige einfach irgendwo da am Strand rum und, ja, tun irgendwelche schmutzigen Dinge oder sind so zugedröhnt, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, einfach da in Trance rumliegen und keiner mehr so richtig weiß, was ihnen eigentlich gerade im Kopf so vorgeht. Aber so zum Höhepunkt des Fests ist es natürlich so, also alle, denke ich, wir sind da, ihr könnt von mir aus ja auch gerne irgendwie einfach, können alle auch selber setzen, wo sie gerade sind und was sie machen. Ich stelle mir auf jeden Fall vor, dass Rudane möchte natürlich dieses Fest auch wieder benutzen, um sich so ein bisschen zu profilieren, weil das ja auch wieder der eine von, einer von den Tagen ist, wo so die Leute, die halt die Raupenernten tatsächlich mal wahrgenommen werden, sonst sind das irgendwie so die Arbeitstiere, die halt das so machen und die müssen halt das machen, damit die Raupen da sind, aber an dem Tag werden sie tatsächlich wahrgenommen. Das heißt, was ich halt gemacht habe, ist, dass irgendwie die gesamte Arbeiterschaft, die haben halt alle so Beutel bekommen, so feuerrote Stoffbeutel und haben irgendwie in der Nacht vorher schon, das ist auch Tradition, schon gesammelt, weil normal geht man halt einfach da lang und jeder sammelt ein, zwei Raupen, das reicht ja auch, man kann ja an einer Raupe kann man ja ganz gut lange zehren, aber die ganzen Ernte, die Raupenernte haben tatsächlich alle halt so in der Nacht vorher schon so einen roten Stoffbeutel gesammelt und irgendwann zum Höhepunkt des Fests springt dann, springt dann Rudane da irgendwo auf einen Stein, der da irgendwo am Strand liegt und ruft immer so, Leute, ihr habt drauf gewartet, das ist der eine Tag in der Feste, an dem wir alle hier sind und mal so richtig Spaß haben, ihr wisst, was jetzt kommt und alle sind schon ganz aufgeregt und schließlich rufe ich Raufen und damit holen all diese Arbeiter ihre Beutel raus und greifen da rein und schmeißen diese frisch geernteten Feuerraupen einfach in der Amtlandung und in die Menge Eleonora, ich habe eine für dich mitgebracht. Der Dunst ist immer noch im Himmel, aber wie du siehst, nichts ist passiert. Alles nur treibschlecht gewesen. Ihr Jungspunte und eure Ungeduld. Aber nett von dir. Bitte. Lass uns gemeinsam lecken. Ja. Rudane tappert jetzt so da durch die Menge und sieht auch euch beide das und legt euch so die Arme auf die Schultern und sagt, ah, Fobontal und Eleonora, schön, dass ihr auch mal den Sog-Sog sein lasst und einfach das Raufen genießt. So soll es sein. Und damit gucke ich mich so ein bisschen um und sehe auch irgendwo Lava und bewege mich natürlich auch so zu und winke ihr schon auf Entfernung zu und halte ihr diesen Beutel hin. Raupe. Nein, danke. Ich hatte schon eine. Sehr gute Arbeit dieses Jahr wirklich, Rudane, dass ihr die Ernte so schnell wieder zurückbekommen habt. Das habt ihr sehr gut gemacht. Da habt ihr der Feste auf jeden Fall einen sehr großen Dienst erwiesen. Ja, nachdem das letztes Jahr wir noch alle dachten, dass uns, dass der Sog jetzt die Feste zerstören würde, ist es ja dann dieses Jahr dann doch wieder gut gegangen. Aber ich glaube auch, es ist vieles besser geworden, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen gemeinsam uns absprechen, wie wir unsere Vorräte denn so anlegen. Denn ich sage es noch mal, wenn ich das letztes Jahr nicht gemacht hätte, wäre alles furchtbar schief gelaufen und ich glaube, jetzt ist alles besser. Aber das hier, guck dich um und ich lasse so die Hand einmal über den Strand schweifen, wo die Leute ausgelassen feiern. Das ist das, warum wir hier sind und warum uns Ingerim, über den wir alle ja immer reden, als wäre er irgendwie böse, warum Ingerim uns diese Raupen hier gegeben hat, damit wir ein bisschen Spaß haben hier in der Welt und auf unserer Feste. Und immer wieder zwischendurch schreie ich Raufen und schweiß noch mal so eine Handvoll Raupen in die Menge. So ein vorsichtigen Raufbolde, ich will gar nicht wissen, wie viele wir von denen nachher wieder aus der Flut sammeln müssen. Gudane, dich drücke ich vor einen Palmbaum mit dem ganzen Körper und flüstere dir und du weißt, wem wir das alles zu verdanken haben. Ich, ja, natürlich. Ich glaube, wir meinen nicht die gleichen. Ich meine diese ganzen wacker arbeitenden Menschen hier, die sich hier gerade mit uns versammelt haben. Wir hätten keine Raupen dieses Jahr gehabt, wenn ich nicht meinen Kontakt zu Ingrim hätte spielen lassen. Das habt ihr alles mir zu verdanken. Und ich hoffe, lässt Lava das wissen. Ich gucke, Lava ist so ein bisschen abseits, deswegen ziehe ich, nachdem ich ihn schon wegschieben wollte, vor und halt wieder etwas näher an mich ran. Ich drehe ihm ins Ohr und sage, halt du dich mal, halt du dich von Lava fern. Wir brauchen hier nicht noch jemanden, der versucht, ihr zu sagen, wie sie die Feste so am Laufen lassen soll. Wir wissen beide, dass sie das nicht kann, aber wenn irgendjemand ihr dabei helfen kann, dann bin ich das. Denn ohne dir, ohne mich und meinen Draht zu den Raupen geht hier gar nichts. Und was du an esoterischem Kram da an deinem dritten Auge machst, ist alles schön und gut, aber ich glaube, das hier ist eine Sache, wo Lava und ich die Zukunft der Feste in den Händen halten sollten. Mach dich nicht so wichtig. Und dann schnappe ich mir irgendeine andere Braut und ziehe mit der ab. Ich würde mich gerne mit Elea Nora unterhalten und gehe halt so ein bisschen zu ihr hin und so, na, wie siehst du die Feier hier? Ist ja nochmal alles gut gegangen dieses Jahr. Wie sind wir dem Sog gerade nochmal so entkommen? Elea und Nora hat heute überhaupt keine Lust, so wie sonst, darauf hinzuweisen, dass das alles Hohenbruch ist und dass wir auch weiterhin jeden Tag, also weil wir auch weiterhin jeden Tag genießen sollten, denen die Welt noch steht und wir atmen und leben können. Und ich glaube, sie ist auch schon bei ihrer dritten Lecklaufe angekommen. darum, ja, begrüßt sie dich fröhlich und geht nicht darauf ein, was du gerade gesagt hast. Elea Nora, erzähl mir eine Geschichte von früher. Was? Niemals will irgendjemand meine Geschichten hören. Ich will immer deine Geschichten hören. Ich habe nur fast nie Zeit, weil ich die ganze Zeit beschäftigt bin. und dann rufe ich so in die Menge, Leute, Elea Nora will deine Geschichte erzählen. Kommt mal alle her und setzt euch hin. Versammle so ein Grüppchen von Leuten und setze sie dann da so in den Sand und setze mich dann auch hin und gucke dich an so. Rudane stößt auch dazu, bleibt aber erst mal etwas skeptisch stehen und hat so eine Raupe in der Hand, an der sie schlägt. Okay, ja, und Elea Nora fängt an zu erzählen. Also, als ich ein Kind war und meine ersten Visionen hatte, da haben mich alle noch für verrückt gehalten. Je älter ich wurde, desto mehr haben Erwachsene ihren Kindern verboten, mit mir zu spielen, weil sie dachten, dass ich irgendwelche übernatürlichen Gaben hätte, aber war ich einfach nur schlauer als sie. Je älter ich wurde und das können viele von euch hier wahrscheinlich nachvollziehen, desto deutlicher konnte man erkennen, dass in meinem Nacken ein Auge sich abzeichnete, ein weiteres, was dann auch erklärt hat, warum ich immer wusste, was hinter mir passiert. Warum sich Schüler und Lehrer gleichermaßen von mir erwischt fühlten und warum ich fantastisch war während des Kriegs, ihr könnt euch da ja gar nicht mit an erinnern, aber während des Kriegs hatten wir ja nichts und in der Zeit war ich absolut beliebt als Schmierensteher, wenn wir auf Kartoffel- oder Rübenklau begangen sind, weil ich nicht nur vor mir sehen konnte, was passiert, sondern auch wusste, was hinter uns passiert. Damals mussten wir alle immer nur arbeiten. Es war hart und schwer und wir hatten keine Feuerhaufen, an denen wir denken konnten. Manche müssen das immer noch. Ruhe, lass sie reden! Die Visionen wurden von Mal zu Mal furchtbarer und schrecklicher und überhaupt war damals alles immer nur unangenehm und Winter war eigentlich auch immer. Also lasst uns den heutigen Tag genießen und Feuerrauben lecken und uns freuen, dass wir auf der Welt sind und das so gut haben. Lasst uns immer daran denken, dass es da draußen auf dem Festland hart und schwer war und dass wir es geschafft haben, uns hier ein kleines Paradies zu erschaffen. Und auch wenn es manchmal schwer ist und uns wegzutragen droht, wenn wir zusammenhalten und zusammenarbeiten, werden wir hier immer einen Platz und ein gutes Zuhause haben, wo wir nicht den ganzen Tag arbeiten müssen. Und wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir für uns und dafür, dass es uns gut geht. und manchmal feiern wir auch. Ein Hoch auf die Feste. Ein Hoch auf die Feste. Ein Hoch auf die Feste. Raufen, raufen, raufen. Und ich glaube, mit dem Gejubel und der Rauferei endet diese Szene, oder? Die Feste. Endlich mal ein schönes Wort. Keine so traurigen Wörter. Nina, du suchst dir also eine deiner drei Karten aus. Da gehen wir wieder in, gehen wir jetzt auf den Tod wieder oder dürfen wir irgendwas Fröhliches nehmen? Nein. Nein, nein. Du sagst, das ist ein ernstes Spiel. Allerdings. Allerdings. Genau. Philipp zieht auch eine zweite Karte. Ich kann auch Ehre oder, oder was habe ich denn noch? Das könnt ihr euch auch. Was ist das denn? Ein Fluch. Ah. Explizite Sprache. Kraftausdruck. Aha. Ja. Nice. Ja, da habe ich jetzt aber noch keine Lust drauf. Ihr dürft euch aussuchen, was Ehrenhaftes oder Tod. Was Ehrenhaftes. Okay. Was Ehrenhaftes. Es würde beides zum Vulkanausbruch passen. Gut. Dann suchen wir ein Ehrenhaftes Nord. Hast du schon drüber kopiert? Nee. Aha. Da hat schon jemand das Konzept für mich gekoppelt, oder? Ja, genau. Ja, der Philipp wahrscheinlich, ja. Ich war das, ja. Ja, der Philipp hat unglaublich Spaß daran, für mich zu beschreiben. Das ist auch in Ordnung, daran hat er sich jetzt vielleicht dran gewöhnt, weil ich zum ersten Mal auch das Spiel leite und nicht schreiben wollte. Ja, ich bin das nicht gewöhnt, dass du einen zweiten Bildschirm hast. Aber du, okay, hast du jetzt aufgehört, für mich zu schreiben? Ja, ich höre mal auf damit. Das ist lieb von dir, ich weiß ja, wo es herkommt, aber... Particular level of respect or difference. Geht das so, oder ist das jetzt zu dunkel? Du bist nur noch schwarz, aber das ist okay. Okay. It may be around or given. So, und da würde ich, ja, ich würde sagen, dass das ein Begriff wird, den Lava Rodane geben wird. Ich muss nicht in der Szene dabei sein, oder? Wo solltest du im Spotlight stehen in der Szene? Deine Figur. Okay, dann bin ich eben dabei, wenn Lava den Namen Rodane gibt. Ja. Weil sie ehrenhaft und heldenmutig versucht hat, ihre Kollegen und Kolleginnen zu retten, als der Vulkan ausgebrochen ist. Und sie dementsprechend irgendeinen Heldentitel oder eine Medaille oder sowas bekommen sollte. Okay, das ist die Szene. Machen wir aber noch das Wort, oder? Das Wort, dachte ich, hat vielleicht irgendwas mit dem Wort Auge oder Schauen zu tun. Ja. Abgeschrieben. Jemand, der sehr ehrenhaft ist, den könnte man quasi als ein Überauge nennen, das finde ich aber auch nicht so toll. Ich mag das Wort Überschauer. Das Wort gibt es schon, aber wenn wir das neu interpretieren, als jemanden, der heldenhaft und weise und vorausschauend gehandelt hat. Vorausschauend? Naja. Wie Übermensch, Überschauer. Jemand, der nicht nur schaust, sondern überschaut. Ja. Gefällt mir gut. Und an welchem Aspekt hängt das? Gute Frage. Das kann an jedem hängen. Am ehesten wahrscheinlich beim blütenden Vulkangott, auch wenn der nichts damit zu tun hatte, dass der Vulkan ausgebrochen hat, ist. Inwiefern hängt das mit dem Vulkangott zusammen? Weil ich sehe da jetzt erstmal noch keinen Zusammenhang. Also Überschauer? Das Wort selber nicht, aber der Moment, in dem es benutzt werden wird, führt auf den Vulkanausbruch zurück. Aber sollte es dann nicht auch was mit dem Vulkan, also mit dem Ausbruch zu tun haben? Also das Wort ist ja irgendwie, also man hängt es an den Aspekt, wie das Wort sozusagen vom Konzept her entstanden ist sozusagen. Das hat ja was mit dem dritten Auge zu tun. Da müsste es ja zum Ende gehören. Ja gut, dann würde es ja. Wenn das dritte Auge ja zum Ende gehört. Ja, aber Rudana hat das dritte Auge ja gar nicht. Tja, haha. Also kriegt sie jetzt halt einen ehrenhalber Ehrentitel. Ob damit alle einverstanden sind, wir werden sehen. Nein, auf gar keinen Fall. Was meinst du, was ich für einen Stress im Council hatte deshalb? Genau. Aber die drohen mir ja schon seit mehreren Jahren deinen Streik an, also was soll man machen? Ah, das ist spannend, ja. Oh ja, oh ja. Dieses, wie jetzt plötzlich auch Leute ehrenwert sein können, ohne ein drittes Auge zu haben. Oh, oh, oh. Wo kommt man hin, ne? Schlimm, diese Progressivität. Jetzt haben wir ja schon, jetzt werden Leute Überschauer genannt, ohne dass sie jemals überschaut haben. Können nicht mal über ihre eigene Schulter schauen. Schlimm ist das. Okay, standing up to authority ist der Prompt, aber den können wir natürlich auch frei interpretieren. Ja, das passt ja, oder? Ja. Okay, ich bin mal die Menge. Alles klar. Genau, und was ist Eleanoras, also was macht sie dabei? Ist sie die Weise, die das umhängt, oder was? Nein, nein, sie ist diejenige, die das Ganze introduct und kommentiert und als erstes auf die Bühne geht quasi und der Menge sagt, hallo, herzlich willkommen. Wir sind hier, um zuzugucken, wie unsere Heldin, unsere Liederin eine sehr tapfere Frau ehrt, indem sie unseren Heldentitel verleiht, weil sie vorausschauend und heldenhaft gehandelt hat und mehrere Arbeiter vor dem Vulkanausbruch gerettet hat. Liebe Feste, ich überreiche hiermit die Medaille des Überschauers an Rudane, denn sie hat während des letzten Vulkanausbruches bei der Ernte fünf von unseren lieben und ihren Kollegen gerettet und sie davor bewahrt von Volkan verschlungen zu werden und dafür hat sie diesen Titel wirklich sehr verdient, also bitte einmal einen herzlichen Applaus. Bravo, bravo. Also Rudane wirkt wahrscheinlich da so ein bisschen fehl am Platze, weil ich irgendwie so oft nicht, also es ist nicht so mein Parkett eigentlich, jetzt hier so vor der ganzen Runde, habe auch irgendwie tatsächlich mal statt der Arbeiterkleidung versucht, irgendwie was Feineres anzuziehen, was man aber sehr deutlich merkt, dass ich mich da nicht so richtig wohlfühle und genau, was ist das für ein Orden, also ist das irgendwas, das man umgehängt kriegt, so als Auge tatsächlich, so stelle ich mir das vor. Ja, würde ich sagen. Vielleicht aus so einem Stück Lavagestein irgendwie gemacht. Cool, so ein schwarzes Auge. Immer aus der Menge. Das ist doch alles, alles Humbug, das ist doch, was soll denn das sein? Gudana hat kein drittes Auge, wie soll sie irgendetwas überschauen? Ich drehe mich rum, demonstrativ, weil das kam ja, also ich habe das ja gerade umgehend bekommen und der Ruf kam von hinter mir, deswegen drehe ich mich demonstrativ langsam um und tue auch erstmal so, das müsste ich da in der Menge erstmal gucken, wer das denn jetzt gesagt hat. und genau, das war Vorrundteil tatsächlich, ja? Das war eben eine Stimme aus der Menge. Das war eben eine Stimme aus der Menge, okay, gut. Okay. Eleonora, das kann doch nicht wahr sein. Wo sind wir denn hier? Du guckst nur, du sagst nichts? Genau, ich habe kurz gewartet, ob Eleonora was sagen wird, dann probiere ich es. Ja. Okay, wenn Eleonora nichts sagt, gucke ich so ein bisschen rum, ignoriere, dass ich irgendwie nicht so richtig sehen kann, wer das gesagt hat. Und, danke dann. Ich danke Eleonora dafür, dass sie mich hier vorgeschlagen hat, für dieses, dass ich als Überschauerin bin und auch Lava, dass sie mir das, also ich fühle mich sehr, ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Und das sollte ein Zeichen sein, dass man auch ohne, ohne, das dritte Auge, kann man es zu was schafft, zu was bringen, wenn man nämlich, wenn man, wenn man ein guter Mensch ist und dann kann man auch etwas überschauen, das hinter einem ist, obwohl man da kein Auge hat und auch, auch die Leben unserer tapferen Arbeiter retten. Sie sind die wahren Helden hier. Das ist ein Treib schlecht. Ruhe, Ruhe im Publikum. Eleonora. Wir leben hier isoliert auf dieser Insel seit vielen Jahren. jeder, der auf dieser Insel lebt, gehört zu unserer Gemeinschaft dazu. Vollkommen egal, ob er noch ein dritteres Auge hat oder nicht. In der Zwischenzeit geht Eleonora von der Bühne runter ins Publikum. Sie weiß natürlich, ich meine, sie ist tausend Jahre alt und war bei der Geburt von echt vielen Leuten hier auf der Insel dabei. Die weiß natürlich, wer das gesagt hat. Geht auch auf denjenigen zu, zieht ihn am Ohr und aus der Menge raus und macht dabei eben eine Szene, dass er gefälligst nochmal die Schnauze zu halten hat. Das letzte Mal, dass er jemanden gerettet hat, ist so lange her, dass es eigentlich nie wirklich passiert ist. Und darum soll er gefälligst nochmal jetzt die Schnauze halten und nach Hause gehen und die Küche nutzen. Der Rest des Publikums ist jetzt still und freut sich und hat auch ein kleines bisschen Respekt vor Eleonora. Die ist zwar alt und gebrechlich, aber ein bisschen Angst hat man vor ihr ja doch. Die Ehe geht ohne weitere Zwischenfälle um und alle freuen sich und haben sich lieb. Danach gibt es natürlich eine zünftige Rauferei. Vielleicht war das vor der Rauferei. Ja, möglich. Das ist das Ende des ersten Zeitalters. Der ersten Zeit. Und die ihr habt eine Karte, jeder hat jetzt also zwei Karten aus dem H1 und eine Karte aus H2. und jetzt ist Zeit vergangen und es gibt jetzt ein Ereignis, was schon ankündigt, dass die Zeit der Isolation irgendwann zu Ende gehen wird. In alle unsere Unterhaltungen und fließt das unbewusst ein, mal klarer, mal nur im Hintergrund. Es ist unmöglich, das zu ignorieren. Ich lese vor, was an dieser Stelle passiert. Wir hatten keine Wahl. Unsere Siedlung wäre ohne ihre Hilfe kollabiert. Wir ließen Außenwäldler ein. Wir dachten, wir hätten es unter Kontrolle, aber jemand Wichtiges findet ihr Gehör. Wieso haben einige vorgeschlagen, noch mehr Außenwäldler zu holen? Also, warum, was drohte bei uns zu kollabieren? Weswegen brauchten wir die Hilfe von Außenwäldlern? Und wer findet das sogar gar keine schlechte Idee? Wer von uns vier Jemand Wichtiges findet ihr Gehör und schlägt sogar vor, noch mehr von ihnen zu holen. Das könnte natürlich Rudane sein, die gegen mehr Kundschaft sicherlich weniger abgeneigt ist, als vielleicht manch andere. Aber vielleicht sollten wir erst mal erklären, was tatsächlich passiert ist. Und wen wir warum reinholen mussten. Vielleicht gab es irgendeine Art Krankheit, für die wir keine Heilung hatten und haben einen Heiler gesucht auf dem Festland, der mehr weiß, als wir und uns irgendwie helfen kann. Das klingt gut. Ja. Und natürlich bringen die dann auch wieder ihre Götter mit und so. Was ist das für eine Krankheit? eine Augenkrankheit? Eine, wo man erblindet? Ja. Wo man so beschwollene, schwierig vereiterte Augen bekommt. Eine fiese Bindehautentzündung, die sind auch übelst infektiös. Ja. Close to home? Yes. Oh nein, fällt das in die Kategorie Eye Injuries? Da hat ja, das hat tatsächlich niemand ausgeschlossen, oder? Ich weiß, ich finde das nur so lustig, dass das in der Liste steht. Das ist echt witzig, ja. Ich glaube auch schon, dass das steuert, was man da so liest. Genau, ja, das finde ich, also ich finde das gut, ja. Also schwere Augenkrankheiten. Ich hätte mich dann auf jeden Fall dafür eingesetzt, dass das irgendwie super isoliert passiert, dass wir halt irgendwie ein Heiler oder eine Gruppe von Heilern, dass irgendwer die am Festland anwerben geht und die halt zu uns holt und dass wir dann wirklich nur praktisch ein Zelt haben, wo dieser fremde Heiler drin sitzt und die Patienten da alle nacheinander reingehen und der danach sofort wieder weggeschafft wird, weil ich halt nicht wollte, dass es da irgendwie mehr Kontakt gibt, als unbedingt sein muss. Ja. Aber ich jetzt alles gefährlich finde, finde ich gar nicht gut. Ich meine, für Rudano lief es ja eigentlich ganz gut. Daher frage ich mich, ob nicht jemand, der eher, also ob Vorontal zum Beispiel mit seinem Vulkangott Kult eher ein Interesse daran hat, mit der Außenwelt mehr zusammenzuarbeiten. Aber für mich wäre auch einfach, würde es auch reichen, wenn alle dagegen sind, nur Lava sagt, ey, wir brauchen die Leute und glaubt, sie hätte das alles unter Kontrolle. Das würde für mich völlig reichen. Ja. Und wenn die schon mal da sind, dann können die uns bei allem möglichen anderen Zeugs auch helfen. Da kommt ja höchstchen auf Stöckstchen dazu. Und dann sagt man sich, wenn die Heiler sagen, ja, warum macht denn ihr das so kompliziert hier mit den Holzpfählen? Das kann man doch viel einfacher machen. Ihr braucht besseres Holz. Wir hätten das. Für so ein paar Feuerrauben. Ja, ich mag die Idee. Genau, weil wir müssen ja auch Leute losgeschickt haben, die die geholt haben und die werden dann ja auf der Reise sich mit denen unterhalten. haben und halt auch nochmal die Außenwelt gesehen haben. Also da hatten die ja dann schon den Kontakt zur Außenwelt, um das dann in die Community reinzutragen und halt von Sachen zu erzählen und so. Ja. Dann ist es Lava, die sagt, Austausch ist gar nicht schlimm, solange wir es unter Kontrolle haben. Ne, Austausch finde ich total scheiße, aber ich finde es halt besser, als wenn ihr alle stirbt. Aber der zweite Punkt ist ja, übel. Jemand Wichtiges findet ihr Gehör, wieso haben einige vorgeschlagen, noch mehr zu holen? Noch mehr Außenwelt, gleich ist der zweite Teil. Also, und da stelle ich mir so vor, dass, wenn man schon einen Highlighter zu Besuch hat, dann wird der halt noch andere Vorschläge haben, wie man das Leben auf der Insel verbessern kann. Er braucht ja einfach nur Geschichten zu erzählen, was es bei ihm zu Hause gibt, was wir nicht haben. Ja, schauen wir einfach mal, wie es im Spiel ist. Wir müssen ja auch schon auf die Zeit leider gucken und unsere Zähne knapper halten. So ist das dann leider. Ich nehme ein neues Ritual oder ein Fillerword? Ich möchte ein Fillerword hinzuhaben und Sometimes we need to fill the air and stall for time. This unique way of gathering space to speak is particular to us. Also sowas wie Ah, okay. Ähm, oder Also sowas. Ein Fillerword. Ich brauche ein Fillerword und das hänge ich an unsere lieben Raupen. Denn die sorgen ständig dafür mit dem erhöhten Drogenkonsum, dass wir vielleicht manchmal nicht ganz so schnell mehr sind. Ja, definitiv. Also. Vielleicht wird es einfach so eine Schleck-Geste. Das wäre super nervig, wenn irgendwann statt einem zu sagen, die Leute schluss machen. Ja, das ist, ich bin völlig einverstanden. Schleck. Oh Gott, ich glaube, das wird uns wahnsinnig machen. Schleck. Ja, dann würde ich sagen, Geräusch beim Raupen schlecken. Oh Gott. Genau, also das ist natürlich, das hat sich eingebürgert. Ist das ein nerviges Geräusch. Schleck. Das ist unser Füllwort. Und wir sind in einer Szene, in der jemand sprachlos zurückbleibt. Alle Konversationen sind erfüllt jetzt von dieser Sache, dass wir jetzt Außenweltkontakt haben. Und daher glaube ich, brauche ich eine Szene, in der uns sprachlos zurücklässt, dass wir, dass schon wieder ein Vorschlag ist, wofür wir von der Außenwelt irgendwas bräuchten, wo wir vorher auch ohne klargekommen sind. und den Vorschlag, den mache ich und ich lasse Rodane sprachlos, glaube ich, zurück. Mal gucken, vielleicht. Das werden wir dann sehen. Wir sind alle wieder beisammen. Es gibt eine Versammlung am dritten Auge und manche natürlich und ich trete nach vorne. Ferontal. Wir wissen alle, wie schädlich die Auswirkungen sind des Feuerraupenkonsums. wir haben viele Opfer zu beklagen. Wir wissen immer noch nicht, woher diese schreckliche Augenkrankheit herkommt, auch wenn wir jetzt dank unserer Besucher ein Heilmittel haben und die uns helfen können. Aber wie ich in Erfahrung bringen konnte, gibt es in der Außenwelt durchaus gesündere Substanzen, die ähnliche Effekte haben können, die ähnliche Zwecke in unserer Gemeinschaft erfüllen könnten, als die Feuerraupen, die ohnehin in Gerims heilige Tiere sind und ungezügelt und ungezähmt und ungefangen im Vulkan ihr Unwesen treiben können, dürfen. So hat der Feuergott es mir gesagt. Deswegen erhebe ich mein Wort. Macht euch keinen Sog mehr. Lasst uns die Feuerraupen raupen sein lassen und die Außenweltler bitten, bei ihrem nächsten Besuch uns genügend von ihrer Substanz mitbringen zu lassen. Finden sich Anhänger für diese Petition Ja, also ich springe natürlich sofort auf Entschuldigung und gucke in die Runde und sage Vorwohntal, ich weiß überhaupt nicht, wie du auf so eine Idee kommen kannst. Denn es stimmt sicherlich, dass das jetzt bei dieser furchtbaren Krankheit wichtig war, Leute reinzuholen. Aber wir hatten vorher doch hier eine gute Sache am Laufen. Und ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst, dass dein Gott auf einmal jetzt uns die Raupen vorenthalten soll. Und wir irgendwas von draußen, von diesen Fremden irgendwie reinholen. Und also ich habe eine Gegenfrage. Ist irgendjemand von uns hier bereit, dafür, dass wir dieses Risiko eingehen, auf eine zünftige Rauferei in Zukunft für immer zu verzichten? Und ich setze mich wieder hin. auf nichts muss verzichtet werden. Was ich von den Substanzen gehört habe, die es dort draußen gibt, können sie uns noch viel mehr horizontal eröffnen. Sie können unser Auge wahrhaftig öffnen. Vorunter, womit willst du das denn bezahlen? Wir brauchen die Raupen, wir brauchen die zum Überleben, wir brauchen die, um gut leben zu können, wir können doch nicht auf etwas zugreifen, was wir nicht auf unsere eisernen Insel anpflanzen können. Wir würden uns doch komplett abhängig machen von den Fremden da draußen, die uns umbringen wollen, die uns Schlechtes wollen. Auf so etwas können wir uns doch gar nicht einlassen. Es ist viele Jahre her. Ich saß mit Eleonora auf den Felsen und wir sahen einen Dunst am Himmel. Diesen Dunst, der ist immer noch halbschlechtiger Moment, der mir damals schon gesagt hat, wir können nicht für ewig so weitermachen. Unser Leben entspricht nicht dem, was Ingrim sich wünscht von uns auf dieser Insel. Die Raupen sind heilig. Ihr müsst sie in Ruhe lassen und die Außenwelt ist gekommen, um uns von diesem Laster zu befreien. Cut. Dann ist als nächstes die Bohrer dran. Dann würde ich spielen What Lies Outside. Okay. How we refer to the world outside of the isolation. What memories and emotions does it evoke inside us? We remember things differently. Die Welt da draußen und zu welchem Aspekt nehmen wir es? zum Wissen vom Ende. Weil das ist ja der Grund, warum wir von der Außenwelt überhaupt abgeschnitten und verstoßen wurden. und wenn wir das Wissen vom Ende nicht hätten, dann wären wir ja immer noch bei der Außenwelt. Das stimmt, ja. Lava hatte gerade in der letzten Gegenrede ja schon so ein paar Begriffe genannt. Bestimmt schon Anhaltspunkt. Gefährlich, mörderisch warst da draußen. Die sind doch ignorant sind die auch, die haben ja das Ende der Welt nicht eingesehen. Ja, irgendwie gefährlich und unbekannt und schlecht. Oh, da gab es doch bei 1984, 83, 84, 84, da gab es so eine Passage, wo gesagt wurde, dass die halt alle Wörter sozusagen verboten haben und dafür dann stattdessen ein einziges Wort implementiert haben, was dann sowohl gefährlich als auch irgendwie keine Ahnung, doof, böse, bla, irgendwie alles bedeutet hat und die dann alles ein bisschen ersetzt hat, sodass das irgendwie dann die Bedeutung von den ganzen Wörtern in dem einen Wort drinne war. Ich kann mich aber nicht an das Wort erinnern. Aber sowas wie ein Wort für alles, was schlecht ist, so egal was, alles was schlecht ist, ist halt das da draußen. Vielleicht sind die auch überflüssig da draußen. wir hatten schon was mit über, so vom Gedanken her. was sagtest du, das macht doch nix. Ja. Menschen tendieren sogar dazu, gleiche Worte zu benutzen, wenn sie neue Wortbildungen machen. bei überflüssig denke ich so, die haben ja viel, viel mehr als wir und gleichzeitig sind die die, die wir nicht mehr brauchten. Das hat so zwei, das hat so zwei, zwei eigentlich konträre Bedeutungen, dieses überflüssig. Und ich denke auch an, überfluss ist total lustig tatsächlich. Oder überschwemmt. Das connectet dann wieder mit dem Treibschlicht. Ja. Oder über dem Meer oder so, weil das sind ja die, die da drüben über dem Meer sind. Wir sind ja auf einer Insel. Übermeer einfach. Übermeer. Ja. Meer hat ja auch wiederum die Doppelbedeutung. Ja. Die in Übermeer. Und die sehen auch nichts, weil die von allem viel zu viel haben und davon voll geblendet sind. Und sind die, die wirklich über dem Meer sind und die überflüssig sind, weil wir die ja sowieso nicht brauchen. Ja. Und da fällt mir eine Sache ein, die wir tatsächlich auch vergessen haben. Vielleicht können wir die noch zwischenschieben, bevor wir die Szene spielen. Zeitalterwechsel hat ja noch eine spieltheoretische Bedeutung. Wir müssen, nämlich einen Aspekt verändern. Das könnte dazu passen, was auch immer wir jetzt machen. Also wir nehmen einen der Aspekte und den verändern wir leicht, indem wir was dranhängen, was umdeuten. Wir können das auch nach der Szene machen, wenn wir dieses, wenn wir das Übermeer hatten. Aber das müssen wir noch machen. Ich hätte auch schon eine Idee. Wir tendieren in eine Richtung. Ja. Und zwar, wir wissen vom Ende, würde ich leicht ändern nach den letzten Szenen in wir ignorieren das Ende. Ja. Ja. Sollen wir das einfach machen? Hm? Wir ignorieren das. Genau. Dann schiebe ich das hier hin. Das alte Ende färbe ich so, graue ich so ein bisschen aus. Das war jetzt die Schrift. Ich wollte das Kästchen. Und die anderen, die Aspekte, die ziehen einfach weiter zum Zentrum. So. Genau. Und die Außenwelt, die kommt hier dran. Jetzt ist alles wieder sortiert. Hat es eine Relevanz, wo die Wörter hängen? Hängen die auch, also sollen die an dem jeweiligen H dran hängen? Oder ist das egal? Die bleiben, wo sie sind. Genau. Also, das wir wissen vom Ende ist eben immer noch übrig geblieben von Treibschlecht und Überschauern. Und so. Genau. Bleiben wir bei Übermeer, Wiebora? Ja. Ja. Dann gibt es eine Szene. Äh, ja. Und zwar gibt es eine Szene, wo sich Lava mit Elia Nora beraten will, ob wir Kontakt zur Außenwelt aufnehmen wollen und inwiefern, ob wir irgendwie Handlungsbeziehungen anfangen sollten aufzubauen oder ob das alles eine ganz schlechte Idee ist. Und zwar sitzen wir am Lagerfeuer. Okay. Mhm. Elia Nora, ich weiß nicht, was ich machen soll. Denkst du, wir sollten mehr Kontakt zu denen dann über mir aufnehmen? Also, aus meiner Erfahrung heraus, so wie es früher war, hat es sich nie, nie sonderlich ausgezahlt, zu viele Leute ins Land zu holen als Gastarbeiter und damit zu rechnen, dass sie auch wieder verschwinden, wenn sie einem auf die Nerven gehen. Ich würde mir gut überlegen, wie viele irgendwann ich die Leute herhole und den Irrglauben, dass sie irgendwann wieder gehen würden, die sie nicht mehr brauchen, den sollten wir nicht entgegen. würde auf gar keinen Fall erlauben, dass Leute aus Übermeer hier einziehen. Ich meinte lediglich Dinge von ihnen einkaufen, dieses bessere Holz, von dem sie geredet hatten, Medizin, andere Sachen, die wir auf der Insel nicht herstellen können. Schön und wichtig, dass alles ist, aber glaubst du wirklich, dass Leute von Übermeer hierher kommen, sich wohlfühlen, sehen, sich hier niederlassen wollen und merken, okay, hier ist es sehr viel schöner als auf dem Festland und dann freiwillig wieder gehen. Ein paar Leute kann man immer wieder laufschmeißen, aber das gerät schnell außer Kontrolle. Das hat die Geschichte uns immer wieder gezeigt. Andersrum wäre es natürlich besser, wenn wir jemanden hätten, der von uns nach Übermeer könnte und uns die Dinge, die wir haben wollen, einfach schafft. Das finde ich eine gute Idee. Wir könnten ein paar Leute suchen, die verstehen, wie wichtig es ist, unsere Gemeinschaft hier zu erhalten und ein Boot bauen und sie dort handeln und einkaufen schicken, sodass sie dann wieder zurückkommen. dann könnten wir auch kontrollieren, wann sie dorthin fahren, wie lange sie dort bleiben. Die Frage ist nur, mit was wir überhaupt handeln könnten. Wir haben echt viele Feuerrauben. Die gibt es nur hier bei uns. So viele haben wir gar nicht. Erinnerst du dich nicht, das eine Jahr, wo die Ernte zerstört wurde, weil wir sind so abhängig von den Feuerrauben. Ich finde nicht, dass wir anfangen sollten, damit zu handeln. Ich finde ehrlich gesagt, dass wir sie eher geheim halten sollten. Ich hätte eher Angst, dass jemand herkommt und sie uns wegnehmen will. Und ich denke auch, dass wir sie eigentlich alle selber brauchen. Vielleicht Holz? Früchte? Wir sind ja eine Vulkaninsel. Wenn ich eins gelernt habe, als Kind, als ich ein kleiner Junge war, habe ich einen Stand aufgemacht mit leeren toten Schneckenhäusern aus unserem Garten. Und ich habe immer wieder dumme Leute gefunden, die mir die tatsächlich abgekauft haben. Wie wäre es, wir handeln mit Lavasteinen? Ich meine, hier fliegen überall Steine rum. Wir sind eine Vulkaninsel. Schiffen sind wir aus. Aber wer kauft denn Steine? Deppen. Glaub mir, die Welt ist So viele Deppen sind über mir, wirklich? Oh ja. Alle da drüben sind Deppen und kaufen Steine, alles klar. Ja, finde ich wunderbar, wunderbar, lass uns das machen. Bunkeln, schön schwarz, das Elsterverhalten von Menschen, da kannst du eigentlich immer zählen. Ja. Wunderbar, wunderbar, dann werden wir das beim nächsten Council-Treffen ansprechen. Es ist immer gut, mit dir zu reden. Ja, genau so. Alles klar. Okay. Ihr dürft übrigens auch noch eine Karte austauschen oder eine Karte hinzunehmen oder eine Karte hinzunehmen aus Zeitalter 2, wenn ihr wollt. Das ist noch erlaubt. Aber man sieht jetzt nicht, man sieht, die neue kann man auch aus Age 3 jetzt ziehen. Die neue wird jetzt aus Zeitalter 3 gezogen, aber man dürfte beim Zeitalterwechsel sich noch eine neue Karte holen. Okay. Genau. Ja, das passt definitiv jetzt in den geänderten Aspekt. Auf einmal wird darüber geredet, mit der Außenwelt zu handeln und so weiter und so fort. Genau. Philipp, was nimmst du für eine Karte? Ich habe da selbstverständlich eine gute Follow-up-Karte für die Szene gerade und zwar Money. Money, money, money. Genau. Schneckenhäuser. Currency within the isolation. What do we exchange for services and how do we acquire something more than basic necessities? Und die Szene ist, der Story-Prompt is what money can buy here. Genau. Ja, also ich würde mir tatsächlich vorstellen, dass es gab vielleicht irgendwann mal am Anfang, als die Feste gegründet wurde, gab es vielleicht mal irgendwie irgendeine Art Währung, weil das einfach von außen alle so gewohnt waren. Aber über kurz oder lang würde ich mir tatsächlich vorstellen, dass das so völlig weggefallen ist. Natürlich sind irgendwie die Feuerraupen einfach wertvoll. Das heißt, mit denen wird schon mal auch irgendwie gehandelt. Also wenn jemand was will und dafür irgendwie Feuerraupen kriegt, ist das irgendwie, das funktioniert. Ich würde mir vorstellen, dass das Wort tatsächlich ein, vielleicht ein Begriff ist dafür, wie wir eigentlich, also wie wir das eigentlich machen, wenn wir, weiß ich nicht, Services oder Sachen oder so kaufen. Und ich würde mir vorstellen, dass wir vielleicht so was haben, dass es einfach so ein Handelssystem war, dass man halt irgendwie, ne, einen Gefallen, du tust mir einen Gefallen, dafür tue ich dir einen Gefallen. Und da könnte man halt irgendwie mit Augen ganz schön was machen, so ein Auge um Auge oder mit Augenmaß oder so. Und vielleicht ist irgendwie das Augenmaß quasi zu so einem, zu so einem Währungsersatz geworden. Also vielleicht sagt man irgendwie, vielleicht hat man das Wort irgendwie verkürzt. So wie die Elle früher stattdessen. Ah, ja. Ich dachte vielleicht tatsächlich, dass man das da vielleicht einfach verkürzt hat und das so verwendet, dass man irgendwie Augenmaß verkürzt hat auf, weiß ich nicht, Auma oder so. Und dann jemandem sagt, dass man quasi diese Gefallen so zählt. Und jemand sagt, du schuldest mir noch ein großes Auma. sowas wie, ich habe irgendwie gestern für dich was gemacht. Das heißt, ich habe noch einen gut bei dir. Super, ja. Dass es irgendwie halt so eine subjektive Gefallensabwägung gibt, so was ist ein großer Gefallen, was ist ein kleiner und was ist irgendwie ein mittlerer oder so. Und dass man aber irgendwie so ein Gefühl dafür hat, was jetzt ein großes oder was jetzt ein kleines wäre. Ja, genau. So stelle ich mir das vor. Findet ihr das cool? Man könnte mit sich dann irgendwie in Auma reden. Das ist witzig. Vielleicht klingt das für die Leute von außen erstmal so, als ob das irgendwie Geld wäre oder Schneckenhäuser oder was auch immer. Und eigentlich sind es wirklich einfach nur Gefallen, wo irgendwie abgeschätzt wird, wie viel ist es jetzt wert. Das ist voll witzig. Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich cool. Genau. Und dann so, ja, ich habe dir jetzt den Einkauf nach Hause getragen. Ich habe jetzt meine Debt schon bezahlt. Auma. Ja, genau. Das ist cool. Das ist mal ein Riesen-Auma. Genau. Man könnte, jetzt die Frage, an welchem Aspekt wir das koppeln. Aber das heißt ja auch, wenn unsere Handelsleute nach draußen fahren, dass die nicht mehr wirklich wissen, was Geld ist, oder? Genau. Deswegen, das ist nämlich die Szene, die ich jetzt irgendwie im Kopf habe. Eigentlich wollte ich dieses Währungsding deswegen irgendwie aufmachen, aber ich glaube, da könnte man etwas draus machen. Okay, man kann das natürlich an die Feuerraupen hängen, weil einfach die Feuerraupen auch so ein Währungsersatz geworden sind. Man kann das natürlich auch irgendwie ans Ende hängen. Ja, also die die berauschenden Feueraugenraupen, sie sind natürlich, finde ich, also das ist ja die schwerste Arbeit, die es momentan so gibt, oder? Insofern ist vielleicht was mit Währung zu tun hat, wo am häufigsten Auma irgendwie noch was geht. Gastarbeiter zum Feuerraupenabbau. Das ist so falsch. Wir glauben, wir hätten das unter Kontrolle hier. Genau. Genau, also das ist das Wort und das an die Feuerraupen zu hängen ist total sinnvoll. Genau. Und der Story from this year What Money Can Buy hier. Ich stelle mir tatsächlich vor, dass wir vielleicht mal wieder alle in der Szene sind und ein Council Meeting haben, wo halt genau über den Vorschlag, der da eben zwischen Lava und Elia Nora zusammengekocht wurde, jetzt quasi beraten wird, ob man das denn machen soll, ob man wirklich handelt mit Lavasteinen oder Ähnlichem betreibt. Und wir haben da ein Council Meeting und gerade wurde dieser Vorschlag hinreichend diplomatisch vorgestellt und Rudana hat da natürlich eine ganz eigene Meinung zu, weil sie ja eine von denen ist, die hier auch ohne Währung es geschafft hat, sich so eine gute Sache am Laufen zu haben, weil sie de facto was kontrolliert hat, was viel wert war. Das heißt, ich bin natürlich total dagegen, dass man jetzt anfängt mit Lavasteinen zu handeln oder so und genau springe dann direkt nachdem dieser Vorschlag gemacht wurde eben auf und sage, ich weiß nicht, wie Lava, die eigentlich doch in den letzten Jahren so viel vernünftiger geworden ist, Lava, wie du so etwas vorschlagen kannst und Elia Nora, wie du mit deiner Erfahrung so etwas gutheißen kannst. Wenn wir eins wissen, dann doch, wir haben hier, wir haben doch eine gute Sache, wie hier alles so läuft, nämlich, wenn, ja, wenn, wenn, gibst du mir einen Auma, gebe ich dir einen Auma, alles, alles gut, damit sind wir doch immer, sind wir doch immer, immer gut gefahren und ich verstehe nicht, warum wir jetzt auf einmal anfangen sollen, uns irgendwelche Steine, die nichts wert sind, wenn, überleg mal, wenn dir von der Woche gesagt hätte, hm, kriegst du einen Auma und was gibst du mir dafür und ich hätte gesagt, hier, nimm diesen Stein, was ist denn das für ein Blödsinn, das steht, das spricht, das geht gegen alles, wofür wir stehen. Nein, Rodano, du hast den Vorschlag nicht verstanden, bei uns ändert sich gar nichts, wir nehmen etwas, was nichts wert ist und was wir nicht brauchen, bringen es zu den Übermeer und sie geben uns dafür etwas, was wir brauchen, das ist alles, das hat, niemand redet davon, sich hier gegenseitig Steine hin und her zu schieben. Elia Norra hat gesagt, die Übermeer sind alle Deppen und wollen Steine und geben uns dafür zum Beispiel gutes Holz, was ein paar Jahre länger hält als das, was wir jetzt gerade haben und dann könnten wir damit die Hütten erneuern und müssten das nicht jedes Jahr wieder machen, so wie wir es bisher machen. Aber es geht wirklich nur darum, die Steine von der Insel, die wir nicht brauchen, darüber zu schippern und gegen etwas zu tauschen, was wir gebrauchen können. Aber hier wird sich eigentlich nichts ändern dadurch. Das ist kein schlechtes Auma. Ich glaube, ja, ich glaube, das Problem ist, das ist auch für Übermeer kein Auma. Elia Norra mag das alles selbst gesehen haben, aber so kann das doch nie im Leben funktionieren. Man kann doch nicht etwas Wertloses gegen etwas Wertvolles eintauschen. Das ist doch, wer macht denn so etwas? Ja, mir geht davon aus, dass diese Sachen, die für uns wertlos sind, für alle anderen Menschen auch wertlos sein müssen. Auf der anderen Seite, überlegt mal, Leute, die in die Rego-Dingsbums wohnen, da wo wir herkommen, wo die Wälder voll sind mit Eichen, die werden keinen Pfifferling ausgeben. Alles übermeer. Für Eichenholz. Aber vielleicht für, wir dagegen würden das sofort tun. Aber das ist doch nicht überschauend. Die sind doch nirgendwo was wert. Das glaubt ihr. Unsere Insel ist eine, wir sind eine, in der Feste sind wir überschauende Menschen. Wir können doch nicht, wir können doch nicht etwas, was eindeutig ein schlechtes Geschäft ist, irgendjemandem aufbürden. Warum glaubt ihr denn, das wäre ein nicht überschauendes Geschäft? Und Eleanor war schlimmer noch, du hast doch uns immer die Geschichten von früher aus Übermeer erzählt. Und uns erzählt, wie viel besser es uns hier geht, dass die Leute damals sich die ganze Zeit nur so gespürt haben, weil sie kleine Steine anhäufen wollten und solche Sachen. Diesen Sog brauchen wir nicht. Das ist ganz schlechtes Auma, uns freiwillig diese Art von Sog wieder in unsere Köpfe zu packen. Das ist schlecht. Es wird dafür sorgen, dass die Feste so wird wie Übermeer. Und wenn es eins gibt, was wir nicht wollen, dann das. Und ihr haltet es für besser, unsere kleine Insel mit Leuten aus Übermeer überschwemmen zu lassen. In der Hoffnung, dass die Sachen springen, die wir mögen? Nein. Niemand will das. Da müssen sie alle rauswerfen. Vor und Harudane, ihr seid jung. Ihr habt nie irgendwas anderes als diese Insel gesehen. Genauso wenig wie ich. Aber Eleonora war da. Sie hat das mit ihren eigenen Augen gesehen. Also wenn sie sagt, dass Leute aus Übermeer uns Eichenholz für Lavasteine geben, dann glaube ich ihr das. Sie ist alt, sie ist weise, natürlich. Sie ist die überschaunste Person, die ich kenne. Wir sollten auf sie vertrauen. Es ist zwar wirklich lange her, aber ich erinnere mich noch daran, dass meine Eltern, als ich klein war, genau solche Geschäfte gemacht haben. Wir haben Steine getauscht, wir haben Holz getauscht, wir haben Schafe getauscht. Das war normal. Ich glaube, das kann auch heute wieder funktionieren. Wenn die Mehrheit das glaubt, dann sollen wir das so tun. Aber sagt nachher nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Wenn wir uns immer mehr treibschlecht hier reinholen und immer mehr zum Übermeer werden, das macht mir Sorg. Aber gut, tut, was ihr wollt. Wir werden dieses Schiff bauen und wir werden eine Delegation mit Lavasteinen herüberschicken und danach werden wir sehen, was passiert ist und können darüber reden, wie wir weiter verfahren wollen. Cut. Okay. Oder? Ja, ja. Unbedingt. Wir müssen sagen von Lava. Deutlich. Genau. Die Zeit ist rum, leider, zum Spielen. Wir müssen jetzt überlegen, ob wir noch ein bisschen länger und noch eine halbe Stunde weiterspielen. Da müsste ich allerdings mal fragen, wie es da aussieht, weil meine Frau sich eigentlich dringend über eine Ablöse freut mit den Kindern, weil es dir heute nicht so gut geht. Aber wir wären dann dann bei Nina Szene und die spielen wir auch auf jeden Fall noch. Ich würde nur jetzt schon mal fragen und ich frage euch, wie es aussieht mit eurer Zeit. Ich habe jetzt Zeit. Ich würde es auch echt gerne zu Ende spielen. Keine Ahnung, ob man das sonst wann anders machen kann oder so. Aber ich würde jetzt halt gerne wissen, wie die Geschichte zu Ende ausgeht. Also ich glaube, wir können, wenn wir die Szenen noch ein bisschen schärfer cutten und wirklich, sobald einer sagt, cut, ist die Szenen auch wirklich zu Ende. Egal, wer das sagt. Dann können wir auch noch, glaube ich, das letzte Zeitalter komplett spielen. Und dann sind wir auch schon in der Legacy drin. Also das fände ich schon auch noch ganz schön. Ich würde einfach nur mal eben schnell fragen, wie es aussieht mit dem zwei Minuten, die wir da sind. Ja, alles klar. Na klar. Aber bei euch auch. Eine halbe Stunde seid ihr noch dabei? Also bis halb drei? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Zeitlich flexibel hier. Bis gleich. Noch zu Ende spielen ist gut. Ja. Ja. Ich habe Corona frei. Ich habe immer Zeit. Ja. Das geht uns, glaube ich, allen so. Es ist schon lustig, wie die... Irgendwann. Sorry. Nee, alles gut. Ich wollte sagen, es ist lustig, wie schnell man sich an die Wörter gewöhnt. Das stimmt. Ich habe das mal in der Schulzeit versucht, ein Wort mir auszudenken und in den Sprachgeborg meiner Freunde eins zu integrieren. Es hat in meiner Clique hat es geklappt und die haben dann tatsächlich auch Theorie gesagt. Das war mein Wort für Hallo und Tschüss. Das hat funktioniert, aber bis... Also alle anderen wollten das nicht annehmen. Fand ich sehr schade. Aber es war so ein fröhliches Wort. Aber das ist doch schon mal gut, wenn deine Freunde das schon mal benutzt haben. Ja, die habe ich gezwungen. Wieso? Ach so. Na gut. Ich habe ein ganz süßes Baby gerade im Arm gehalten, aber das Baby will noch warten auf mich. Das ist okay. Hattest das explizit gesagt? Das war in den Blicken zu leben. Genau. Das will auch immer zu Ende spielen. Nina, welches Wort nimmst du? Das ist... Also wenn ich weiß, dass ich mich für eins entscheiden muss und für die anderen nicht spiele, ist das echt gemein. Jeder kriegt ja noch zwei Wörter. Also noch zwei... Wir machen ja noch das dritte Alter. Okay. Ja, also wir können noch bis halb drei machen. Gut, dann bin ich für ein Schachtelwort. Alle deutschen Wörter sind Schachtelwörter. Ja. Das kommt am Toe, ist das, oder? Genau. Das mit zu Französisch, das spreche ich nicht mehr aus. Ich nenne das Schachtelwort und das wird immer gerne genannt. Ein Portemonnaie. Das ist eine Action und da folgt man einfach dem, was da draufsteht. Das Konzept nicht gekopyt, hast du... Ach, das... Ah ja, genau. Das ist bestimmt. Achso, soll ich das eben mal? Nee, jetzt hat es geklärt. Okay. Ich bin so entschuldig. Genau. Und zwar ist mein Wort eine Mischung... Also das Wort ist Vervulkanisierung. Das Vervulkanisieren. und bedeutet so viel wie... Aber aus welchen beiden Worten ist denn das zusammengesetzt? Ich kann auch nicht schreiben. Aus Verdumme und Vulkan. Aber... Ich dachte, man muss zwei neue Worte nehmen, oder? Nee, du musst zwei... Genau, zwei Wörter, die wir schon definiert haben. Genau. Oh nee, wie doof. Ja, also irgendwie Sog und Überschauer... Ich dachte, weil wir den Vulkan schon drin haben, würde das passen, wenn ich da einfach... Nee, also es sollen zwei der definierten Wörter sein. Also zwei in den grünen Kästen sollen verbunden werden zu einem neuen Wort. Mit einem kombinierten. Okay, dann eben Übervulkanisierung. Aber Vulkan haben wir ja auch nicht. Ich habe kein Wort mit Vulkan. Den benutzen wir doch überdauern. Ach, das ist blöd. Ja, okay, nee, dann habe ich da keine Lust drauf. Das ist mir zu blöd. Das passt nicht in mein Konzept. Dann nehme ich das wieder raus, mache das später und mache stattdessen einen Fluch. Sehr gut. Ist das okay? Ja. Es kommt vielleicht das Gleiche raus. Was das Wort angeht. Nee, eigentlich hätte ich mir einen anderen Buch ausgedacht. Das ist da wahrscheinlich auch mein Insider. Was heißt explitiv? Explizit etwas ausdrücken, also explizite Sprache. heißt fluchen, Kraftausdrücke benutzen. Oh, okay. Also sowas wie fuck fucking oder scheiß im Deutschen. Fuck fucking fuck, fuck fuck fuck. Ja, scheiß verdammte scheiße. die Bedeutung die Bedeutung bleibt dieselbe. Das kommt daher, dass Leute, die zu lange auf der Insel gelebt haben oder hier geboren wurden, vergessen, wie die wirkliche Welt im Übermeer aussieht und sich ein bisschen in ihrer Inselnaivität geflüchtet haben. wird das irgendwie abgekürzt, wenn man es so verwendet? Das ist ein super langes Explitiv. Ja, genau. Wird da irgendwie verwulgt oder sowas draus? Genau. Keine Ahnung. Ja. Verwulgt klingt schön. Und jemand, der verwulgt ist, ist ein Verwulki. Ja! Das klingt wie ein niedliches, floschiges Tier. Das wollte ich gerade sagen. Verwulki. Gut. Aha, okay. Und das hängt an welchem Aspekt dran? Das ist ja auch immer noch eigentlich möglich, sollte man das sofort klären. Ja, zum Ende der Welt vielleicht. zum wütenden Vulkangott? Ich meine, das hat ja was mit dem Vulkan zu tun, ne? Jo. Weiß ich nicht. Ich finde auch, dass es gut zum Ende der Welt passt, weil es ist ja jemand, der so in seiner Inselmentalität sozusagen feststeckt, dass er nicht mehr irgendwie überhaupt nach Übermeer kommt, so gedanklich. Und ich finde, dass es jetzt nicht unbedingt mit dem Gott oder dem Gott anbeten oder irgendwas zu tun hat, sondern mehr mit diesem schon immer auf der Insel sein, wir sind ja da, weil wir damals rüber mussten. Also ich könnte ja an den Vulkangott glauben und so und den voll cool finden, aber trotzdem, keine Ahnung, Handel mit der Außenwelt betreiben oder so. Oder was über die Außenwelt wissen. Wir ignorieren das Ende. Ja. Okay. Ja. Dann schiebe ich mal wieder das Konzept in die Mitte. Also was meinen wir jetzt mit dem Ende der Welt? Damit meinten wir doch diesen Mythos, dass diese Vorsehung des dritten Auges ist und die ignorieren wir ja jetzt inzwischen. Wir haben uns immer noch nicht wirklich geeinigt, was denn das Ende der Welt nun sein wird. Ja. Wissen wir das überhaupt noch? Spielt das eine Rolle? Dass es das Ende ist, reicht ja eigentlich auch schon, oder? Ja. Aber eigentlich sehen wir das ja immer in den Visionen, was genau das Ende ist, oder? Oder zumindest so Fragmente davon. Ja, aber das genau. Aber was genau wir sehen, das haben wir noch nicht gesagt. Ja, das stimmt, haben wir auch nicht. Vielleicht hat einfach so lange keiner mehr eine Vision, wenn wir alle mal diese Feuerrauben benutzen, dass sich niemand daran erinnern kann. Mhm. Ja, ich glaube auch nicht, dass man in Visionen sowas so konkret sehen muss. Da reicht, das ist ja auch einfach, was heißt schon sehen? Also ich glaube auch, dass man da auch trotzdem sagen kann, die Welt geht unter, auch wenn man nicht sieht, wie oder was Ja, also, dass es mehr so eine Art Gefühl ist oder so. Wir können ja drüber reden. Ich bin dafür, dass die Rodane sich jetzt mal mit der Eleonora darüber unterhält, was so der aktuelle Zustand auf der Insel ist und wo das Ganze noch hinführen soll. Ja, unter vier Augen. Ja, natürlich. Eleonora kommt wahrscheinlich zu dir auf die Arbeit, du machst Mittagspause, ihr leckt, ihr schlägt zusammen eine Rauche und Eleonora fragt dich, was du von der Vervulkanisierung der Gesellschaft hältst. Eleonora, das habe ich eigentlich doch letzte Woche deutlich genug gesagt, oder? Ich finde das, also, wie gesagt, ich halte das für totales Treibschlecht, was da gerade passiert. Wir holen uns da von Übermeer Leute rein und jetzt und jetzt ist auf einmal die Rede davon, dass wir sogar nach Übermeer fahren, das ist totaler verwirkter Mist alles. Ich halte da absolut gar nichts von. Das macht mir so richtig Sog. Ich glaube, das wird dafür sorgen, dass es mit der feste Bergab geht. Aber wir haben, wie schon gesagt wurde, wir haben offensichtlich nicht die Wahl, wenn du das sagst und die Leute dir glauben, dass du dank deiner Lebenserfahrung das weißt, aber ich habe es deutlich gesagt, ich halte es für falsch. Naja, eine Sache darf man nicht vergessen, wenn man sich mit der Außenwelt über Übermeer auseinandersetzt, erfährt man vielleicht auch neues Wissen, das wir in den letzten 100 Jahren gesammelt haben. von dem wir nichts mitbekommen haben. Die scheinen sicher um einiges verändert zu haben, ob das ins Positive oder Negative ging, kann ich nicht beurteilen. Es wäre aber interessant, irgendwie schon. Ich glaube nicht, dass die Leute in Übermeer so Überschauer sind, wie du es jetzt darstellst. Ich glaube, das ist gefährlich. Das glaube ich auch nicht, im Gegenteil. Ich habe da schlimme Befürchtungen, aber die Zeichen am Himmel, die können wir nicht wegreden. Die sind da. Die grauen Schleier sagen mir, dass es mit der Welt zu Ende geht. Kannst du jetzt nicht so genau sagen, du hast keine Vision, aber glaub es mir mal einfach. Das ist ein schlechtes Zeichen. Also dieses, es tut mir leid, aber von diesem glaub das doch einfach, du kannst das nicht beurteilen. du bist ja kein Überschauer, weil du kein drittes Auge hast. Du bist auf eine andere Weise Überschauer. Ja, wenn das so ist, wenn meine Meinung hier nicht mehr gewünscht wird, dann kann ich vielleicht jetzt auch wieder an die Arbeit gehen und wir sind hier fertig. Offensichtlich bin ich doch mittlerweile ihnen noch dafür da, die Feuerraupen einzusammeln und vielleicht bald dann Steine zu kloppen, damit wir die nach übermehr verrückt nochmal schicken können. Jetzt sei nicht gleich beleidigt, so habe ich das überhaupt nicht gemeint. Wir haben alle unsere unterschiedlichen Fachgebiete, in denen wir arbeiten und meins sind die Raupen und das ist ja nur mehr als überschauerlich und meins sind Visionen und über alte Zeiten reden. Ich kann halt nur nicht glauben, dass ich vor einigen Wochen noch da stand und die große neue Überschauerin war und jetzt ist mein Wort überhaupt nichts mehr wert. Aber ich glaube, wir sind hier fertig. Ich habe verrückt viel zu tun heute. Na gut, dann geh du mal weiter zu deinen Raum. Das ist das Ende des zweiten Zeitalters für unsere Isolation, für die Feste. Okay, aber ich habe jetzt mal eine Frage. Ich hatte das nicht so verstanden, das Ende der Welt damit zu tun hat, dass Leute auf die Insel kommen. Ich dachte eigentlich, das sind zwei komplett verschiedene Ereignisse. Ja, sind es auch. Genau. Ich dachte eigentlich, dass Rudano und ich darüber reden und wir haben über die Leute auf der Insel geredet. Darum dachte ich kurz, das wäre vielleicht zwei verschiedene Sachen, das wäre dasselbe. Dann habt ihr nur aneinander vorbeigeredet. Das soll ja auch mal passieren. Rudano hat vielleicht diese Visionsthemen zu sehr abgeblockt, weil sie sich gerade einfach von der Welt abgehängt fühlt und auf einmal alles nicht mehr gilt, was sie kennt und die Leute ganz neue Sachen einführen, die sie doof findet. Da war sie vielleicht dann nicht empfänglich. Vermengen sich das so langsam auch dieser Sachen dort. Ja. Auch für die Person. Ja. Third Age. Genau, aber genau, ich finde, genau, das ist glaube ich nochmal auch wichtig, also wir ignorieren das Ende im Sinne von nicht wie, ja, eigentlich, ja, so langsam vermischt es sich. Ja. Die Endteilsvisionen, die uns getrennt haben von der Außenwelt und das Ende der Isolation sind eigentlich grundverschieden, aber interessanterweise kann man miteinander Unterhaltung führen, ohne dass dass einem das auffällt. Ja, das stimmt. Das dritte Zeitalter. Das, was sich anbahnte, ist passiert. Das Ende der Isolation ist nahe. Es gibt keinen Weg daraus, das zu verhindern. Eine Spaltung ist in vollem Gange. Eine Gruppe besteht darauf, mehr Außenwäldler einzulassen. Andere sehen dies als den schlimmsten Betrug. Wie kämpfen sie dagegen an und warum werden sie verdammt dazu sein, zu versagen? Wer fühlt sich denn, dass er dagegen kämpft? Und wer fühlt sich, dass er die Außenwäldler haben will? Rodane kämpft deutlich dagegen. Ich bin eher dafür. Eleanor ist weder das eine noch das andere. Ja, hat aber die Vorteile, aber auch die Nachteile und wünscht sich eigentlich mehr so eine Art geordneten Sklavenhandel. und Vorontal ist, kriegt keine Vision von seinem Gott und ist entsprechend erschüttert und weiß nicht, was er tun soll in dieser Situation, fühlt sich zerrissen. Weil die auch so viel Gutes bringen mit diesem Tauschankler. Ja, und warum sind wir verdammt dazu, zu versagen, diejenigen, die sich dagegen stemmen? Weil die ganzen Sachen von der Außenwelt zu cool sind, um die abzulehnen? Ja, der Handel passiert jetzt schon, es kommt cooles Zeugs rein, man kann es nicht ignorieren. Es gibt so Sonnencreme, Comics, Bade Schokolade, Netflix. Wir nehmen jetzt einen Aspekt, der sich verändert. Ich würde sagen, dass der Vulkangott sich verändert, weil wir ja plötzlich die Möglichkeit haben, wir sind ja nicht mehr komplett von ihm abhängig. Wir könnten ja jetzt theoretisch, wir haben ja jetzt auch ein Schiff, wir könnten jetzt ja sogar theoretisch die Insel verlassen. Also ich glaube, da wird einfach auch weniger wichtig, dadurch, dass man so viel neuen Input vom Festland bekommt. Ja. Der machtlose Vulkangott? Ja. Sehr gut. Ich mache mal seinen Vulkan kleiner, um das zu veranschaulichen. Das ist aber ganz schön gemein. Okay. Okay. Und alles rutscht Richtung Ende. Bam. Sogar die Raupen. Nein, die Raupen! Ich glaube, das Konzept können wir mal irgendwie hierhin verlagern, oder? Da wird es langsam unübersichtlich da. Man darf auch eine Karte austauschen. Blöde Frage, es spielt doch jeder nur noch eine Karte, oder? Werden in der Legacy die restlichen Karten rausgehauen? Nee, genau. Man kann im Grunde genommen jetzt nur noch gucken, ob man bei Story 3, ob einem eine Karte noch gefällt oder sowas, die man einfach spielen will. Also man muss aber jetzt nicht entscheiden, ob man eine Karte austauschen will. Und ich bin ich nehme mal ein Evolve, eine Action nehme ich mal. Mal gucken, was da passiert. Also, as pressure builds, we change the ways big and small. As we change, so does our language. Make a connection, play on an aspect in the current age and choose a word from a previous age. Okay, move the word to the new aspect and explain how the word has changed meaning because of this aspect. Okay, also wir haben zum Beispiel Aspekte, die wir hinter uns gelassen haben, war den Sog, die Überschauer und Treibschlecht. Die haben wir hinter uns gelassen. Und ich glaube, ich würde gerne ich nehme Treibschlecht. Natürlich nehme ich Treibschlecht. Und das bewege ich, ich bewege das aber nicht weiter, ich graue das Alte aus, damit wir das noch haben. Und ich bringe das zum machtlosen Vulkangott, schiebe ich das rüber und Treibschlecht ist nichts anderes als ein Wort für die, für Übermeer. für alles Schlechte, alles, was die uns eingeschleppt haben. Das ist nicht alles, also Luxus, Güter oder sonstige Güter. Das Toilettenpapier ist so treibschlecht. Güter aus Übermeer. Alles treibschlecht. Schlecht ist Neues. Tides of Change pull on us. Ja, und es passt ja auch dazu, dass alles voller Treibschlecht ist. Tides of Change ist sehr schön. Ja. Also, die sind Lava, Vorontal, wir beide. Wir beide haben ja schon lange eine Affäre und sitzen mal wieder zusammen in der Höhle, abgeschottet von allen anderen und Du holst irgendwas von diesen Treibschlecht Zeugs raus, was mich total empört. Was hast du denn dabei aus Übermeer? Irgendwelche Süßigkeiten, sowas wie Baklava, irgendwas Süßes mit Nüssen und Honig. Oh man! Und ich wühle mich aus der Umarmung von dir hervor. Boah, was hast du da denn schon wieder? Jetzt stell dich doch nicht immer so an, das ist nur eine Süßigkeit, das ist was zum Essen, probier doch mal, das schmeckt gut. Bleib mir weg mit diesem Treibschlecht. Das wird dich nicht vergiften, das ist vollkommen ungefährlich. Das hat uns alle schon vergiftet. Guck dich an, zieh dich an, lass uns gehen. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Echt, du bist immer so kindisch. Wir sind total verwolgt. Das kotzt mich an. Jetzt werd doch mal erwachsen, wir können doch nicht ewig so weitermachen, das ist doch total lächerlich. Du siehst doch, wie gut es der Feste geht. Es ging uns noch nie so gut wie jetzt. Ich hab keinen Bock mehr zu raufen, weißt du das? Mit dir nicht, mit niemandem. Das will mir alles, will mir nicht mehr. Oh, Mann, das wird doch nichts, das wird doch nichts. Ich spüre den Sog. Ja, so fühlt sich übrigens älter werden an. Willst du Nein, dass du endlich mal die Realität siehst und daraus Konsequenzen ziehst. Natürlich kannst du nicht ewig weiter raufen und alles auf die leichte Schulter nehmen. Das ist doch auch gut. Ich hab's gesehen. Du hängst nur noch mit über mir ab. Das ist nicht mehr meine Insel. Unsere Feste ist nicht mehr ist schon längst den Sog hinunter gegangen. Ich sag's dir. Unsere Feste geht es so gut wie noch nie. Die Häuser sind stabiler, die Leute sind glücklicher, wir haben neue Medizin, wir können uns viel besser versorgen als vorher. Und den Auma, den wir dafür bezahlen? Ja, aber das ist doch ein gigantischer Auma, den wir hier auftürmen. Aber wir bekommen doch auch was dafür. Der Auma, den wir dafür bekommen, ist genauso groß wie der, den wir ausgegeben haben. Dann pfeffere ich das Ding, was du in der Hand hast, davon scheiß Treib, verbulltes Treibschlecht und verlass die Höhle. Cut. Bang. Das war meine letzte Karte. Libora. Ähm. Ähm. Ah. Ah. Ich nehme mal dieses Wort, weil ich nicht weiß, was das heißt. Äh. A sobriket action. A nickname that all but replaces someone's name. Make a connection, pick a player character, explain why their role in the isolation has earned them a new nickname. Build a word, build this nickname with the target player leading the discussion. A familiar face in new light. Verstehe ich nicht so richtig. Das unter ist ja nur der Story Prompt für die Szene. Ja. Da werden wir wahrscheinlich dann erfahren, wie es zu dem Namen kam. Das Stilmittel macht aber eigentlich auch aus, dass es ein Name ist, der vom Laut her dem Beschriebenen gleicht. Okay. Also sowas wie Bello für Hund. Ah. Oder Konforontal tief. Für Leute, die immer Streit suchen müssen. Ja. Ja. Ja, wer darf einen neuen, wer bekommt einen neuen Namen? Kannst du dir sogar auch selber geben vermutlich, ne? Mhm. Ich verstehe, ich verstehe es nicht. Was muss man machen? Jemand bekommt einen neuen Namen. Passend zu seiner neuen Rolle. Keine Ahnung. Dann nimm was anderes. Also ich denke, sowas wie, was du gerade vorgeschlagen hast, wenn aus Vorontal nach der letzten Fronto wird, weil er so konfrontativ jetzt immer ist, dann hat er halt einen neuen Namen. Das ist jetzt Fronto. Okay. Ich finde das eigentlich ganz witzig. Ich finde es auch cool, Ja, na, dann lass uns das nehmen. oder Lava hängt zu viel mit Übermeerraden ab. Ein paar Lava. Ich finde den konfrontativen Fronto tatsächlich sehr cool, muss ich sagen. Das passt irgendwie so, so viele Weisen. Ja, dann nehme ich das, dann nehme ich das. Familie Face in New Light. Dann werde ich mal auf 110% gehen, oder? Frontal ist Fronto. Was haben wir für eine Szene? Wir sitzen alle betrunken in der Kneipe, nur dass wir nicht betrunken sind, sondern wir sitzen irgendwie alle, keine Ahnung, es muss doch sowas wie eine Bar oder sowas ähnliches geben, so eine Art Strandbar. Haben wir eigentlich auch Alkohol oder nur diese Raupen? Also ich stelle mir so eine Art Stammtisch-Diskussion vor. Ja. Wo halt einfach alle so irgendwie nach Feierabend zusammensitzen und gemeinschaftlich Alkohol haben die aus Übermeer eingeschleppt wahrscheinlich. Ich glaube, wir hatten immer schon Alkohol auf der Insel, der ist aber im Gegensatz zu den Raupen erst ab 25 egal. Ja, auf jeden Fall. Aber wir sind ja alle schon so, Moment, ich weiß nicht, ob die schon so, ich glaube nicht, wir sind schon so alt auf jeden Fall, aber. Genau. Also ich glaube, wir sind jetzt alle alt genug. Wahrscheinlich inzwischen, ja. Es müsste so um die 140 sein. Wieso? Okay. Weil ich am Anfang des Spiels 100 war. Ja, und seitdem sind vielleicht ein paar Jahre vergangen, oder? Hast du nicht gesagt, das zweite Age wäre 20 Jahre her? Nee, die Gründung der Siedlung ist 20 Jahre her und das ist dann sozusagen Age Null und unser Spiel beginnt 20 Jahre nach Gründung und danach wird keine Angabe gemacht, wie viel Zeit vergeht. Okay, dann bin ich nicht 140, bin ich trotzdem sehr alt. Ja. Ält genug zum Trinken. Wir sitzen also in einer Strandbar und um uns herum sind so Touristen, die super zugedröhnt sind, weil sie mit den Raupen nicht umgehen können, die irgendwie alle paar Schritte umfallen und jetzt, also wir haben Händler aus Übermeer immer wieder zu Besuch dort, oder? Ja. Genau, ja. Ja, die Sachen haben wollen und wir wollen Sachen von denen, zu dem Punkt sind wir. Okay, ja. Wo ist das denn hier? Nee, so. Ach. Ja. Warte mal, ihr seid noch klein alle oben und hier ist noch dieser Screen. Ah ja, ich kann den wegmachen. Ja. Also. Es reicht. Was machst du denn schon wieder für ein Gesicht, Fronto? Wir gehen, wir gehen jetzt da raus und sagen denen, dass sie auf ihre Schiffe sollen und in den Sog raus nach Übermeer wieder dürfen. Letzter Schaden. Nein, 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 jetzt beruhig dich mal, jetzt beruhig dich mal. Die sind doch nur hier am Hafen, die dürfen doch gar nicht rein in die Insel. Aber du hast gar nichts mehr zu sagen. Wir sind viel mehr auf der ganzen Insel. Die Feste ist voll mit Leuten, die die Schnauze voll haben. Das ist uns alles hier, deine verwulgten Freunde von Übermeer, ihr könnt uns alle mal. Ach, du redest einfach so viel, dass du dich selber reden hörst und denkst, dass da noch mehr Leute werden, die die gleiche Meinung haben. So viel sind das gar nicht. Es sind alle der Meinung, dass das so viel ist. Ach ja, wer denn, wer denn? Wer denn doch? Rudane? Ja, und? Sag Bescheid. Wie geht es deinen Leuten? Du bist gemutet. Rudane guckt auf. Und ja, da muss ich unserem guten Fronto hier tatsächlich mal so richtig zustimmen. Dieser ganze verwirkte Übermeerkram, der ist das ultimative Treibschlecht für die Feste. Wenn wir die nicht rauskegeln und ich zeige auch die Leute, die da am Nachbartisch lecken, dann war es das. Ja. Dann hat es sich ausgerauft. Aber warum denn? Was, 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 was? Die Geschäfte laufen viel, 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 viel besser denn je. Die kaufen uns sogar diese Lavasteine ab. Und ein paar von den Raupen. Ist doch alles gut. Das Ende. Das Ende irgendwann ist erreicht. Und ich höre Eleonora noch reden, wie sie, wie sie uns erzählt hat von früher. Und wir sind wieder an dem gleichen Punkt. Wir sind genau an der Stelle, wo wir damals wegen abgehauen sind. Und jetzt sind wir wieder an so einer Stelle und diesmal bist du, du bist die Verwulgteste von uns allen hier. Ich sage dir, du hast das ganze Treibschlecht zu verbrocken. Du hast uns hier reingeführt. In diese ganze, ganzen Sog. In eine neue Zeit. In eine bessere Zeit. Das hat doch überhaupt nichts mit damals zu tun. Damals wurden wir verfolgt. Damals, damals wollten die uns, wollten die uns was Schlechtes. Das ist doch jetzt gar nicht mehr so. Die wollen ihren eigenen Tempel errichten, oben beim dritten Auge. Ja, aber wir werden das ja nicht erlauben. Also wird das ja nicht passieren. Nein, ich habe sie auch in den Vulkan geschmissen. Ein Drittel der Arbeiter kommt schon nicht mehr zur Arbeit, weil sie sich mit irgendwelchem Treibschlecht aus Übermeer irgendwie zu Hause vergnügen und irgendeinen verwulgten Mist fressen, den die uns reingetragen haben. Irgendwas lesen, irgendwas machen, irgendwas lernen. Das ist alles irgendwie Mist. genug geredet. Oder Arne, wir gehen jetzt da raus und sehen ihn noch 24 Stunden, die Insel zu verlassen. Wer dann noch hier ist, der wird mit samt seinem Auma in den Vulkan geworfen. Okay, ich glaube, ich sollte euch mal vorsichtshalber zum Ausnüchtern in eine Zelle werfen lassen, damit ihr keinen Nonsinn anstellt. Cut. Cut. Es eskaliert. Wir müssen. Ja, ich habe eine gute Follow-up-Karte. Survival. Eine Action-Karte. Using this word dimms our chance for survival. Using it has dire consequences. Genau, und das spielt man auf ein previously defined word und erklärt, warum das explain why using it makes survival difficult. Es wird kein neues Wort gebaut in the conversation. Explore the concession made for survival. Finally tear up the word. Das heißt, wir zerstören tatsächlich irgendwie ein Wort. Und das Story-Prompt ist a foolish risk. Und das passt ja gerade voll großartig. Ich würde tatsächlich sagen, Fronto und Rudane haben irgendwie über diese momentane Situation sich zusammengefunden. Und noch weitere Leute, die auch ähnlich der Meinung sind, dass das alles treibschlecht ist, was daraus über mehr kommt, um sich gesammelt. Und fangen an, so langsam ernsthaft die Situation zu eskalieren. Und sie nennen sich nämlich, und das ist das Wort, was wir da benutzen, wir sind die Überschauer. Als Gegensatz zu diesem ganzen Scheiß aus Übermeer ist das mittlerweile, ist das Wort Überschauer schon zu so einer Art, wird zu so einer Art Bezeichnung für diese Rebellengruppe, wenn man es so nennen will, geworden. Und ja, ich stelle mir vor, dass Lava ... Die Reitblüter. Ja, ja, genau. Je nach Sichtweise sind das die Rebellen oder das Faschistoide Mob. Oder der Faschistoide Mob. Richtig. Es ist tatsächlich, ja, es ist tatsächlich definitiv beides wahr. Genau. Ich stelle mir auch vor, dass Lava irgendwie nach ihrer Droge am Ende der letzten Szene mittlerweile wirklich irgendwie schon mal durchgreift und Leute irgendwie schon mal irgendwie einbuchten lässt, damit es irgendwie nicht völlig eskaliert. Wir hatten wahrscheinlich nicht so richtig ein Gefängnis bisher überhaupt auf der Insel, oder? Mehr so eine Zelle, wo irgendwie Streithähne reingesetzt werden, bis die sich wieder eingekriegt haben. Die Schmollmühle, genau. Ja, ja, genau, genau, genau. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich neue Zellen bauen lassen oder so. Ach, die werden direkt gleich oben beim Vulkan gebaut, so hier mit schönem Ausblick, damit ihr euch das nochmal besser überlegt. Ich hänge die einfach in den Vulkan so rein. Es sind einfach so Käfige, die so in den Vulkan reinhängen. Ja, also am Ende der Szene ist dieses Wort dann tabu für uns, oder? Ja, genau. Das verstehe ich nicht. Naja, das Wort ist ja, das nicht zu benutzen, ist für unser Überleben wichtig. Genau. Das steht auf der Karte, oder? Ja, das heißt, ich stelle mir vor, was passiert ist, es hat sich da tatsächlich diese Gegenbewegung gegründet, die sich die Überschauer nennen und es gab so diverse Treffen, wo man geplant hat, wie man denn jetzt die Leute aus Übermeer irgendwie rauskriegt. Und ja, vielleicht ist die eskalative Szene tatsächlich die, wo wir, wo Fronto und Rudane zusammen mit einigen anderen da gerade an den großen Kuh planen, wie man denn jetzt die Leute aus Übermeer endgültig herauskriegt und vielleicht platzt Lava mit einigen vielleicht gar bewaffneten Leuten rein, um dieses geheime Treffen zu sprengen. Also, Fronto, der Plan steht, das Ultimatum hat nicht gezogen, die sind ja irgendwie offensichtlich immer noch hier. Es muss Gewalt her, anders geht's nicht. treibt schlecht raus. Alle verwirkten. Treibt schlecht, verwirkten Dreck. Ha! Ich hab es doch gewusst. Ihr seid alle verhaftet, festgenommen, weil ihr gegen die Inselgesetze verstoßen habt und hier Gewalt verteilen wollt. So, ich bring euch jetzt alle in die Zellen auf dem Vulkan. Nein, das kannst du nicht tun. Los, nehmt diese Leute fest. Die Überschauer lassen sich nicht so einfach unterkriegen. Hört nicht auf sie mit Blick auf die diversen Wachen, die Lada da so mitbringen. Wechselt zu uns, wir sind die Überschauer. Wir werden die Insel befreien. Die Feste gehört uns. Schaut euch doch mal diese traurigen Gestalten an, die können sich ja gar nicht mehr richtig auf den Beinen halten. Der Handel ist die Zukunft für unsere Insel. Es ging uns doch noch nie besser. Hört denen einfach nicht zu, diesen verrückten, traurigen. Verwirktes Auma. Das ist das, was du willst. Uns einsperren. Verwirkter Dreck. Los jetzt, abführen. Und mit anderen Blick auf die Zeit cutten wir vielleicht tatsächlich mit einer Ansicht, die Leute in die Zelle gesperrt werden. Und das Überschauer darf jetzt nicht mehr verwendet werden. Ab, die Überschauer verboten. Du hast eine Medaille dafür bekommen, ein Überschauer zu sein. Jetzt hast du es zu weit getrieben. Ja, total. Das ist so typisch. Diese, die dann in den faschistoiden Orden aufgenommen wurden, ohne dass die dann durchticken. Durchticken, genau. Ja, gerade die, die am Ende dann den Mensch-Mob loshetzen, ja. Nina, ein letztes Wort. Jawohl. Ich, das würde mir jetzt alles zu dekonierend. Wir brauchen mal was etwas Fröhlicheres. So, ein paar Schliebsen dann. Tod. Habe ich überlegt. Habe ich wirklich überlegt. Aber nein, ich meine es erstens. Jetzt machen wir noch was Fröhliches. Und zwar habe ich einen Euphemismus. Ich bin mir noch immer nicht ganz reinig. Ich habe mir ein paar Worte ausgedacht. Okay, also ich erkläre erst mal, was es ist. Also ich würde sagen, die letzte Szene werden Rodane und Pronto in der Gefängniszelle, die von Eleonora besucht werden. Und sie erzählt davon, wie es so draußen auf der Insel jetzt momentan ist, was so passiert, wie es aktuell läuft, was Lava so macht. Sehr cool. Wie lange sind die denn schon in dieser Zelle? Ja. Zehn Jahre später. Ja, genau. Höchst langer Grauer Bart. Echt? Das ist die Höchststrafe für euch. Ihr könnt nicht weg, wenn Eleonora kommt und euch Geschichten erzählt. Ja. Okay. Welches Wort ist das? Ich bin gespannt. Ich bin für Entschleckung. Und zwar, weil immer weniger Raufen geschleckt werden und mehr über mehr Kram auf die Insel kommt, der dann zu sich genommen wird. Ganz, ganz fieses Zeug. Und ja. Ah, also weil die, das ist der Euphemismus für dafür, dass wir schlichtweg unsere Raupen verlieren. Genau. Darum würde ich das auch zu den, zu den, zu den Feuerraupen packen, oder? Ja. Cool. Die Entschleckung der Feste. Die Entschleckung der Gesellschaft. Alles total entschleckt hier, ja. Eleonora, musst du dich auch noch an unserem Leid hier ergötzen und dir diesen Verrückten, du müsst hier angucken, du bist draußen, geh raufen, mach was Schönes, spar dir den Sog hier. Niemand hier götzt, ich bin hergekommen um euch und hab euch da ein paar, uns drei, genau, drei Schleckraufen mitgebracht. Oh, das ist gut. Ja, der Vorteil daran, der Vorteil daran, dass das jetzt, muss ich vorsichtig sein, dass ich sage, dass so viele Leute aus Übermeer jetzt hier sind, ist, dass sie, dass mittlerweile fast niemand mehr Feuerraupen schlägt und das heißt, hey, mehr für uns. Yay! Jetzt macht mich so eine Leid, gleich ein Bittermine. Wie geht es denn draußen? Was ist beim dritten Auge, beim Vulkanschlot? Könntet ihr verhindern, dass dort ein Tempel, der Treibschlechter gebaut wurde? Nein, mittlerweile haben sich die Zuständigen geeinigt, dass jeder seinen eigenen Tempel bauen darf, Platz genug ist, der Vulkan ist groß genug und wir haben da jetzt insgesamt 13 Punkte, ich weiß es nicht, so viele wie Götter gibt, so viele Tempel sind auch da. Oh. Wie geht es meinen Jungs und Mädels, den Raupen ernten? Du wirst dich freuen, passiert da überhaupt noch irgendwas? Ja, du wirst dich freuen zu hören, dass alle deine Kollegen und Kolleginnen mittlerweile Partner aus über mir gefunden haben und glücklich verheiratet sind und schon in der ersten Generation Kinder gezeugt haben. Wir müssen vorsichtig sein, wir haben ja noch die Legacy vor uns, wir erzählen jetzt nicht schon die Legacy, wir sind noch im Zeitalter. Nein, ich bin noch bei heute. Ich glaube, die Welt hat mich einfach abgehängt. Ich bin weg, es hat mich abgesogen. Sie haben ja gerade erst angefangen, Kinder zu zeugen, also so weit sind wir jetzt noch nicht, aber die Leute verstehen sich miteinander und sind glücklich. Ja Noah, wie kannst du so was sagen? Ich verstehe nicht, was aus unserer Feste Verrücktes geworden ist. Tempel. und offensichtlich dürfen sie jetzt auch überall hin, die treibt schlechter. Dann würde ich vorschlagen, ihr beide hört mal auf, Trübsalz zu blasen, euch nur über alles zu beschweren und versucht, stattdessen mal herauszukommen, wie es denn draußen so aussieht. Ich bin über 100 Jahre und ich kann mich trotzdem an Neues gewöhnen. Okay. Ich weiß nicht. der Sog ist übermächtig. Cut. Ich habe versucht, alles zu verhindern, was auf uns zukommt. Es war, ich habe Lava verloren und ich habe sie wirklich geliebt. aber übermäher bist du bei uns gekommen. Wir waren zu wenige Fronte. Du hast dir da nichts vorzuwerfen. Du hast alles, alles, alles probiert, um das Treib schlecht draußen zu halten. Sie waren einfach wirklich übermäher als wir. Eleonora, warum habt ihr damals alles hier gegründet, wenn dir das jetzt so egal ist? Das ist mir überhaupt nicht egal. Wir haben hier nichts gegründet, weil wir Spaß daran hatten. Wir waren verstoßen, wir mussten flüchten und haben hier eine neue Heimat gefunden. In der Zwischenzeit ist das Leben auf dem Festland weitergegeben und es gibt noch andere Leute, die sich da nicht wohlfühlen, die den Schutz suchen, den sie hier auf der Insel bekommen können. Aber die sind doch nicht hier, um Schutz zu suchen. Die wollten uns doch ausbeuten. Jeder hat seinen eigenen Grund, warum er hier ist, aber ich persönlich fühle mich nicht ausgebeutet. Ich glaube, wir haben kein gutes auch mal gemacht. Wir zwei sowieso nicht. Da kann ich euch nur zustimmen, sonst wärt ihr ja nicht hier. Ich komme dann morgen wieder. Mal schauen, ob eure Laune dann ein bisschen besser ist. Genießt eure Feuerraum. Danke. Einzige, was einen noch über Wasser hält. Entschleckung. Ja. Das war's. Hatten wir Entschleckung benutzt überhaupt das Wort in der Szene? Okay. Hoffe ich. Ich glaube, Eleonora hat es glaube ich verwendet. Ich glaube, ich habe es im ersten Satz gesagt. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Das war... Die Revoluzzer weigern sich gegen so ein Euphemismus. Ja, eindeutig. Wir nähern uns dem Ende. Wir stehen Seite an Seite. Die Siedlung die Siedlung sollte uns von der Außenwelt trennen. Doch hier stehen wir gemeinsam. Die Tür ist offen und Leute reisen frei zwischen unserer Isolation und der Welt hinter der Mauer. Treibschlechter sind inzwischen das Normalste der Welt und sie verändern uns rapide. Wie erinnern wir uns an die Zeit alleine. Fronto erinnert sich an die Zeit alleine, an die Momente mit Lava in der Höhle, die sie zusammen hatten. Erinnert sich an die Übergabe von Feuerraubensekret durch Rodane, an die Geschichten am Feuer mit Ilia Nora. Das ist wie Fronto sich erinnert an die Zeit alleine. Wie war das bei Lava? Sie erinnert sich daran, dass sie immer im Sog war, darüber, wie das nächste Jahr wird, wie die nächste Wetterperiode wird, ob der Vulkan wieder ausbricht, was sie dann wieder für Schwierigkeiten haben und dass sie eigentlich nie sich keine Sorgen gemacht hat und dass jetzt alles viel einfacher ist, weil sie viel mehr Möglichkeiten hat, dafür zu sorgen, dass es den Bewohnern der Insel gut geht. Und wie erinnert sich Rodane? Rodane erinnert sich an Zeiten, als sie noch Kontrolle über ihr eigenes Leben hatte, wo sie tagsüber mit den anderen Arbeiterinnen und Arbeitern ehrliche, harte Arbeit getan hat, um dann abends auch die Früchte davon genießen zu können. Sie erinnert sich an rauschende Feste, an raufende Feste, Entschuldigung, als alle zusammen vergessen konnten, dass es irgendwie Sorgen auf der Welt gab, man einfach zusammen am Strand feierte und die Raupen genoss. Und ja, ihr wird dann aber auch klar, dass diese Zeiten jetzt vorbei sind. Und wie erinnert sich Eleonora? Eleonora erinnert sich, dass sie es war, als sie zum ersten Mal auf die Insel gekommen sind und wie schön das war. Und heute ist es auch sehr schön. Jetzt kann jeder sich eine Legacy-Karte nehmen. Die sind ganz rechts bei den Karten und die können als Inspiration dienen für euren Epilog. Der erzählt, was in mittelfristiger Zukunft zu euren Figuren passiert ist. Ich habe eine gezogen und habe die schon in die Feste kopiert. Ich bin in Freiheit wieder und lebe wie alle anderen auf dieser Insel, wo normale Städte gebaut werden, wo das Leben so vor sich geht, wie schon immer. Und ich stapfe hoch zum dritten Auge. und stehe an der Brüstung, wo wir immer unsere Tieropfer gemacht haben und muss eine schwere Entscheidung treffen. Der Feuergott ist der Einzige, der uns jetzt noch retten kann, aber er will ein Opfer. Dafür, dass er bereit ist, früher oder später diese Insel zu verschlingen und das Ende einzuleiten. Zumindest für die, die hier sind und es nicht anders verdient haben. Und so stürze ich mich in den Abgrund, in der Hoffnung, dass der Feuergott mein Opfer annehmen wird und bald ein letztes Mal ausbrechen wird, ein letztes Mal für die Feste und alle, die sie jetzt bewohnen. Lava, was hast du für ein Legacy? Sie? Der Vulkan ist tatsächlich nochmal ausgebrochen und hat große Teile von der Insel zerstört, aber eben nicht alles. Teilweise wurden ganze Städte oder ganze Dörfer zerstört. Die ursprüngliche Feste wurde zur Hälfte hinweg gefegt, aber es gab viele Überlebende, weil man das ja auch merkt, wenn der Vulkan ausbricht, die sich dann auf die Boote gerettet haben und naja, sie baut die Stadt halt einfach wieder auf und versucht, alles nochmal neu anzufangen. Was sehen wir von Rodane? Rodane, ja, Rodane ist wieder in Freiheit und sie arbeitet auch wieder auf den noch verbliebenen Hängen des Vulkans, wo man noch versucht, die letzten Raupen zu ernten. Das ist sehr schwer geworden, denn insbesondere nach dem letzten Vulkanausbruch ist da fast nichts mehr zu finden. Und ja, sie hat einen langen Tag bei der Arbeit gehabt und stapft mit hängenden Schultern und leerem Blick durch die Feste nach Hause und erkennt eigentlich nichts von dem wieder. Also man sieht lauter Leute, die ganz anders gekleidet sind als das, was sie gewohnt ist. Es gibt Steinbauten, es gibt nicht nur diese Pfahlbauten, es gibt Tempel für Götter, von denen sie noch nie etwas gehört hat. und sie kommt zu Hause an und sie hat noch so eine alte Pfahlhütte und geht da rein und setzt sich auf ihr Bettlager und greift in ihre Tasche und hat eine Raupe in der Hand, die sie an dem Tag geerntet hat, eine der letzten, die es noch gibt und sie will dran schlecken, um zu vergessen, in was für einer Welt sie leben muss, aber es ist es irgendwie nicht mehr wert, sie schmeißt die Raupe in die Ecke und sie dahin guckt, die ganze Wohnung ist unordentlich, als sie dahin guckt, wo die Raupe gelandet ist, sieht sie da etwas im Staub liegen und sie hebt es auf und es ist das Überschauerauge, das sie vor so vielen und Elia Nora schwimmt auf ihren Felsen zum Meditieren und im Gegensatz zu sonst zu früher wie sie es bisher gemacht hat guckt sie dabei nicht gen Westen wo also über den Horizont sondern in die andere Richtung auf die Insel und ihrem Platz auf den Felsen aus kann nämlich geschäftiges treiben sehen unglaublich viele junge Leute deren Namen und Gesichter sie zum Teil nicht kennt etwas was sie lange nicht erlebt hat die sich total Mühe geben und den Hinfall aufreisen um das Dorf wieder ausbauen da es nicht total zerschlört worden ist und sie freut sich und ist total happy damit dass jetzt Leute die Kinder und Enkelkinder von denen sind die sie vertrieben haben heute bei ihr sind und ihr Haus wieder ein neues Leben nach der Feste vielen Dank fürs spielen von Dialekt und damit verlassen wir das Spiel und so endet die Geschichte unserer Isolation jetzt sind wir wieder weit drüber über unserer Zeit aber Zeit